Jeden Tag, durch das es dich am liebsten mag, das ist nicht jeden Rett. Dä, 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 ich weiß wie du genie, ich weiß wie... Hallo Sablix, wie geht es dir? Los, wecke alle deine Freunde, ja jetzt bist du dran, so schön musst du schmälereifeln. Schau, 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 schau. So, wir schauen hier für den Spieltag, der irgendwie hat sich das nicht übernommen. Mild, es geht. So, was geht ab? Leute, habt ihr Bock auf einen nicen Liga 2 Watch Stream hier auf Twitch? Ich habe sehr, sehr, sehr Bock. Ja, denn ich weiß noch nichts, außer deine Erlebnisse natürlich, wie es sich gehört. Das solltest du ja auch wissen, wenn du so ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis hättest, wäre es ein bisschen schwierig. Ach, ich bin auch in der GBL. War es wirklich? Heute sogar nur den Kampf von Timo gesehen. Wild, wild. Hallige Mystery, Hallige Keksmann. Moin Knagoson. Was geht? Was? Oh, Milch, dann hoffe ich, dass du das gut bestehst, Alter. Was ist denn los? Deutsch, Matura. Oh ja, easy. Viel Erfolg. Easy? Easy machst du das. Keine Challenge, sage ich da. Keine Challenge. Ich verstehe aber noch nicht, wieso diese Resubs nicht angezeigt werden, wo so Extended der Tier 1 Version für Jun dann steht. Für Juni zu Kaisen ist hier ein Knagoson. Trotzdem, vielen Dank für den Resub. So gesehen, jetzt schon mal für Juni. Dankeschön, Mann. Sehr appreciated. Hallechen, generell an alle, ihr Musician-Lips. Hallo, Pauli. Willkommen zum Stream. Ja, heute wie gesagt, geht's ab mit GPL Liga 2 Spieltag 5. Und Hallechen nochmal an alle. Moin, Silagios. Hallechen Rifts. Hallechen Lukario. Und wie gesagt, danke nochmal, Knack und Sonnen. Das war ein paar Bräser-Sachen-Chatter. Und hallo, Sabi. Was geht ab? Hallechen hier beiden schreibt. Die gute Sabi sogar. Also auch an dich, Timo-San. Hallo, Sabu. Sie hat sogar ein U-Wu reingeschrieben, wie es sich gehört. Ja, das dachte ich mir. So gehört sich das doch. Und mal schauen, was ich heute auf meinem Blog so schreibe. Ja, ich weiß nicht, ob ich das feiere. Ole, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Reset. Danke für zwei Monate. Das war ein fettes Plus-Larfen-Chatter. Danke für uns. Kuss, kuss, kuss. Dankeschön. Das heißt, ja gut, der gute Lyron, der hat ja auch immer alles am Stissel. Am Stissel. So. Ja, ich wusste nicht, ich wusste was. Gut. Sonst, Leute, wie geht's euch? War euer Tag schön? Ja, gut und dir. Ja. Es war ein Tag. Es war ein Tag, sagen wir es mal so. Aber jetzt GPL Watch und darauf habe ich Bock. Und da bin ich gehypt drauf und ich hoffe auch, dass ich einen Gamp minamu, jung. Ja, XD, denn wir schauen den allerersten Kamm von Pokerus, Galaxi, Galaxitus und Betty, die sind auf Speed. Auf Speed, Adderus. Genau. Tag war akzeptabel. Dann hoffe ich mal, dass er jetzt noch ein wenig besser wird. Hatte gerade Fahrschul und bin jetzt noch eine Stunde spazieren gewesen. Das hört sich doch nach einer schönen Sache an. Das spazieren. Hab ich gesehen, aber auch nicht. War es Theorie oder Praxis? Ist die Frage. Ja. Ich wollte gerade nur aus dem Kamm sagen, der jetzt kommt. Okay, hau raus. Ich sehe den Titel. Das gute Entei. Und das, allein deswegen war ich schon so, ja. Das stimmt halt auch einfach. Und deswegen schauen wir, den Kamm von Pok. Richtig. Dein volles Wulami. So ist es. Theorie. Oh ja, gut. Fahrschul-Theorie immer ein bisschen nerviger. Wir sagen 2-0 Kuscha. Leiron, wir sind. Ich glaube, wir sagen 2-0 Kuscha, ja. Ich glaube, da sehe ich uns tatsächlich. 2-0 Kuscha bei Pok gegen Barry. Ja, finde ich auch. Also ich finde Kuscha hat hier mal wieder richtig die Performance. Kuscha war hart einfach drauf. Kuscha ist einfach ein Profi, Alter. Wie Kuscha es auch immer wieder reißt, ne. Der gewinnt einfach jeden Kampf. Egal, ob er dabei ist oder nicht. Er gewinnt einfach. Er gewinnt einfach. Da sehe ich ihn. Aber Akane ist ja schlechter als Antae. Deswegen müssten wir eigentlich ja schon bei Barry schauen. Aber der hat Akane ja. Das ist eine Lüge. Erleicht ihn Dan, erleicht ihn Shleny, erleicht ihn Armlet, erleicht ihn Skarmis. Hallo Ada, generell. Erleicht ihn an alle. Ich meine, Barry ist vor allem in einem richtig krassen Abwärtsschruder. Das kann natürlich auch komplett anders laufen. Natürlich. Aber rein vom Team-Building. Wenn Pog nicht so ein geiler ist. Die sagst du, Pog hat kein Team-Building aufgeladen. Ja. Ich rede gleich über die Teams. Okay. Wollen wir erst ab. Okay, dann gehen wir einfach mal rein. Und ja. Beziehungsweise erstmal nochmal. Hallo an alle. Willkommen zum GPL-Spieltag. Fünf-Liga-Zwei-Watch-Stream. Wir schauen uns heute natürlich die vier Kämpfe an. In der chronologischen Reihenfolge. Ich hoffe, ihr habt Bock. Wir gehen rein mit dem Kampf Pog gegen Barry. Rein da. Rein da. So, er redet auch nicht über sein Team. Okay, spielt Skarm Katana. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Pass auf, guck. Okay, hau raus. Also. Ich hör zu. Pass auf. Barry hat Panzer Ehron mit Spikes oder Defog. Der ist relativ unspektakel, aber auch kein Whirlwind. Ja. Galazapdos, hat er gesagt, bricht nicht so richtig geil durch sein Team durch. Deswegen hätte ich gesagt, okay, dann spielt er wahrscheinlich Kreideschrei, Protzer oder Band. Herzlichen fürs Band entschieden. Weil Band und Newton natürlich gegen Chris Faire ganz gut ist. Aber wir sehen hier auch den Rocky Heaven, was ganz heiß ist. Wir sehen Kaife mit dem, also ohne Eissplitter. Relativ Standard-Set, aber dafür mit dem, wie heißt die mehrfach Attack, Eisspär. Ja, damit er Drago ran killen kann. Oh, das ist eine coole Idee. Das ist aber eine richtig coole Idee trotzdem. Aber, Barry ist ganz stolz im Opening. Ja, und Kaife tankt auch noch einen Hit von Katagami. Und ich denk mir, Bro, was bringt dir das? Du hast die Q und Eisspär. Wie willst du Katagami hitten ohne Angriffsinvestment? Hä? Ich sag ein bisschen Chip. Also, ich sag, es geht ja. Der Chip ist Chap. Der Chip ist am Ende des Tages Chap. So. Dann haben wir Gardeborn mit Spags, Trick, Abgangspunkt und beiden Steps. Der finde ich sehr stark. Der kann sehr, sehr gut sein. Aber es war ein ähnliches Step wie mich. Dann Akani, absolut geisteskrank. Lukas, vielen Dank für deinen Primary Step. Dank für sechs Monate. Kuss, 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 kuss. Vielen, vielen Dank. Akani, absolut geisteskrank mit Redlichkeit, Fluch, Rest, Sleep Talk und Flair Blitz. Sonst hat der nichts. Der hat nur Flair Blitz, theoretisch. Weil Rest, Sleep Talk, Fluch. Okay. Und Weakness Policy als Item. Gewagt, gewagt. Dann kommt Ordino. Gewagt. Und der hat, Ordino hat als Angriffs-Moves, ich glaube nur Surfer und Toxic, um Damage zu machen. Ja, gut, das ist halt ein klassisches Ordino. Ja, aber ich denke mir, Bro. SD Katami. Wie willst du Katagami, Katagami wird das Setup geben? Und er hat kein Scarfer, Katagami outspeedet alles. Akani hat kein Intimidate. Wenn SD Katana hiermit wäre, Freerin. Freerin verpockt. Der kann Ordino komplett abusen, der muss nur auf Fluss 2 gehen, der hat gewonnen. Also ich mag Scarfer, Katagami sowieso nicht, solange da ein Pansai Ron ist. Richtig, ich auch nicht. Ich mag Scarfer, Katagami allgemein echt. Ich sag, es gibt Matchups, wo Scarfer, Katagami echt nice sind. Nee, hier in dem Matchup meine ich. Aber in dem Matchup ist es das nicht. Katagami war schon echt nicht so gut auf dem Blatt Papier. Aber gegen die Monster, die Barry mit hat. SD Katana, der hätte sie sein Leben auseinandergenommen. Aber genau so, ja. Die Sache ist, man kann natürlich immer sagen, so, yo, Pock hat da eine bestimmte Strategie, eine bestimmte Gedanken hinter. Da ist halt auch kein Katapultra mit, ne? Ja. Es gab Katapultra halt, ne? So, und wir sind da natürlich jetzt im Team nicht drin gewesen. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, ich will Katapultra Revenge killen oder so fürs Endgame oder so. Ich verstehe den Gedanken komplett dahinter. Ich mag es halt prinzipiell einfach nur nicht, wenn du einen Scarfer hast, der gegen zwei defensive Punkte und komplett verliert. So. Selbst wenn das der Revenge kill Scarfer ist, weiß ich nicht. Also wenn das sozusagen halt so deine beste Offensive ist. Weil aktuell sehe ich noch nicht so die Offensive in dem Team. Weil es ist ein sehr, sehr defensives Team. Wir haben AV Akran, was ich sehr spannend finde. Aber ja, mal gucken. Aber in der ersten Plot Rotom Heat abused einiges. Ja, ja, pass auf. Einerseits der und ich habe im Team mit ihnen gesagt, jedes Mon, was ich boosten kann von Pog, ist gut gegen Barry. Pixie mit Cosmic Power, wer tötet den? Ja. Wer tötet den? Krisea mit Cosmic Power, wer tötet den? Ja, also generell so ein bisschen Setup ist generell gegen Barry gut. Und deswegen Nasty Plot Rotom Heat würde sehr der Welt aussehen. Und Barry Spawn sind so langsam alle. Also sind alle so langsam. Seine Monster hat keinen Scarfer, die sind ultra langsam. Dementsprechend, da Lukas, was geht? Ja, dementsprechend war ich da ein bisschen enttäuscht im Team Building, dass Barry da so ein bisschen nachsichtig, also dass er halt da nicht drauf geachtet hat, weil wirklich jedes Setup-Mann kann ihn wirklich hopfen. Also da hätte ich irgendwie einen Scarfer mitgenommen. Oder was ich halt gesagt hätte, was mein Chat und ich gar nicht beschwunden haben, ist, dass der Katapultra nicht mitgenommen hat. Einfach halt, um halt Setup zu unterbinden, finde ich, ist der ganz nice. Der macht guten Schaden. Also Specs macht super viel Schaden gegen Krisea. Der ist schon als Katagami, was gut ist. Also jetzt ist klar, er hat hier Scarfer Katagami. Barry hat wahrscheinlich einfach andere Sachen als wichtiger empfunden. Wahrscheinlich, ja. Aber ich fühle das Audi nur zum Beispiel gar nicht. Das ist ja dann halt letztendlich einfach eine Sache, die er sich dann im Team Building gedacht hat. In der Fall natürlich, bevor wir reingehen, Hallöchen nochmal an alle. Ich kann leider nicht mehr jeden Einzelnehmig begrüßen, aber natürlich willkommen alle zum Streamen. Wir schauen den allerersten Kampf. Wir haben noch nichts verpasst. Wir sind erst gerade über das Matchup rübergegangen und wir gucken einfach mal, wie es sich, ja, ausgehen wird. Weil ich sage, weil es sich ausgehen wird. Mir fiel gerade kein anderes Wort ein, wie es jetzt endlich laufen wird. Weil ich sage, beide Teams sind ein bisschen crazy. Vor allem dieses Akani-Set. Würde mich freuen, wer das Action macht. Auch mit dem Titel. Ich gehe davon aus, auch bei dem Family gestern von Barry, gehe ich davon aus, dass Akani... In Sachen, ist das Akani-Spedev investiert oder wie ist es investiert? Ja, HP und Spidev. Okay, da würde ich sagen, dann bekommt er echt viel Zeit. HP, Spidev, Curse, Rest, Weakness, Policy. Dann freue ich mich auf einen Akani-Streep. Dann würde ich sagen, rein da. Und der spammt halt Verblitz, ne? Ja, also ich sage, die Barshan auf Katagami ist halt komplett useless jetzt. Der ist halt so schon schnell als anderes. Also das Item bringt ihm legit nichts. Ja, ja. Juhu, Junge, ein Sub. So ist es. Er hat keinen Speed-Schuss. Wenn ich mal ein bisschen weniger Zeit habe fürs Team-Bating... Etwas, der hat. Vielen Dank für deinen Prime-Sub. Willkommen in Woluminasen. Danke für den Support. Lass mal ein fettes Preservent-Chatter. Danke, danke, danke. Können wir machen, oder? Ja, können wir machen. Okay. Auf jeden Fall, danke schön. Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen. Danke mal. Pock ist schon mal auf dem falschen Fuß erwischt worden anscheinend durch das Team. Das ist Sub-Dots, das ist schwierig, weil der kann uns prinzipiell mit... Oh, ja. Das ist ja echt ein blöder Start. Keine Follower LRG. Das ist klar. Da kommt U-Turn-Band. Sag Rocky Helmet immer dein Band. Oh, der hat sehr Mondgewalt, Mundschein und Toxin. Ja. Sehr, so in den letzten Spieltagen so ein bisschen... ...größeres Ding geworden, ne? Bei mir genauso. Ja. Das ist halt gut. Das ist halt sehr gut. Wir gehen hier raus. Und gehen auf Träumchen. Und jetzt schauen wir gleich. Kehrt-Wende. Genau wie viel Damage ist das? Das ist... Das ist nichts. Das war... Warte kurz. Das ist echt nichts. Das ist echt gar nicht... Das ist nicht viel. Das könnte Band-Min-Roll sein. Okay. Kommt sonst Adamant-Expert... Ja, Future-Side ist nice, das stimmt. Kommt das auch hin auf den Damage. Ja, Adamant-Expert wählen wir auch eine Rolle, also versteifen wir uns lieber nicht auf... Ne? Das eine Set Piloswein kommt. Ja, der will jetzt natürlich seine Rocks legen. Prinzipiell sollte das fein sein. Ich will den, glaube ich, toxen. Ich glaube, er hat auch toxisch aufgreifen. Ähm, ich will den toxen. Ja, ist halt ein Klassiker. Ist der eigentlich gut für uns. Ist nice für Galazaptos. Ist nice für Galazaptos, aber wir wissen auch nicht was. Also wir wissen, dass Aquania noch keine Hebel hat, aber... Wir müssen noch keine Hebel haben. Das nichts macht circa 40%. Na, du musst halt überlegen. Ich will sagen, es ist Bandit Galazaptos mit einer sehr effektiven New-Turn. Weil es natürlich Galazaptos schwierig ist. Okay. Ich finde, das ist vom Damage her voll fein. Sogar weniger. 35%, oder? Verliebt es. Ja. Sogar noch weniger als 30%, glaube ich. Ich bin davon ausgegangen, dass er sowas wieder spielt, weil er das oft mitgebracht hat. Ich gehe an der Stelle jetzt, denke ich, auf Träumchen, auf den Moonlight, auch wenn er uns toxen kann. Weil es wichtig ist, dass wir nochmal reinkommen können in das gegnerische Subdoss, wenn er nicht Bandit ist. So, es kommt jetzt das Toxin. Das gibt es nicht. Toxin ist Keife. Aber Keife. Der Leidtragende. Keife. 90%. Ja, jetzt kann ein Pixie gehen. Das tut weh. Das so richtig. Vor allem, wenn er keinen Hebel hat. Toxin ist ja diese Woche richtig bomb, ja. Spieltag 5. Spiel der Toxin misses. Und predicted der Pixie? Stark. Na gut, ist es ne Prediction. Also, der holt sich Magie-Schild. Aber ich weiß ja nicht, was für ein Gardevoir das ist. Specs, Trick, Psychic, Moonblast. Ja, okay. Das hatte ich nicht mehr im Kopf. Und wir? Wir können eigentlich nicht hart rausgehen in... Aber ist es Bedef Pixie? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nein. Oh, der hat keinen ersten Plot. Schade aber auch. Oh nein. Wenn da jetzt ne Psychiatek kommt. Warte, noch schlauer ist es hier in Vaporeon zu gehen. Es ist hier viel schlauer in Vaporeon zu gehen. Crit. Das war kritisch. Ich wollte grad sagen. Ja, wie gesagt, das war nichts. Also, auf AV, Aquana. Ja, was heißt so, der auf Aquana tut schon echt weh, weil er keine Recovery hat. Ja. Aber hätte es nicht... Ich weiß ja nicht, was da ein Gedanke war. Aber hätte es Bedef Aquana nicht auch gemacht? Wieso vorher attackst? Keine Ahnung. Oh, die LOL-Wende. Die LOL-Wende. Weil wir sind halt doch Assault-Best, ne? Ah, schwierig jetzt. Ja, das ist super weh. Auch der Special Attack-Drop hier auch. Aber er hat das mit dem Specs, glaub ich, noch nicht genauer erkannt. Also, er hat erst mal gesagt, Specs... Oh nein, Crit. Lass mich mal gucken. Passt der Ton bei der OASO, Leute. Das ist gut. Eigentlich. Für uns. Bahn kommt. Ja, perfekt. Perfekt. Okay. Wilder Play. Okay. Subi. Subi, Subi. Ja, aber jetzt kommt halt Crissable rein. Vorleich, ne? Naja. Aber Aquana ist jetzt halt useless, ne? Aquana... Ich hätte actually mit Aquana, glaub ich, Shadow Ball oder Skull gedrückt, weil der kommt auf Brocks rein, der kriegt keine Recovery mehr, der ist halt nur noch Death-Oder ab 4. Okay. Ab 4 ist er nur noch Death-Oder. Äh, das sowieso... Also, vielleicht war das... Ich überleg auch grade, ey, wie Aquana vielleicht als nochmal zusätzlichen Check für speziell offensives Katapultraub andererseits... Macht's bei Death... Ja, aber dann wär ich jetzt hier nicht für Rollwende gegangen, sondern für Skull oder für Shadow Ball. Entweder Skull, um irgendwas auf dem Switchout zu erwischen, oder Shadow Ball für die meiste Davage gegen Gardevoir. Schau mal. Okay. Ich mach nochmal ein bisschen lauter, Leute. Ich hoffe, das passt jetzt so. Ne, das ist, das ist auch wieder wild, wenn ich das mach. Oder? Weiß halt, wir wissen noch nicht genau, was er ist. Wir wissen noch nicht genau, was er ist. Yes or yes. Pass das so, Leute? Pass das so, Chat. Aber wir wissen noch nicht, was er ist. Wir wissen noch nicht, was er ist. Wir wissen noch nicht, was er ist. Und wir haben jetzt hier auch mit Peaks die Prinzipiell die Möglichkeit hier... Oh, Core Mind. Ja, der könnte so strong sein. Und hallo Tobito, was geht ab? Oh, ist gut. Geh doch für Core Mind. Und schauen, was kommt. Ja. Ne, ich sag, ich hätte schon Angst, dass er auf Bandit Brave Bird trotzdem geht. Kommt Akani, okay. Und du gehst auf Core Mind. Dann wäre ich sowieso direkt in Dings rausgegangen. In Cressair. Ja, das seh ich. Okay, was geht hier jetzt ab? Direkt Setup? Was ist das für Akani? Das wär auch gut to know. Was ist das für Akani, ja? Das fragt man sich. Oh Gott, wenn der Weich hätte... Ich mag das gar nicht, full life den Heelmove zu drücken. Mag ich gar nicht. Fühl ich nie. Also es gibt, ne, ich finde, es gibt Situationen, wo es schon gut ist. Ähm... Weiß nicht, ich fühl's so selten. Hm, ne, ich versteh schon die Gedanken. Vor allem, du rechnest jetzt nicht mit einem Flur Akani. Natürlich nicht. Aber Akani gerade auch so ein vielseitiges Mon, was irgendwie Sonntag, Solarbeam oder so sein könnte. Ja. Weakness Policy, whatever. Weiß ich nicht. Da fühl ich's nicht, dem einfach eine Free-Runde zu geben oder so. Oder Delegator oder sonst irgendwas sehr richtig. Ich weiß nicht. Ich glaub halt, in der Situation mit dem Wissen, was wir haben, äh, ist es halt so, dass wir uns das jetzt denken. Aber ich denke, das war ja jetzt hier kein Miss-Play gegen... Nee, Miss-Play nicht. Ist ja nicht das Miss-Play, sondern das selber gar nicht. Ja, und dass man selber den Play nicht mehr drückt. Ja, ja, ja. Aber ich versteh den Gedanken, einfach mal zu scouten, wenn wir die Möglichkeit haben in einem Bulkigen Pokémon wie Pixi. Oh Gott. Demon Protect zu scouten, ne? Okay, 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 okay. Er ist Fluch. Oh Gott. Okay, okay, okay. Well. Okay, Moment. Oh Gott. Jetzt geht's los. Wenn wir auf Plus 1 sind mit Call Mind. Ja, der macht dir aber viel Schaden. Das ist sehr scary, das ist sehr scary, yes. Ja? Ja, das ist es. Du musst eigentlich in Chrisea gehen. Das müssen wir auch nicht vergessen. Das heißt, der will doch mal das Clefable. Straight. Aber du weißt nicht, dass er Restalk hat. Ich weiß, aber das weiß er nicht, ne? Nein, 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 nein. Er denkt ja jetzt erstmal, oh, Fluch. Auf Plus 1 kill den Fall. Der hat Morning Sun. Ich geh jetzt hier an der Stelle raus, in Rotom Heat. Ja, oder in Rotom Heat, ja. Und der Box kommt mit Timo. Weiß man nicht. Gar nicht. Haha. Das ist ein Play. Ich weiß leider jetzt nicht, wie viel auf Plus 1 der Flare Blitz macht. Oh, kann doch auf Plus kommen. Der will doch auf Plus 2 gehen. Mhm. Ja, geht nochmal der Fluch. Okay, 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 okay. Auf Plus 2 macht der schon verdammt viel Damage. Verdammt viel Damage. Ja. Oh Gott, Leute. Ganz gefährlich. Restalk aber heute. Wir können lustig werden. Wir brauchen den Damage. Kampf geht noch ein bisschen, ne? Mhm. Aber finde ich interessant, dass er auf T-Bolt geht. Also auch gut so. Natürlich, wenn man das Set bedenkt. Aber interessant, dass er nicht auf Toxin, sondern auf T-Bolt geht. Das ist echt wenig. Jetzt möchte er doch prinzipiell auf Moonlight gehen, oder? Ja. Auf Moonlight. Auf Morgen auch, ne? Die T-Bolt können schon fast killen, ne? Ja. Ne, ich glaube, das würde ganz knapp übernehmen. Geh nochmal zu Thunderbolt. Das ist, glaube ich, mein Play. Stirbt er gar nicht hier? Das wäre sick. Ah, das reicht leider knapp nicht. Jetzt kommt Rest, ja. Jetzt kommt die Erholung. Oh, er ist Erholung. Jetzt kommt Sleep Talk. Ist er Sleep Talk oder Maron wäre? Er ist Sleep Talk. Er ist Sleep Talk. Ja, dann, ähm. Ja, dann, ähm. Aua. Also, einen nimmt er auf jeden Fall safe noch mit. Dann ist er aber auch noch nicht alles verloren. Dann ist er aber auch noch nicht alles verloren. Ich glaube, ich würde V switchen in Aquana und dann scrollen, äh, bis Aquana stirbt. Weil Aquana macht nichts mehr und dann macht Aquana noch ein bisschen was. Ich meine, dann hat er die Weakness Policy aktiviert. Weiß natürlich nicht, aber... Ah, true, true, true. Aber, in der Situation würde ich das wahrscheinlich eh nicht machen. Weil ich ja nicht davon ausgehe, dass er noch Weakness Policy hat. Richtig. Eieiei. Ich glaube, äh, Christian ist halt auch schwierig. Seha... Der ist zu langsam, der ist viel zu slow. Der macht halt nicht, äh, Seha ist halt schwierig in der Situation. Es wäre halt gut, wenn der, wäre halt jetzt echt gut, wenn der, ähm... So oder so haut dann. Hab das? Check. Ja, das stimmt. Schwierige Geschichte. Was mache ich da jetzt? Wie spiel ich das? Wie spiel ich das? Sind alles so wichtig, ne? Er hat sleep top best, bulk up. Hallo Freaks, was geht ab? Fluch. Na, nicht bulk up, sondern fluch. Boah, das ist ein starkes Set-Prinzipchen, das ist ein sehr... Und moin oin. Ich mein, guck mal, Aquana kommt hier rein und drückt sich noch zweimal Skull drücken, oder nicht? Ja. Weil der ist ja im Minus 2 Street. Wenn er halt nicht durchkommt, ja. Daniel Follow Leon. Ja, aber Glavitz könnte der vielleicht sogar noch leben. Nee, 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 nee. Aquana hat eine schlechte Verteidigung. Okay, auch okay. Zeig nicht. Oh Gott. Ja, okay. Mittag auf Kontaketen potenziell, ja. Oh Gott. So, Ollenhelm Damage und Flareblitz Damage. Das heißt, er muss jetzt hier gleich wieder auf Erholung gehen, bzw. jetzt muss er eh erstmal auf Schlafrede gehen. Wir gehen wieder auf den Mondschein. Oh, das ist schwierig. Wie umspiele ich das? Wie umspiele ich das clever? Der hat Rest. Das ist echt eine schwierige Geschichte. Mhm. Komm auch ein bisschen jetzt auf die Rolls, also die Sachen an die er kommt. Ich wüsste nicht mal, ob ich hier Stabrede gedrückt hätte, ich bin ganz ehrlich. Weil mit Flareblitz hätte er sich glaube ich selber getötet hier. Also nicht, ja doch, doch. Hätte er. Hätte er. Das war schon risky. Ich hätte hier gewartet, bis ich aufwache. Das stimmt. Also ja, ich hätte jetzt einen normalen Move gedrückt. Warte, hat er schon vorher nicht sehr gedrückt? Ja, er hat Mondschein gedrückt. Nee, davor die Runde? So, er wacht auf. Nein, nein. Das hat eigentlich, okay. Jetzt ist er halt schon noch bis rein. Also da hat Barry Actually echt bisher super viel Glück mit den 7 Talks. Er hat halt genau das bekommen, was er bekommen sollte. Ja. Das ist die Sache. Das muss ja halt von Moonlight gehen. An der Herstelle natürlich. Oder halt Aquana jetzt. Ich glaube, ich würde in Aquana jetzt gehen. Hm. Das ist heavy. So, Seah kommt, dann kommen da noch so paar Scalls. So. Das ist echt heavy. Auch wenn... Nee. Also tut er nicht. Aber wenn er so viel macht, dann hätte er eh in den reingehen können. Er ist es nicht. Er ist es ja einfach nicht. Also ich muss... Imagine Light Tower auf Rotom. Joa. Und hoffen wir jetzt, dass er Rest oder so bekommt. Was bekommt er? Fluch. Eieieiei. Joa. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Er hat von Schottet halt alles, ne? Ich muss... Ja, nicht alles. Christian überlegt, glaub ich, noch einen Hit. Auf Plus 4? Wir müssen den halt irgendwie... Wir müssen den halt irgendwie... Wir müssen den halt irgendwie... 100 Chippen... Auf 50 Prozent. Damit den Vaporeon... Ich glaub es war über 50 Prozent. Ja, okay dann. So, warte mal. Klingt der Flat Blitz? Na ja, dann kommt Vaporeon und kann ihn raus. Ja. Okay. Okay. Aber actually ist das... Seah kommt hier. Aber Seah kommt. Okay, okay, okay. Das war ja nichts. Scheiße. Das war jetzt dann ne zweite Sleep-Turn, ne? Jetzt geht er auf Erholung. Geil. Das... Ah, das wird nicht angeht. Dann geht er auf Erholung, weil T-Bold killt nicht. Naja. Ja. Ich sag V-Switch into Vaporeon. Komm mal auf Thunderbolt. Er soll mich killen, Mann. Wär's gewesen, ja. Er soll dich killen, nein. Aber er wird er nicht. Er wird doch auf Erholung gehen. Oh Leute. V-Switch into Vaporeon wäre der Play hier. Jetzt wissen wir's. Jetzt hätte ich Frage, wie viel Vaporeon macht. Der ist ja wahrscheinlich offensiver investiert. Wenn er irgendwie... Ja, aber guck mal, so viel wie T-Bold gerade gemacht hat. Tatsächlich. Das ist schon ne gutes Set gegen mich, tatsächlich. Irgendwie Crids oder so. Das wäre jetzt natürlich was Feines. Wir machen hier so das... Scrooge an S-Flow Game. Das Kuscha an S-Flow Game. Rotum zu verlieren ist echt weh eigentlich. In so einer Situation, das Kuscha an S-Flow Game will man nicht eingehen. Uiuiuiuiuiuiui. Jetzt war schon der Safe alles. Naja. Ich mein das nicht so wie bei Kuscha. Free has a T-Bold? Glaub ganz klar nicht, ne? Neeee. Das ist traurig. Er muss hoffen, dass er jetzt... Ich würd auch jetzt wieder... ...für nichts gehen. Nicht für Schlafrede. Ich würd's nicht machen. Weil dann kann er es revengen. Ja. Ja. Hä? Aber er hat Glück. Da wird echt Glück. Er hat übertriebenes Glück. Er will doch... Er will doch nicht... ...revenge werden. Er ist wahrscheinlich dumm. Also wirklich dumm. Aber es wäre der beste Outcome für mich. Jetzt Void wechseln. Jetzt Void wechseln. Und in Aquana gehen. Ja. Er sieht das. Nein! Wieso macht er? Mit Schlafrede dann den Flareblitz bekommt. Ja, aber... Du bist doch schneller. Du bist doch aber schneller. Ja. Er geht für Erholung. Und dann ist Aquana schneller. Gar nicht mehr. Und ab jetzt... Der ist auf plus 6, oder nicht? Weakness Policy macht eh keinen Unterschied mehr. Ich glaube, er vergisst, dass er auf minus 6 in it ist, oder? Ja. Ich glaube, ja. Er hat auch eben gesagt, dass er ja bulk up ist. Aber was ist, wenn er sich einfach denkt... Okay, es kommt sowieso Vaporeon rein und revenged mich? Ja, aber... Aber es ist nicht Barry's Play. Barry's Play ist immer Erholung. Boah, Barry hat so einen krassen Stück. War schön mit dir. Barry meinte so, dass er keinen Flareblitz bekommen möchte. Aber wenn er es nicht bekommen möchte, dann geht er auch nicht auf Schlafrede. Also, wieso entscheidest du dich dann der Situation auf Schlafrede zu gehen? Ja, richtig. Bringt hier ja nichts. Aber... Aquana soll ihn jetzt revengen können wahrscheinlich. Ich glaube... Ja, also ja. Aber er kann mit Flareblitz vielleicht noch ein... Ja, das kann sein. Aber es wäre okay. Wenn jemand besser spielen können, gebe ich zu. Das wäre okay. Aber wenn sie etwas denn jetzt hier killt... Also, ich hätte safe schon vorher in Vaporeon mal gehen können mit... Aber ja, es war nie Barry's Play. Also, Barry hat ganz häufig ganz ruhig auf Schlafrede gedrückt. Wenn Aquana stirbt, haben wir gar nichts mehr dagegen. Er geht auch raus. Er wächst jetzt raus, okay. Dein Follow Stefan. Merlin kommt. Das ist... Na, das Aquani-Set kann später noch gewinnen, wenn der weg ist. Richtig. Äh... Können wir auch irgendwie... Usen... Fluchtknopf? Fluchtknopf? Oh, cool. Ich finde jetzt den Zapdos raus. Mhm. Das sehe ich. Und setzt you turn ein. Jo. Weil you turn auch Aquana killt. Jo. Jo. Das reiß er natürlich. Jo. Ähm... Oder er dubbelt direkt raus. Das kann er auch machen. Dein Follow Luca. Nein. Einfach you turn... Außer du willst den Chip nicht fressen, ist ja die Frage. Jaja, genau. Er hat ja den... Warkei Hammer schon gesehen. Vielleicht... Ja, aber ich glaube Aquani ist es nicht, weil vielleicht könnte Pog auch... Ah! Okay. Bisschen Rückstoß. Aber... Damit kann er... Jetzt hier nochmal angreift, stirbt er. Könste ja trotzdem rausnehmen. Ja, das ist klar. Aber es war die Frage, für welchen Preis macht er das? Ja, ja. Aber guck mal, der kriegt ihn ja auch nicht mehr hochgehalten. Er hat ja keine Recovery. Ja, aber Galazapdos ist immer... Also gegen das Team, weil das halt so langsam ist. Ja, klar. Ja, ja, ja. Wenn Cress weg ist... Broken. Oder war der stirbt er überhaupt, wenn nicht? Der ist sehr ungeil. Der bekommt immer einen Kirin, der einkommt. Genau, der stirbt er. Naja. Aber wenn der das gelebt hätte... Boah. Ja, die Traden. Ich weiß nicht, ob der Trade etwas ist, was er eigentlichen will, aber... Da steht sehr gut für ihn. Mal gucken. Äh... Ich hab jetzt ganz vergessen, hier was einzutragen. Hallo Burger, was geht ab? Ist ja so ein Skarmarine. Jupp. Hm. Der Trade ist für den Pogbeißer, ja. Galazapdos ist halt sehr threatening. Ja. Sariel. Sariel kommt. Das ist Panzer Aeron. Okay. Wir sind schneller als Panzer Aeron und können da... Ach du Scheiße. Das ist jetzt nicht so schön. Klar, der kann das Defog, aber dann sind auch unsere Punchsteine wieder weg, was auch was ist. Der hat keinen Defog, aber der hat Spikes. Ey, warte mal. Und die sind lecker. Ja, weil dann schon von Poryon. Ja. Dann raste ich aber aus, glaube ich. Dann war er nicht. Nice. Das hört sich doch nice an, Tom. Dann jetzt schon mal viel Spaß fürs Football spielen später. Hört sich cool an. Ne, Bodycress. Okay. Wir haben die Antikampfbeere. Eigentlich für Galazapdos. Okay. Nehmt man mit, ne? Ja. Also, für uns gut. Für uns gut versteht sich da... Warte mal, der hat uns jetzt... Han Solo. Top Pro. ...60 KP gemacht. Das heißt, wir tanken im Prinzip noch nicht Bodypress. Wir könnten hier auf Konter gehen, aber der hat halt... Ich bin mal gespannt. Ich hab ja... Das ist ja der erste Kampf, den ich hier sehe. Ja, ist doch egal, ob der... Ob der Roboseight hat danach, aber du bist ja schneller. Kannst dann auch auf den Bodystam gehen. Ich will hier Konter drücken, safe. Will ich hier vielleicht auf den Konter gehen? Ja. Ja. Den hier rauszunehmen wäre super strong, actually. Oh, danke für den Reset. Oh, guck, 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 guck. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, okay, strong. Genau, jetzt auf Toxin. Oha. Strong. Okay, verstehe ich. Kann den nachvollziehen. Hat er wahrscheinlich gerochen wegen der Antikampfbeere. Naja, war actually strong. Okay, wir gehen jetzt hier raus in Pixi. Aber der ist Setup-Fotter. Ja. Naja, Barry hat den Konter auch mit, ja. Ja. Das ist stark. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann er nicht mehr, Setup. Gut, aber er hätte so oder so mal einen Torn draus bekommen, weil es gar mehr Reaction da ist. Außer Pixi-Speed-Invested. Aber ich glaube nicht. Wenn ich Full-Aid-Spiel sehe, wahrscheinlich auch Full-Death dann. Ich will den Mummler ausdrucken, glaub ich. Ja, das weiß halt. Machen wir bei. Ja, gut von Barry. Barry spielt jetzt gerade gut. Barry spielt gerade richtig gut, safe. Und das war schon vorher sehr viel Damage von Gadwar. Vielleicht war der echt Specs, aber es war... Er wollte wahrscheinlich im Mittag viel zu sehr für dieses... Geile Zapdos haben. Abblitz. Ja. Zwei. Zwei. Das ist der erste Kampf, Lukas. Aber der kann ja Kaun-Mind. Ach ne, er ist ja getraunt und shit. Jo. Joa, das ist ne gute Frage. Das Problem ist halt, sein Breaker ist Scarf Kadagami. Und da ist ein Panzer-Aeron. Das einzige, was hier gewinnen kann, ist noch Pixi mit Kaun-Mind. Eine Runde noch. Ja. Ne, warte, das war Runde eins von drei. Dann geh ich jetzt hier auf die Mundgewalt. Nein. Ja, ich sag, kann er machen. Also was soll Ordino machen? Ja, was macht Ordino? Er wartet, bis Taunt vorbei ist und dann Kaun-Mind er. Ja. Kann er irgendwen in seinem Team wieder hochheilen? Vakani? Bei 60%? Guck, jetzt kann er ein CM rausbekommen. Also, ich mag den, also den Play mag ich. Da ging auch noch nichts. Wenn der Tauntlet aufhört, okay. Ja. Upsa. Ah. Ich freu dich. Dale verloren. Nenn mich auf Jojo. Gehen wir hier jetzt schon aufs, gehen wir hier aufs Kaun-Mind. Wir müssen Druck machen. Wir müssen Druck machen. Hier aufs Kaun-Mind. Ja, Kaun-Mind ist richtig. Er geht hart raus. Ja. Richtig und wichtig. Elisabeth, das war Akani. Nee, das war der hier. Oh, jetzt kommt ein Trickbetrug. Ja, jetzt ist mein Magie schön. Und ooooh. Aber ist er dann direkt drauf gelockt, wenn er jetzt sein ist? Nein, ist er ehrlich. Danach kann er ja auch sein muss wechseln. Aber mag er trotzdem nicht eigentlich. Naja, ist er noch plus zwei ist wechseln. Aber mit diesem Pokémon, weil die Sache ist, dieses Pokémon ist halt so gut, wenn es nicht gechoist ist. Ah, zu uns. Also erstens, er hat sowieso Abgangsrund. Mhm. Und zweitens, er muss zwischen Moonblast und Donnerblitz hin und her wechseln, weil er braucht Donnerblitz für... Genau. Da, komm. Boah, leider ist... Schwierig, schwierig. Pock drückt, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Gerade. Äh, Domi! Vielen Dank für deinen Resub. Danke für 31 Monate. Der muss eigentlich killen. Die knallt richtig. Die knallt richtig. Ja, und das ist ganz schlecht. Weil er jetzt auf Abgangsbund geht. Genau. Ja. Auf jeden Fall, Domi, vielen Dank für den 31 Monate. Danke mit Stufe 2 mal wieder. Danke für den Support. Danke für den Support, wirklich. Sehr, sehr appreciated. Oh nein. Kann es sein, dass jetzt einfach immer jeder Abgangsbund gegen Pexy spielt, um den zu besiegen. Echt so? Ja, gib mich ja Barry, das hat ja auch schon gespielt mit Gardevoir. Was machen wir zu wenig? Ja. Ja, aber ich hab ja letzte Mal halt tot gehabt mit Abgangsbund und so. Naja. Ja. Ja. Oh, was zur Hölle. Nein, nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, ja. Echt nicht schon wieder. Nicht schon wieder. He doesn't know. Ja, ich hab mich zum zweiten Mal jetzt von Abgangsbund playen lassen. Das kann nicht wahr sein. Ich glaub nach dem Kampf wird Pog immer nachsehen, ob Monster irgendwo von Abgangsbund kann, ja. Ich denke, er hätte schon vorher für Gardevoir scouten müssen, was das kann. Nicht gut. Ja. Es war einfach nicht gut. Also zum Beispiel Trick einsetzen oder so, äh auf Trick dann auf Mittag gehen oder so. Keine Ahnung. In der Korna. Ich hab mal so ein krasser Unterschied, ich mach das nicht an welches Monat hier grad geht, glaub ich. Ray, Finnank für den Reset. Danke für sieben Monate. Das war ein fettes Prislafen, Chef. Ich find's gut. Sehr, sehr appreciated. Dankeschön. Aber stirbt er nicht? Stirbt er nicht im Hersatz? Na, ne. Ich hatte einen Eimer Tanschein. Spikes hat er. Aber der ist ja eh schnell, der kann ja eh gegen Roos. Aber wenn er kein Speed-Investment hat, ist Skarmory doch schneller. Das war wieder dämlich von mir. Das war wieder Seas. Timo. 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 Kann sich Katagami die Boosty holen mit Sanktoklinge und kann er da nicht potenziell durchgehen? Er wird doch jetzt erstmal Full-Skillen. Ne, durchgehen kann er nicht, da ist immer noch Patsaeron. Aber bei Full-Paras. Ha. Jetzt nicht mehr Full-Paras. Jetzt nicht mehr Full-Paras. Aber... Hm. Das war ein guter Play. Ich war ganz ehrlich, Katagami hätte noch Scary werden können. Ja. Mit den Full-Paras und so. Oh, die noch geht. Und jetzt muss direkt Patsaeron reinkommen, damit Katagami keinen Boost bekommt. Hm. Ja, sehe ich. Aber ich sag's, wie es ist. Und ich bleib dabei. Bei dem Press wird Patsaeron eigentlich nicht so viel gegen Katagami machen. Wenn er hier SD wäre, würde er gewinnen. Ja, deswegen muss er auch keine reinstecken, weil er muss Angst haben vor SD. Äh, Katagami, er darf sie nicht erst dienen lassen potenziell, weißt du? Naja. Dann sterben wir an dem. Das stimmt. Aber... Katagami ist halt schneller, ne? Und der nimmt ihn doch raus, oder nicht? Ja, er kommt halt immer noch Patsaeron mit Body Press rein, ne? Und nimmt jeden Hit. Ja, aber er geht auf Plus-Eins-Attack. Mit Katagami. Aber in was soll er sich locken? Ja. Sag du Klinge. Da hast du nur noch Kaifel, Akani fast tot und Pantheron. Actually stimmt, das ist so. Oh. Sag du Klinge, das ist ein bester Move. Moment. Katana? Wolltest du alles final von deinem Prime Minister ab? Ja. Wolltest du alles final von deinem Prime Minister ab? Sag es halt. Actually... Also Body Press, Kid Body Press halt Dingels ist die Frage. Boah, das finde ich so risky. Das finde ich so risky. Das finde ich so risky. Weil... Nee, 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 nee. Aber stell dir vor, wer ist die? Er hätte verloren jetzt. Verloren. Einfach verloren. Ich bereue jetzt an der Stelle, dass wir so oft sind. Ja, aber... Weiß er ja nicht. An der Stelle natürlich sehr. Ja, aber er darf ihn ja nicht set upen lassen. Aber... Ja. Aber set ups du in das Gesicht von Akani. Das musst du ja auch sehen. Also... Ja, aber... Pok ist ja an der Stelle, dass der Letzmon... Der hat verloren quasi. Der weiß nicht, dass er verloren ist. Nein, oder nicht? Body Press? Er macht nichts. Also macht genug. Das haben wir auf jeden Fall verdient verloren. Ja, Body Press würde vielleicht ein bisschen weniger machen. Ähm... Crazy. Ja, krass. Da hätte man es besser spielen können. Ja. Dieses Akani-Set war sehr strong gegen mich. Ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte ihn eher... Ja, crazy. Ja, so ein Set war noch nicht erwarten. Ja, das... Also das Set war sehr, sehr wild. Von... Vom guten Barry auch stark gemacht. Wie gesagt, Barry hat das auch sehr gut gespielt an einigen Stellen. Ja. Muss man dazu sagen, zum Beispiel auch gegen Miltank, dass er da dann auf Toxin gegangen ist, weil er dann mit Counter gerechnet hat, nachdem er die Rostbebeere gesehen hat, war das echt sehr nice gemacht. Ähm... Die Sets waren es halt teilweise nicht von Pock unbedingt. Von Pock, ja. Natürlich, wir waren... Wir waren nicht im Team wenig dabei. Äh, jetzt ist es immer ein bisschen einfacher zu sagen im Nachhinein, hey, oder auch schon im Vorfeld natürlich... Ja, aber halt einfach... Ist halt einfach Fakt so, wenn man beide Sets vergleicht, dass Pock-Sets, die er mitgebracht hat, gegen Barry-Sets, halt einfach nicht waren so. Ja, ja, aber gut. Ich meine, wir waren nicht beim Team wenig dabei, äh, bezogen darauf, was er sich gedacht hat und, äh... Ja, klar. Das ist ja auch kein Auge. Das ist ja einfach nur Feststellung. Also, es ist halt jetzt in dieser Situation natürlich ein bisschen blöd gewesen. Im Kampf, ja, wie gesagt, da hätte Pock da gescoutet, wäre es vielleicht eine Option gewesen. Ich meine, da kommt ein Gardevoir rein, Trickbetrug ist jetzt nicht abwegig und Pix ist dann der einzige Win-Con auf diesen Punkt. Bedeutet, erstmal vielleicht rauswechseln. Und Trick-Datsby-Bond hat, hat er letzte Woche auch gegen mich gespielt. Ja, gut. Also wenn Pock nicht das... Das hat er wahrscheinlich, äh, gesehen. Also, Pock meinte... Ja, muss man sich ein bisschen mit seinen Genern... Ja, macht er, macht er, macht er, macht er. Er hat ja zum Beispiel gegen Belex, hat er, äh, auch die Teamlings gesehen und so weiter und so fort und hat dann ja auch irgendwie was, äh, da erwähnt. Hey, der spielt wahrscheinlich Elements in den Wunder, weil Belex das und das denkt. Äh, und deswegen hat er seinen Full-Speed Jolly Katagami gespielt. Also, da würde ich auch, äh, kein Auge machen auf Katagami, äh, auf Pock. Ja, ist natürlich set für Pock, aber GG an Barry hat er gut gespielt. Wir gehen natürlich auch nochmal, äh, gratulieren, äh, wollte ich fast schon sagen, bei Pock. Nein, äh, wir schicken einmal den Link rein. Wir schicken den Link rein, dass ihr einfach mal alle schön einen Like da lasst. Bin gestorben auf Pock. Beim guten, guten, äh, Pock. Und wie viele Likes hattest du, als du das erstmal eingeschickt hattest? Äh, 170. Okay, wir machen, warte, wie viel machen wir voll, Timo? Hau du mal raus. 200. Alter, schwach, schwach. Also, die 200 machen wir ja mindestens voll, Leute. Was ist das denn? Das wäre auch schwach, wenn wir... Also, das ist ja ein bisschen lahmarschig, wie ihr grad hier so seid. Halt ich den Fabi, was geht ab? Leute, gönnt mal. Gönnt mal. Wo ist das? Ist das ein Remix von Lavandia-Filmen? Ja. Das ist es. Auf jeden Fall, ja. Leute, lasst mal ein bisschen hier Support da. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, aber Barry, der Katerpultrat war auch wild. Das war auch, das war eine wilde Sache. Bei mir ist alles gut, Fabi. So, wir gucken mal rein. Ja, Leute, jetzt lasst mal die Likes da. Es ist ja hier immer noch schwach, schwach, schwach. Wir sind hier, wir sind immer noch genügend Leute, die hier mal kurz zu dem guten, ähm, Pock rübersteppen können. Und kurz mal ein Like da lassen können. Ne? Ja. Naja. Hast du schon ein Like da gelassen, Timo? Na, selbstverständlich. So wie ich es nicht gehört, weil... Ja? Ist der Like oben, wird man dich loben. So sieht's ja aus. Richtig. Wieso bin ich jetzt gemein, Kinders? Ah, wenn man diese Augen machen... Dann schauen wir wieder so rein, ey. Ich meine ja gar nicht mehr den Chat von Timo auf. Werde hier nur immer gebashed. So ist das nämlich. Ich mach gar nichts. So ist das nämlich. Frech. Habt ihr Birgs schon gesehen? Ne, das war der erste Kampf, den wir grad gesehen haben. Ich finde ich meinst, irgendwas zu einem nicht zu verletzen. Das weißt du. Pff. Ja. Lassen wir das. Okay. Ja, Press stinkt, lol. XDDDDT, Timo, du bist so lustig. So. Wir haben die 200 Likes voll gemacht. Wir werden Timo's Kampf auch natürlich noch gucken. Das ist klar. So Timo. Mal wieder der wachsende Timo hier am Start. Der ein Schild hoch hält. Wir schauen nämlich genau jetzt den Kampf von Timo gegen Maxi von Vogel. Und gucken natürlich in die Sicht vom guten Maxi von Vogel. Dem süßeren Vogel von den beiden. Ähm. Ja. Mhm. Wir sind Vogel, Timo. Wir sind beide 2-0, Timo. 2-0, Timo. Wir haben 2-0 Barry gesagt. Wie viel hat Barry gewonnen? 3-0, ne? 3-0, ja. Leider. Hat Kicktipp nicht gegönnt. Hat Kicktipp nicht gegönnt. Ja. Einmal Kicktipp. So. Dann würde ich sagen. Okay, ich hatte gerade kurz Angst, weil ich so bei 35 Minuten war. Dann dachte ich so, hä. Weil ich hab grad den Kampf schon reingehauen. Und ich hatte kurz Angst, dass wir uns hier spoilern. So. Maxi von Vogel gegen Timo-san. Eure Mann. Und wir skippen einfach mal in den Kampf rein. Nachdem er erstmal seine Dingens gemacht hat. Okay. So. So. Möchtest du? Soll ich? Am besten sag ich was. Weil du bist ja ein bisschen uns biased, ne? Du hast ja den Kampf gemacht und so weiter und so fort. Ich finde es. So. Ich weiß ja, was Timo sich gedacht hat beim Team-Mail. Timo dachte ich so, Leute. Matchup gegen Maxi von Vogel fühle ich einmal gar nicht. Der Maxi von Vogel wird sich safe irgendwie auf Trick-Room mit Gorrason vorbereiten. Jungs. Ich spiele einfach keinen Trick-Room. Meine Strategie ist es. Direkt in der Team-Preview. Soll sich der Maxi von Vogel denken, ach du meine Güte. Wieso hat der Junge da keinen Trick-Room dabei? Stimmt, ich will seine Reaktion gleich sehen. Genau, das können wir sonst machen. Ich glaube, wenn ich dieses Team von Maxi sehe, dass es nicht unbedingt so schlimm war. Er hat zwar sowas wie Bizarro-Service auf Azumarill, was natürlich eine wilde Taktik ist. Aber am Ende des Tages eine Geschichte zu spielen auf einem Pokémon, die halt gegen Bizarro-Room gut ist und auch irgendwie taunt oder so. Oder Zugabe war das. Ist jetzt erstmal nicht allzu schlecht. Und sonst sehen wir hier Saika-Beere, Bauch-Trommel-Grandiras. Und das finde ich so gefährlich gegen das Team von Timo. Das finde ich... Uiuiuiui. Dann wird Citro-Beere, Alola-Snobillikat. Wie gesagt, Bizarro-Service, Azumarill. Den Gedanken habe ich gerade eben schon erklärt. Bizarro-Service macht sich minus eins oder minus zwei im Bizarro-Raum. Also minus eins innen. Oder minus eins innen. Und dann wechselst du das raus. Und hast dann aber später halt so gesehen auch noch immer noch... Also ich glaube der ist so investiert, dass er schneller als Alola-Know-Beere ist. Wenn der Bizarro-Raum nicht aktiv ist und sobald der Bizarro-Raum von dem gesettet wird, ist er halt auch schneller als Alola-Know-Beere im Bizarro-Raum. Und das ist halt eine coole Sache. Und Alola-Knocker sind beide gleich schnell. Alola-Knocker und Alola-Knocker. Richtig. Und deswegen ist das dann besser als Eisenkugel zum Beispiel, weil du halt nicht so krass auch davon ausgehen musst, dass es kommt. Oder darauf hoffen musst, hey Elola-Knocker ist aktiv. Sondern im Moment of the One kannst du auch immer noch gewinnen. So, dann haben wir noch Bollenheim, Landris, Giftschleim, Reflex. Ich weiß gerade nicht, wahrscheinlich Fistelf, einfach Lando. Ich weiß nicht, ob dieses, also wie das Reflex gerade investiert ist und was das für ein Set ist. Das habe ich tatsächlich nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es war für Fini und Kokoda, oder nicht? Das kann sein. Maxi hat mir auf jeden Fall nicht die Sets geschickt, sondern ich glaube, er hat mir einfach die Sets im Call mal gezeigt gehabt. Nachdem der Kampf war. Und dann hat noch Lefty's Rachi und auf Timos Seite sehen wir Kargoron mit den Überresten. Kerzerbeere. Ah ja, schon die Kerzerbeere wegen Dingens. Reflex. Reflex unter anderem. Ein bisschen Elektro-Coverage potenziell. Dann haben wir Rihornjur, das war mit der Eifelbeere. Genau, Spedef. Dann haben wir Kabukime, das, war das mit den Überresten ausgestattet? Fistelf, Leftover, Steafog, Knock-Off, Surf, Moonblast. Dann haben wir das offensive Beidorfisch. Mit Schwertanz, Schuppenschuss, das könnte wild werden. Zorak ist wieder mal am Start. Ich meine, letzte Woche war Zorak ein Wilder. Und Spex Zorak sieht ja auch nicht schlecht aus. Dann haben wir noch Boots, Galar Arctos, der soll so ein bisschen herumpiviten, mit sehr ein bisschen Action machen, Spukball, dies, das und halt ein bisschen mit der Geschichte herumspielen. Also Beidni, du wolltest ja nicht tarnen. Du wolltest jetzt Karon als Zorak tarnen, ne? Ich will Zorak als Karon tarnen, ja. Genau, andersrum, genau. Karon als Zorak tarnen, ja. Gut, ich würde sagen, wir nehmen wir mal rein, oder? Gut. Warte, ich will mir die Reaktion anbauen. Let's go fucking go. Hallo Ice Cube, was geht ab? Okay, wir sehen tatsächlich Galar Arctos, ach du Scheiße, ich brech weg. Wir sehen kein Tapu Koko, wir sehen kein Kigli, was sehen wir noch nicht? Wir sehen kein Porygon und wir sehen kein Alola Knogga. Wow! Wow. Das ist genau das, was ich wollte. Kein Knogga, interesting, interesting, interesting. Okay. Aber wir funktionieren jetzt noch nicht so aus der Bahn geworfen. Das ist gut. Bizarro Service Bike funktioniert ungefähr nicht. Ja, das stimmt. Tatsächlich ist da Galar Arctos. Irgendwo habe ich damit schon gerechnet. Das ist okay. Das sieht mir alles sehr danach aus, als wäre die Wind Condition Celestila. Es könnte aber auch Arctos hinauslaufen. Ja, nee. Tatsächlich, da Miriel kein Mon mehr... Zweimal Fallage, leider. ...was sie checken muss. Basically könnte ich... Nicht leider, ich hoffe, dass die Biodo Fish Action macht. Also ich könnte da mit Maliden eigentlich. Ich glaube, mit Miriel Leiden, Knock-Off oder Parting-Shotten hört sich ganz gut an. Habe ich eine bessere Option? Ist nicht falsch. Mit Lieber könnte ich leiden, aber da verliere ich gegen den Rehornier-Lead. Gegen Miriel, da kann ich wenigstens Knock-Off drücken. Das wäre ganz gut. Sicher, das ist ein Smart-Spiel. Ich hoffe, das passt so. Je nachdem, womit du leadest. Daniel Follow-Bank. Das habe ich dir erzählt gehabt. Äh, du leadest immer mit... Warte kurz, warte kurz. Ich hatte es im Kopf, ich hatte es im Kopf. Fini und drückt Knock-Off. Ja, stimmt. Schau dir sein Team an. Ja, doch, Fini. Das ist gut für dich. Ja, das sieht gut aus. Wir gehen rein. Das ist gut für dich. Ja. Aber ich verstehe aus seiner Sicht, dass Daniel das für mich hat. Aber für mich ist es halt richtig gut. Wir haben beide 2-0 auf Timo getippt. Wir reißen jetzt die Bude ab und zeigen den Leuten ein richtig geiles Match. Da wäre ich auf jeden Fall für zu haben. Wie ich auch zu zu haben bin, ist mal... Aus wieder 7-3 Minuten, weil wir auf 1-2-2-5 schauen. Und er leadet mit Fini. Können wir machen, wir müssen vielleicht ja noch die... ...die Sache hinterher oder so. Ja, bei mir gehen die Kaffe auch für 35 Minuten, deswegen... Okay. Die Nachbesprechung, weil das Wort, was mir gefehlt hat. Okay, es ist super interessant. Die Musik feiere ich auch hier in der Geschwindigkeit. Ich hoffe, ich wäre jetzt Scarf. Ja gut, Scarf, Kabukime. Kann man machen. Aber weiß man jetzt nicht. Aber spoilere mich doch nicht. Wie sagst du sowas? Also spoilere mich unbedingt dabei. Das ist das Gute, dass wir alle Fini uns in Gegensetzen hat. Abschlag. Hey, follow Dark Dragon. Heißt keine Überreste mehr für uns. Ich double an der Stelle raus im Bike. Denn ich rechne hier mit die Hornjore. Und ich denke, das dürfte dann mein bester Play sein. Ich wäre ja das Ganze unvoreingenommen schauen. Deswegen... Das ist ein bisschen schwierig. Na gut, klar. Dann wäre ich nicht mehr unvoreingenommen. So, 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 so. Kurz auf Tino nochmal gehen. Äh, Baldorfisch, klar. Quillfisch. Und diesen werde ich jetzt knockoffen. So ein Final Fantasy-Namen, ne? Bei dir? Let's go knockoff. Okay. Was gerade gefragt wurde. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Muss mal live machen. So. Ähm, okay. Da haben wir einen knockoff drauf. Haben wir Leftovers? Ich glaube nicht. Ich glaube... Na, das hätten wir sowieso nicht gesehen. Der war mein. Ja, das Verlierer-Foto kommt noch. Ne, es ist tatsächlich Kime. Oh, interesting. Kapukime über Quillfisch sein-switchen anscheinend. Ja, sag. Ist okay, dass die Lefties da weg sind. Ja, ja, ja. Was ich... Daher follow Paul. Ich drücke jetzt nicht einfach Play Rough. Den Papukini. Ähm. Drücke ich jetzt nicht einfach Play Rough. Könnte man machen? Ja, ich sehe eigentlich relativ wenig was gegen einen Knuller. Sprich, demnach drücke ich den mal. Ich sage Kapukime von Grandias wegbekommen kann ich halt komplett verschwinden. Ich kann mir vorstellen, dass ich unbedingt Chip auf Tapukini brauche. Ich kann mir vorstellen, dass er das als... Ähm... Wobei... Warum sollte er nicht direkt... Also, er killt halt nicht. Ja, auf plus 6. Klar killt er mich mit dir. Ja, aber er muss ja das mal... Also, wenn er halt nicht dazu kommt. Auf plus 6 zu kommen. Ich bin für Surfer gegangen, weil ich plus 6 berinket habe. Ja, okay. Macht ja keinen Schaden, Leute. Was war denn das? Ja, ja, kein Schaden. Was hast du noch im Set? Mondgewalt? Ja, Mondblast hab ich. Okay. Warst zu sehr von diesem AV-Ding... Ich drücke jetzt Abschlag nochmal. Bist du da von diesem AV-Ding ausgegangen, ne? Von was? AV-Ding, ihre Facts vielleicht. Ne, dem hab ich doch schon sein Item abgeschlagen. Oh ja, stimmt. Ja, ja, na Moment. Ah ja, wegen Giftstein dann warst du so okay. So, und ich stell mir halt, okay, ich krieg ihn nicht mehr gekillt. Aber mit dem nächsten Anges... Krieg ich ihn wahrscheinlich und... Also, Google-Angriff ist nicht mehr gekillt, aber... Ja, aber mein nächster Angriff fehlt ihm von fast allem, wenn ich den angreifen möchte. Ach, das meinst du? Deswegen will ich nur noch sein Item wegnehmen. Ja, ja. Hat er mit Quillfisch und Zoroak ne Strategie? Da hast du den Bizarro Service gesehen. Ich hab auch nicht meine Kapi auf Bikes so dringend. Ja. Das ist so viele Fragen. Deswegen hab ich dir gesagt, dass ich den Bizarro Service gesehen hab. Ja, ja. Das eine Water-Ferry-Mon wie das andere Water-Ferry-Mon. Ja. Das Komo sieht echt gefährlich aus. Okay, hat er vielleicht ein offensiebes Quillfisch mit Swip-Swim mit dabei? Jetzt kommt Beide auf die Schwim. Aber... Das wär aber zu früh eigentlich. Okay, sehr zu früh, ja. Tja, und ich schwipp'm Schluss dringend oder so. Das ist Zoroak. Und ich denk mir halt, okay, der macht halt nichts gegen Kargorun. Ja. Also, der macht halt nichts, der geht halt raus. Weiß ich gar nicht. Ich würde dich echt gerne knock-offen, to be honest. Ähm... Und ich glaube, das mach ich auch. Versteh ich den Gedanken. Aber er muss es nicht. Ich kann ihn nicht rausnehmen. Ja, aber knock-off auf Stealer ist nice. Und wie wichtig ist Asu ab dem Punkt? Wie wichtig ist der, wenn dann Beide aufwisch ist? Ich hab mir gedacht, er will den sich safe mit Rhyperia aufsparen. Weiß ich nicht, ob das notwendig ist. Rhyperia sieht so ultra gefährlich aus für den Rhyperia. Ja, was macht Rhyperia aber gegen Dando? Außer du spielst als Ice Punch. Spiel dich. Es ist Zoroak. Daniel, follow Rocky. Gut, das hätten wir dann auch geklärt. So, dann bist du auf U-Tang gegangen. Ja, deswegen bin ich für U-Tang gegangen und das hab ich jetzt halt richtig nach hinten geworfen. Ja. Aber ich hatte keinen Bock, dass der jetzt... Aber ich sag, wieso nicht einfach mal einen Angriff drücken? Oh, er kriegt jetzt nicht richtige. Ja. Okay, gut. Das heißt, die können wir jetzt unterscheiden untereinander. Also, was hättest du verloren? Bei Rhyperia war drauf. Bei Rhyperia gewesen. Dann gehst du auf Rhyperia und bekommst Rocks. Ja, ja, ja. Also, ich seh da halt kein Problem. Ich hab nicht weiter nach vorne gedacht. Ich hab einfach nur in dem Moment gedacht. Ja, du machst grad sozusagen zu viele... Ich denke, er wechselt raus und Predictive Plays. Ja, ja, ja. Aber du brauchst nicht Predictive. Ja, jetzt hab ich halt die Karte dabei verloren. Hat Timo dich eigentlich schon gewonnen? Denn du hast deinen Kampf doch auch gewonnen. Eigentlich schon. Ich hoffs. Weil mir mein Dings eigentlich noch sehr wichtig wäre. Ja. Ja, ist bisher nicht so gut für dich. Nee, Maxi ist safe gerade vorne. Ich geh auf Libra rauf. Ja, Maxi ist gerade vorne. Ich bin mal gespannt. Weil jetzt hat er Asyl immer noch da und... Ja. ...stealer genockt. Luftschnitt kommt. Okay, Bild. Okay, da kommt der Luftschnitt und ich drück jetzt Toxin. Ähm, Quit, okay? Nehm ich mit. Nehm ich mit. Ist natürlich cool, aber es ist auch zu langsam eigentlich, um was zu machen. Und ich drück jetzt direkt Toxin auf Rebornor, um halt das bestmögliche aus der Situation rauszukommen. Er geht aufs Schutzschild, okay? Seh ich. Wusstest du erstmal scoutest? Wahrscheinlich wirklich Seed Protect. Hm. Kann Stealer... Also ich meine, dass... Ich würde Taunt feiern. Okay, wird er es im Set haben? Eigentlich muss er es im Set haben. Aber Toxin eigentlich auch. Ich drück Double Toxic. Ich drück Double Toxic. Ich glaube, dass er hier rausgeht. Er bleibt drin. Okay, gut gemacht von Timo. Gut gemacht von Timo. Erdbeben. Jetzt? Ja. Schau dir an, wie geil jetzt der Stealer aussieht. Aber, ähm, die Welt ist nicht zu Ende. Er hat Erdbeben und Luftschnitt, ne? Ist das richtig? Ist das richtig? Ist das richtig? Ähm, Erdbeben und Luftschnitt. Erdbeben und Luftschnitt. Aber sehr kram. Ist das Philipp? Viel Spaß beim Nachholen. Ich hab ne Idee, Jungs. Ich hab ne Idee. Ich geh in Chrom. Erdentziehung, ja. Ich geh auf jeden Fall in Chrom. Dann hab ich mir auch bloß einen Steff, ne? Und hab die jetzt die Protect. So intimidate ihn. Joa. Aber Erdbeben macht immer noch... Ich weiß nicht, wie viel Erdbeben macht. Er ist halt nicht offensam. Ich drück auf Kehrt, Wendel. Ja, ja. Aber ist halt immer nur 135, 140 Tag. Wie schattet der? Auf seinen Luftschnitt. Ankor ich ihn. Sonst kommen wir halt erstmal eh zusammen. Nice crit, Lando. Aber da kannst du ihn auch... So entweder drückt halt jetzt Seeds, oder der dritte Luftschnitt. Und ich denke eher, dass er Seeds drückt. Aber Luftschnitt würde ich mehr fühlen. Nur der 45 Tag, wenn man meint. Die gehen daneben. 90% sind 90%. 90% sind 90%. Hallo Täter, was geht ab. Nicht so geile. So, danke für den Resub. Kuss, kuss, kuss. Ja, gut. Also wenn er dich darauf zu gehabt... Es wird halt wichtige Recovery auch. Seh ich. Seh ich. Recovery wäre jetzt nice gewesen. Da steht also. Hätt's danach halt auch erstmal protecten können. Ich denke, er geht hier weiter auf die Seeds. Richtig. Und? Ja, er geht für die Seeds. 90% sind 90%. Jetzt geht's auf Protect. Aber er wird jetzt Schutzschild drücken. Und auf dieses Schutzschild... Er geht auf Callmind. Und dann werde ich ihm Zugaben. Boah, der kriegt richtig viel Scheiße, oder? Boah, das Set ist echt gut gegen Stealer. Und dann werden wir Zugaben auf sein Schutzschild. So, Schutzschild kommt. Das Set ist gut gegen Stealer. Ui, ui, ui. Okay. Daniel Followern, Granularflame. Das hab ich noch zu meinem Theme-Present. Äh, Rachi. Äh, Rachi. Äh, Rachi sechne Zorak. Characters verliert. Rihornior nimmt ein Hit. Ja, Rihornior nimmt ein Hit. Der ist komplett für die... Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich sag, es ist trotzdem ne gute Ausgangssituation grad für ihn. Wenn du nicht direkt rauswechselst. Oh, ja. Ein Sub. Wenn du direkt rauswechselst, dann machst du alles richtig. Ein Sub. Ein Sub. Ich könnte wie gesagt Zugabe drücken. Blau Aura, vielen Dank für den Resub. Danke für 30 Monate. Lass mal ein fettes Platz laufen. Schatter, danke für den Support. Sehr, 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 sehr appreciate it. Dankeschön. Danke für den Support, man. Danke, danke, danke. Fuck. Ah, Psykik erst gewesen, ne? Okay, du machst den guten Play. Ja, fuck. Psykik erst gewesen. Maxi, konzentriert dich, man. Nee. Ich sag, ich würde Maxi da nichts vorwerfen direkt. Tue ich ja nicht. Macht ja Maxi selber. Hä? Hä? Ich... Sag das jetzt zu Maximilian von Vogel. Kicktipp. 2-0 haben wir beide getippt. Ich glaube, ich hab nen Land und er sollte jetzt nicht auf EQ gehen. Eigentlich sollte er... Da ist noch mal ein paar Press Laughs da. Danke für den Support, man. Wenn der Rocks liegt, ankeu ich ihn drauf. Ne, darf ich gehen. Fuck. Was soll das? Timo, hör auf mich zu lesen. Haha. Ja, okay. Das war schlecht. Also ich sag, in der Situation würde ich... Ich würde ja auch mal auf Erdbeben gehen, weil ich Angst hätte, dass er immer noch mit Flashcannon... Also dass er Flashcannon hat. Übel viel Damage macht. Richtig. Oder warte, stopp, 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 hat er... Ne, hat er zu einem Punkt schon alle Angriffe gerevealert, ne? Ne, ich hab Zugabe noch nicht gesehen. Aber ich hab Chip Damage auf Raid bekommen, okay. Doch hat er nicht grad Zugabe eingesetzt auf dem Switching? Da steht Zugabe 8 von 8. Wir haben gesehen, der muss... Okay, ne Moment. Ja, und Syogeneser hat auch nicht gezeigt. Richtig. Stimmt, T-Board hat er vorhin gedreht. Stimmt, stimmt, stimmt. Der hat nur T-Board und Call Meint gezeigt bisher. Ja. Und ich hab mir halt okay, der hat wahrscheinlich Flashcannon und ich will den einfach rausnehmen. Ja, ja. Also ich verstehe komplett den Gedanken, dass du immer auf EQ gehst. Und ich hab Eis Punch, falls er in Lando geht. Ich könnte jetzt auf Noey gehen und Submen, das würde mir aber sehr viel verlieren. Ich könnte auf Noey gehen und Submen, das würde mir aber sehr viel verlieren. Ich könnte auf Noey gehen und Submen, das würde mir aber sehr viel verlieren. Aber der killt nicht, ne? Nach... Gettroher. Ah, das war... Das war nicht gut. Komm doch so ein Set drauf an. Jetzt will ich's zu sehr, ich overprodukte gerade zu viel. Freut mich, dass du schon so lange im Start bist und das jetzt auf Twitch bist, man. Hallechen. Ne, du Eis punchst den. Ne, doch, wobei, brauchst du den noch? Reflex ist weg, Raji ist weg. Den brauchst du gar nicht mehr, du Eis punchst hier. Oder legst Rocks, eins von beiden. Aber wahrscheinlich eher Eis punch. Hm, ich will meine Rocks raus haben. Was? Ja. Na, seh ich, okay, das wisst ihr. So, der kriegt schönen Bollenhelmschiff. Ich kann jetzt entspannt auf Erdbeben gehen eigentlich. Hallo, ein Ende. Rocks wäre es eher gewesen, Present. Seh ich. Weil, IQ killt nämlich nicht ohne den Bollenhelmschaden und der bringt mich in meine Kaste bei der Range. Oh, ja, stimmt. Das hast du nicht nachgekalkt, ne? Und du hast da zu schnell gedacht. Also ich wusste ja nicht, welches Set der ist. Ich wusste ja nicht, ob offensiv der ist. Ja, aber... Ich weiß ja gar nichts. Aber ich sag... Wenn er offensiv gewesen wäre, hätte ICP ihn hier killen können, weißt du? Seh ich. Aber wenn er offensiv ist, killt er sich doch auch mit Erdbeben, oder? Wenn er so banned ist oder so, keine Ahnung. Oder Softcess. Ja, dann hätte er mich ja so oder so gekillt. Dann wäre er... So, weißt du? Aber... Ja, keine Ahnung. War mehr oder weniger 50-50. Ja gut, 50-50 nicht unbedingt. Aber ich sag... In Retrospektive natürlich Rocks in der Play. Ich verstehe, wieso du Eispann schreibst. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich kann nicht missen. Okay, what's get up? Ja, das hier. Ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt kannst du nicht mit Luftschütten und so missen. Aber ich kann jetzt hier Erdbeben durchdrücken. Egal was kommt, ich kann hier einen richtig guten IQ rausknallen. Hm, maybe... Hat die Beere von Timo Stryperia gemacht? Äh, das war die Eifelbeere, die gibt dir Priorität, wenn du unter 25% kommst. Beim nächsten Angriff. Also er geht natürlich auf Protect. So, und jetzt krieg ich ein Erdbeben aber raus, was richtig stark ist. Ja. Aber Galaraktos kommt rein. So, ich bin natürlich bepflanzt. Das ist super nervig, aber... Tunneltier? Er tunneltier. Er drückt direkt Erdbeben. Also er ist halt Erdanzüge raus, was halt trotzdem Schal noch wagt ist, ne? Ja, aber... Aber macht halt nicht so viel. Gibt Egelsamen zusammen? Hallo? Hallo? Du hast Boots. Wie geht's dir? Also ich verstehe halt, wieso... Oh, wobei, das macht zu viel. Ja, okay, ne, 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 ne. EQ war immer sein Play. Ne, 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 ne. Ja, ja, ja. Ich dachte gerade, das macht weniger. Aber du weißt nur... Du warst so Full-HP, Jan, ne? Nein, 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 nein. Okay, ne, 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 ne. Der ist offensiv. Wir müssen jetzt hier mit Miriel gehen und dann den... Danke. Kein Ding, Arti. Bin gespannt, dass von Arti Kuno selbst kommt. Genesung. Genesung, ja. Sehe ich ein, dass das gut sein kann. Ah, das wird noch... Wild. Dieses Grandirast ist halt scary. ...erwartet habe. Friesenglair wird drauf sein. Er wird wahrscheinlich Hurricane drauf haben und dann noch... Beidorf ist halt auch wild eigentlich. Hm. Aber Steeler ist nicht mein Problem, glaube ich. Steeler ist sogar ne Möglichkeit für mich. Na, Steeler ist schon nicht schlecht, aber das hat... Come on. Mehr als Sub, aber... Jetzt hat die Frage, ob Timo er liebst, die du als Sub-Aufgang dir ausdrückt. So, du kommst und du gehst gleich schön auf ne Schmarotzer drauf und du kriegst auch vor allem minus 1 gleich reingedrückt von mir. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder Egesamen. Ob es nochmal der Schmarotzer ist oder ob es jetzt der Partingshot in Chrom ist, den zu sacken. Ich muss kurz was nachgucken. Komo O gegen Celestila. Das ist halt die Frage. Boah. Das wird gleich spannend. Dieses Grandirast. Mit Air Slash. Okay, wir machen das so. Wir gehen jetzt auf... Okay, passt auf, passt auf. Abgangstirade. Gehen wir drauf. Okay, okay. Hier ist die Abgangstirade. Jetzt wird Grandirast erst gesackt. Äh, Grandirast sag ich schon. Lando gesackt. Dann kommt Grandirast rein. Und dann ist die Frage. Aber Present. Ja. Warum ist ne Deathboost? Okay, wir gehen jetzt für den Sweep. Wir gehen jetzt für den Sweep. 90% sind 90%. Ihr Gesamtverfehlen. Oh, das ist schlecht für mich. Ja, aber ist das... Also... Der ist nervig. Ist nicht mehr da. Aber... Also in dem Moment denke ich, dass das richtig kacke für mich ist. Das ist jetzt bad. Ja. Also für mein Mindset ist es richtig schlecht in dem Moment. Verstehe ich. Aber so gesehen hast du jetzt grad ein Setup von Grandirast abgewertet. Aber das weiß ich ja nicht. Ich hab ja keine Ahnung was da ist. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Verstehe ich. Ist halt aber wie gesagt eigentlich gerade gut für dich. Yeah. Miriel, hallo. Wie geht's dir? Jetzt kannst du nämlich wieder Egesam und bekommst jetzt wieder mehr HP. Ja. Was wichtig ist. Was ist sehr sehr wichtig. Na ja, jetzt bist du eigentlich an dem Punkt, wo wir denken... Weiß ich bin ja das allgemein. 12% leider. Also ich hoffe, er denkt jetzt also an meine Mutter fickt, wenn er jetzt double seedet. Ich hoffe, er denkt jetzt an meine Mutter fickt, wenn er double seedet. Ich hoffe, er denkt jetzt an meine Mutter fickt, wenn er double seedet. Okay. Schon schön. Ja. Problem ist nämlich jetzt hier minus 2 zu gehen. Ist auch blöd. Eieieieieiei. Dieser Steeler hab ich so... Mit Kargoron? Ja. Aber ich hab's viel offensiver gesehen. Boah. Ich weiß halt nicht. Rechne es mit diesem Sieg-Fern-Gam-Set. Wir versuchen es nochmal. Eigentlich nicht. Du gehst von... Zehntaus. Was ist das? Dingens aktiviert sich. Die Fähigkeit. Oh ja. Du gehst auf plus 4. Äh, plus 3. Na ja. Ich hab's vergessen. Oh nein. Abgangstirade auch. Oh nein. Ja. Oh nein. Ich sag bei Galactus kann man schon mal vergessen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab's vergessen. Oh nein. Ach Gott. Ja das sagt man gerade. Was macht er gegen Galactus? Also Mon verliert er halt jetzt erstmal. Fuck. Hätten diese Seeds connecten können, bitte. Mann. Wir haben Dank für den Raid. Ja alles gut gelesen. Aber nein. So muss ich jetzt... Hätte er mal die Leads Seeds connected. Gegen Lando, ne? Wenn der jetzt Ability oder so hat, dann hab ich verloren, weil ich so bin. Weil ich nicht nachdenke. Boah dieses plus 3 Ding, ne? Wenn du so Setup wärst, alter. Hm. Das wäre so wild. Das ist wirklich nervig. Vor allem eigentlich auch gegen das Team. Ist auch mit Bedroher Lando und so ist das eigentlich voll stark. Ja. Und ich kann eigentlich alles wegboxen da. Was hat diese... Wenn der Scarf Zorak ist, dann ist das okay. Aber er hat Shadow Boy okay. Weißt du, beim Team-Making ist der vor... 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 Er ist natürlich drauf gegangen jetzt. Ähm... Dann... Was geht? Ja, es könnte sein, dass ich jetzt verloren habe. So, ich muss in Muriel gehen. Okay, Prezi, hab ich jetzt eine wichtige Frage. Ja. Und mein Abschlag ist... Was würdest du machen jetzt hier an der Stelle? Was für ein Set hast du? Ich hab Seah, Shadow Ball, Genesung und ähm... Und U-Turn. Schmarotzer Two-Shottet mich hier ab dem Zeitpunkt. Aber das heißt, du kannst da gegen Rusen, weil er unter 50% macht oder wie? Ne, 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 ne. Also, ne, 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 ne. Ich kann nicht gegen den... Ich kann nicht Recover gegen den drücken. Ich verliere das auf Dauer. Du bist aber auf Minus-Eins. Aber auch mit Knockoff. Ich glaub, der macht ultra viel Schaden. Ich hatte irgendwas gekalkt. Auf jeden Fall. Safe kann er... Ich gewinn das Match ab nicht. Safe nicht. Okay. Hundertprozentig. Dann wahrscheinlich rauswechseln. Aber was wächst du dazu raus? Wie wichtig ist Skala Arctos? Skala Arctos ist schon wichtig, wenn man sich Grandios anschaut. Ja, richtig. Aber du hast keine Psychokinese, sondern halt Seah. Was halt auch bescheuert jetzt für das Match-Up ist. Deswegen... Also, ich müsste den auf jeden Fall wegbekommen. Shadow Ball Two-Shotst ihn ab hier. Mhm. Ja. Und ich denk mir halt, okay... Ja, ist aber kacke. Ich bin langsamer. Deswegen geh ich für Slow-Momentum. Mit der langsamen U-Turn. Boah, ich weiß nicht, ob ich den Play fühle. Okay, pass auf. Das ist mein Play, weil der genau gleich stark ist wie Schmarotzer, wenn er keinen Impact-Investment hat. Ich kann es doch nicht einschätzen. Dann muss ich den jetzt drücken. Pass auf. Aus Schmando. Jetzt passe ich auf. Ah, das ist jetzt nicht gut gelaufen. Das ist wirklich nicht gut gelaufen. Ich bin schneller. Du bist schneller. Hätte ich hier Shadow Ball gedrückt, hätte ich gewonnen. Also, da hätte ich Safe gewonnen. Da hätte ich hier den Kampf schon gewonnen. Da hätte Gala Arctus alles besiegen. Ja, aber du... Ich hätte hier nur... Was machst du gegen Grandiras? Ja, Seha drücken. Seha, ja. Aber... Ja, gut. Ja, dann stirbt das Pokémon. Und dann stirbt das nächste Pokémon durch Seha. So, weißt du? Also, das kann er dann nicht mehr gewinnen. Dann kriegt er keinen Setup. Das Safe-Up weiß ich immer noch nicht, weil... Könnte aber, glaube ich, noch Setup kommen in der Theorie. Wie... Je nachdem, welches Mon du es ist. Weil die Sache ist halt... Ähm, der geht dicht dann. Ich war nicht ganz mag Speed. Nee. Und dann geht... Geht er danach in Lando rein. Und wenn Lando stirbt... Aber er kriegt kein Setup. Weiß ich nicht. Ja, je nachdem. Wir schauen erst mal weiter. Ist ja noch nicht vorbei. Okay. Er will seine Boots nicht verlieren. Gut zu wissen. Auch mit Shadow Ball hätte ich gewonnen. Okay. Shadow Ball hätte hier getuschtet. Ich glaube, das ist nicht aller Tage Abend. Wie gesagt, ich muss... auf Celestealer einen Partingshot bekommen. Oh, okay. Oder du. Okay, aber dass ich dich knock-offen kann, ist glaube ich auch geil. Dann weiß ich, dass du nicht gescarved mehr bist. Weil Sub nicht sehr er-countern. Prinzipiell, ja. Wahlglas hatte der. Okay. Sub würde sehr er-countern. Und der hat der Kugel sicher? Heißt das, dass ich mal kurz... Der Kugel sichert... Ja, dann... Hat der Kugel sicher? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Weil der Sub würde sehr er-countern, das stimmt. Also ich weiß nicht, ob du das Saved gewonnen hast. Ja, aber wenn er Sub, wenn er Sub, da kommt der Seher und kann dann mit... Kann dann rausbeifischen Kantschuppen Schuss drücken. Das gewinnt halt gegen Sub. Okay, warte mal, warte mal. Zoroa. Okay. Ja, je nachdem wie oft der halt hittet. Ja, ja, ja. Also ich würde nur nicht sagen, dass du das Saved gewonnen hast, ab dem Punkt. Ja, aber wie gesagt, das sagt der auch noch mal weiter. Naja. Extrasensory. Genau, diese Extrasensory auch mein Komo interessiert mich gerade. Uh, 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 okay, okay, okay. Miriel. Miriel, schau. Ja, da hätte er auf jeden Fall Saved verschauen. Das meinte er halt damit. Wir drücken wieder Partington. Ja, der Flugattacke, ja. Ja, ja, ja. Er geht ja davon aus, dass du Psychokinese trotzdem noch hast. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber weißt du, aber... Also Flugattacke allein würde reichen, ja. Ja, Antipsychiatake brauchst du nicht. So, und jetzt Abgangstirade. Okay, Freunde, okay, okay, okay. Jetzt kommt Grandias rein. Ja. Wir gehen raus. Und bekommen Setup. Du hast keinen Sondersensor, ne? Doch, hab ich. Ah, okay, aber... Aber der macht auch minus 1 zu wenig, nur noch mit Flinch gewinn ich jetzt. Und der sollte mich eigentlich, wenn er mich angreift, immer auf meine Range bringen. Let's go, Ballybrom, let's go. Sondersensor. Der dürfte nicht über 50 machen. Der macht nicht über 50. Bauchtrommel. Oh, hast du Sucker Punch? Spielige Kiste. Oh, hat er Sucker Punch. Hat er Back Sucker Punch. Oh, 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 oh. Dark Pulse, Sludge Bomb, Extra Sensory. U-Turn müsste sein letzter Slot sein, glaube ich. Wir haben U-Turn schon gesehen. Spielige Kiste. Ableitiv ist es. Ja. Wir haben seine U-Turn schon gesehen. Let's go. Let's go. Let's go, Drain Punch. Wer ist der Boynhem Beiderfisch gewesen? Kommt der Boynhem bevor oder nach? Er kommt bei einem Kölfisch wie was aus dem Kölsch ist, blablabla. Aber, Freunde? Der Heilung. Erst kommt die Heilung. Erst kommt die Heilung. Naja. Ja. Also, wenn es das jetzt nicht ist, dann haben wir verloren. Aber, wenn es das ist, dann let's go. Dann let's go. Also, ich dachte, es wäre langsamer als Stabilikat gewesen, das ist das Problem. Mal wieder reinzukommen. Er geht raus, er geht in Quilfisch. Er geht 100% Quilfisch. So, ich gehe jetzt raus in, weil ich kann es gut erklären, was ich jetzt hier mache, weil es viele Leute hinterfragt haben. Ja. Ich gehe raus in Zapdos. Ja. Dann gehe ich raus in Quilfisch. Dann zack ich Zorak, dann gehe ich wieder raus in Quilfisch und dann gehe ich raus in Kargoron, weil in meinem Kalk hatte ich noch die Kerzabäre drin und dann habe ich gesehen, okay, ich kann den T-Punch leben, potenziell. Je nachdem. Aber Uplight-Teap ist sowieso meistens ein Player oder nicht und dann killt er trotzdem auf plus 6. Ja, aber wenn er für T-Punch geht. Er ist ja dann auf minus 4, wenn er dann für T-Punch gegen Kargoron geht. Aber geht er auf T-Punch, wenn er auf Uplight-Teap killt? Er geht. Also, ich kann nur sagen, er geht am Ende auf T-Punch. Okay. Aber da hattest du doch kein Item mehr, oder? Da war das Item ja schon weg. Nee, aber ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass es... Ich habe nur einen Kalkargon eingeben und die Kerzabäre war automatisch drin. Ich habe sie nicht weggemacht. Ah, okay, okay. Und das ist das, was ich jetzt versuche. Also hier drückt er natürlich T-Punch, weil er weiß ja, dass das Item weg ist. Ja, ja, ja. Ja, aber das ist nur das, was ich mir gedacht habe in dem Moment, weißt du. Ja, aber ich glaube auch, wie gesagt, immer noch, wenn du langsamer gewesen wärst, hättest du nicht safe gewonnen. Du kennst Halbier von Steelers runter? Ist das gegen? Ich gehe davon aus eigentlich. Also, ich gehe davon ziemlich stark aus. Guck mal, ich gehe mit Shadow... Aber wieso? Ich gehe auf Shadow Ball und töte Persian. Ja. Okay, du gehst zweimal auf Shadow Ball, ne? Genau. Ja, genau, genau. Dann gehe ich den Grandiast, was macht er dann? Dann gehe ich den Grandiast, was macht er dann? Aber schau mal, schau mal, er tut... Hey, ne, man meint, aber wenn du langsamer bist, dann fällt... Du gehst ja auch zu Jutern. Ja, aber ich sage ja, dass ich, wenn ich schneller bin, gehe ich für Shadow Ball. Ja, ja, genau. Okay, das ist... Genau. Dann kommt Grandiast rein. Dann kommt Grandiast rein. Du drückst sehr. Ich drück sehr. Richtig. Und die Frage ist, was magst du in der Situation, er drückt? Richtig, was magst du in der Situation? Richtig. Und das Problem ist... Killt er mich? Wenn er mich killt, hat er verloren. Das Problem ist, wenn... Maxi... Also Maxis Hoffnung ist halt in der Situation... Der Bellydrum hat er auch verloren. Weil er langsamer ist ab dem Zeitpunkt dann. Er ist nur... Wieso? Das ist nur besser, wenn er Sub drückt. Er kann nur... Ja, wenn er Bellydrum drückt, dann ist er nicht in der Selectberry Range. Dann revenge ich ihn mit allem. Ist doch egal, danach Subt er. Danach Subt er. Danach Subt er, ja. Du, er drückt Bellydrum auf deinen Seher, dann Subt er. Aber dann geht sein Sub. Ja, und dann ist egal. Dann hat er gewonnen, immer noch. Das ist die gleiche Situation. Er hat seine Selectberry. Er hat seinen Plus 6. Er hat gewonnen. Aber es ist halt die Frage, ob er wirklich Bellydrum dann gegen... Also die Frage ist, was Maxi in der Situation macht. Ob er sich einfach denkt, ich will noch einen Punkt für die Differenz vielleicht mitbringen. Keine Ahnung. Oder halt sich denkt, ich drück Bellydrum, weil ich muss hoffen, dass er keinen Psycho- oder Flugattack hat. Ich bin auch ehrlich, ich wusste bis eben nicht, dass er Sub hatte. Ja, ja. Also ich wusste nicht, dass er auch Sub hatte. Aber deswegen... Also ich finde halt deswegen schwierig, dass du sozusagen Vorwürfe... Also Vorwürfe sowieso nicht... Nein, deswegen habe ich das gesagt, weil er hat gesagt, dass er keinen Sub hat. Also ich meine, genau. Könnte es anders sein. Ja, also du musst ja erstmal da nichts vorwerfen, aber... Ja, richtig, richtig. Vor allem, du rechnest ja nicht damit, dass Aluras Nobilic hat unbedingt langsamer als die Skala Arctos ist. In der Situation... Ja, das war halt das Problem. Immer für einen Win wäre ich ja. Wie gesagt, ich kann komplett verstehen, dass Maxi dann sich halt denkt, okay, was kann ich machen gegen einen Arctos? Wenn er eine Psycho-Attacke hat, dann kittert er mich sowieso. Und wenn er nichts hat, dann gehe ich auf Bellydrum. Genau. Ist halt die Frage, ob du sozusagen in dem Moment in diesem Mindset drin bist. Aber im Normalfall ist das sein bester Play, weil seine einzige Hoffnung muss halt sein, er hat nichts, um nichts zu treffen. Und wenn er was hat, dann verliert er ja sowieso. Deswegen, wie gesagt, dir würde ich da nichts vorwerfen. Und ich würde auch nicht sagen, hättest du es safe gewonnen oder so, wenn du Spukball gedrückt hättest. Weil du dadurch natürlich auch selber so ein bisschen ein Mindset kaputt machst, weil du denkst, Hätte ich jetzt hier Spukball gedrückt, dann hätte ich gewonnen. Aber ich würde, wirf dir das nicht vor, das meine ich. Nee, nee. War das Bulletproof-Kugel sicher? Ja, ist es ja. Ja, ja. Äh... Afghani Katz, vielen Dank für den Resupp. Nee, es gibt eine andere Sache, die ich mir vorwerfe. Und zwar, dass ich mich nicht getraut habe, ab einem gewissen Zeitpunkt Baldofisch rausholen. Weil, ich hab's am Ende von meinem Kampf gesagt. Mhm. Derjenige, der zuerst seine Wincon reinholt, der gewinnt. Ja, seh ich. Und ich hab Baldofisch nicht reinbekommen. Weil Baldofisch hätte safe schon, hätte schon so viel gewinnen können ab dem Zeitpunkt, wo Rifex und Girache weg waren. Also Action hätte er auf jeden Fall machen können. Safe, safe. Und dann wär ich nach einem Schuss immer schneller als Grandirast gewesen. Auch auf plus eins durch die Selectberry. Ich würd sagen, bevor wir komplett in die Nachbesprechung reingehen, lass uns erstmal nochmal das Ende schauen hier von Maxi. Ja, das ist das Ende schon. Ich weiß, natürlich ist es blöd für dich, aber wir müssen Maxi dir trotzdem das geben. So, natürlich. Ich weiß, für dich ist das nicht schön. Das verstehe ich. Baldofisch kriegt gegen Azumaril Setup. Er kriegt keinen Setup. Er kommt gegen Azumaril rein und kriegt gegen Ding Setup gegen ähm... Das wollte ich sagen. Ja, aber wenn du SD drückst und der Abgangstirade, dann geht dann was rein, was schneller ist wie Land. Aber Land ist glaube ich nicht schneller, wenn du es wirst. Negatan kommt rein. Ja, das kommt natürlich auch. Aus der Speed. Weiß gleich. Ja, jetzt geh ich halt in Zorak, geh dann wieder raus. Baldofisch, bla bla bla. Aquajet. Ja, ja, ja. Ist ja auch letztendlich dein Player irgendwie da. Ja, weil ich halt auch diese Kerzer wäre noch im Kalk runter, weißt du. Ja, ja. Dann machst du keinen Schaden. Naja, dann ist das ok. Wir gehen hier für Thunder Punch, I guess. Wir sind auf Plus 5, das sollte killen immer. Ja, 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 jetzt mach das so. Jetzt mach das so. Schade Bibi, du hast das echt probiert, Bro. Okay, jetzt sind wir nur noch auf Plus 4. Hast du rein, Bibi? Ich stell dir vor, Kerzer wäre Baldofisch hier. Wir gehen gleich runter auf Plus 3. Er hat ja auch generell ein paar gute Mindgames gehabt. Also ein paar Mindgames gewonnen. Wer? Du. Das meine ich. Du hast ja auch ein paar leise Places gemacht. Am Anfang des Spiels. Achso, ja, ja, ja. Ich bin auch nicht unzufrieden mit meiner Leistung. Ich sage auch, dass es ein guter Kampf war. Aber es war halt einfach schlussendlich das. Ich hab halt das Granirass-Set auch gar nicht in mich gesehen, weißt du. Ich wusste nicht, was mich da erwartet am Ende. Ja, ja. Und, ja. Kann Krillischisch T-Punch auf Plus 2 leben. Aber er ist auf Plus 6 und er kann nur zweimal mit Doha reinbringen. Ja, ja. Ja, mit 3-2 ist natürlich noch alles, aber... Es schmerzt schon. Natürlich. Also noch nichts sagen, weil könnte noch alles passieren, bla 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 bla. Aber das müsste doch Game sein. Sag mir, dass das Game ist. Bitte. Bitte sag es mir, Timo. Sag es mir, Timo. Sag es mir ins Gesicht, Timo. Sag, dass es Game ist, bitte. Donnerschlag. Du bist das Cowboy, ja. Oh mein Gott. Sag es mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sag es mir. Sag es mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich freue mich natürlich auch für ihn, dass er das gewonnen hat. Weil Maxi hatte diesen krassen Abwärtstrend. Oder er hat diesen Win, glaube ich, für das Mindset richtig krass gebraucht. Natürlich ist jetzt nicht die beste Situation auch für dein Mindset gewesen, weil dein Gedanke war, ich gehe 6-1 bzw. 5-1 und dann haue ich B-Dex weg oder will halt mit 5-1 gegen B-Dex reingehen. Ähm. Aber ganz ehrlich, haust jetzt nächste Woche Mo weg und dann haust du halt B-Dex aber weg und dann bist du trotzdem in einer insane Situation. Und deswegen sage ich, lass dich davon nicht von der 10. Klar, da stehe ich immer noch 5-2, klar. Das ist immer noch 5-2. Deswegen fettes GG hier an Maxi. GG. Hat er sehr schön gespielt, schön gebaut. Auch GG an dich. Du hattest ein paar nice Plays. Auch hier, ne. Es gibt auf beiden Seiten Sachen, die man vielleicht so sehen kann. Also vor allem natürlich, du siehst jetzt in Nachrichten so einige Sachen. Hätte ich das so und so gemacht, dann hätte es vielleicht so und so laufen können. Aber ich würde mir da gar nicht so viel vorwerfen. Vielleicht am Anfang des Spiels mehr als am Ende. Weil ich glaube, da wolltest du zu viel predikten, obwohl du nicht predikten musstest. Ich glaube, das ist das Einzige, was du dir vorwerfen kannst in dem Kampf. Ich finde, wie du das Endgame oder das letzte Drittel gespielt hast, da kannst du dir aus der Situation heraus nicht viel vorwerfen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wie gesagt, den Anfang... Maxi hat mich, by the way, auch angeschrieben nach dem Kampf. Mhm. Und hat geschrieben. Ja. Wolltest du dir nur noch eins sagen. Du warst meiner Meinung nach der deutlich bessere Spieler in dem Match. Und wir hören uns später. Okay. Gleich noch das Team meiner Meinung nach besser als ich. Wie gesagt, trotzdem, ich finde, der Sieg ist hier nicht unverdient an der Stelle. Nein, selbst nicht. Und deswegen, Fadis, GG. Panic with me, danke für den Prime-Sub. Ja, nochmal, Dankeschön für den Support. Das war Fadis plus Love im Chat da. Dankeschön. Lass du ein Like bei Maxi da. Genau. Ich muss noch den Kampf rein posten. Ich bin heute ein bisschen langsamer unterwegs. Wir lassen ein Like da. Ich hab schon geliked. Leute, wie viele Likes machen wir voll bei Maximilian? Du entscheidest wieder. Okay, dann machen wir anscheinend die 200 voll. Dann gönnt mal. Mach die 200 voll. Eben wurden auch gefragt, wie entschieden wurde, wenn die 1 Liga 2 ist. Letzte Tabelle, also der letzten Season, Season 7 wurde genommen. Die ersten 8 Plätze sind in Liga 1. Also die, die noch aktiv sind. Ja, und Zetra Maxis selbst. Und alle anderen in Liga 2. Und alle 9 natürlich sind auch automatisch dann in Liga 2 erstmal. Ähm. Manchmal muss ich gucken, wen ich von beiden zuhöre. Dieser Moment, wenn bei allen anderen immer reinredet, so witzig immer, wie beide Leitzeitsstaaten und beide Zenden reden. Das kann öfter mal passieren. Das war's jetzt mit der GPA-Soul-Link. Die fängt einfach am nächsten Spieltag wieder an. Also nicht indem ich verliere, sondern indem ich einfach wieder jeden Kampf gewinne. Gemeinsam. Also die Sache ist die, es wäre echt wichtig, dass Mo heute gegen Blocky gewinnt. Das Video hier. Ähm. Das seh ich. Aber es wäre auch wichtig... Weil wenn Mo gegen Blocky gewinnt, dann bin ich immer noch Zweiter. Da hat sich da für mich nichts geändert. Ja. Short-Term ist finde ich aber sowieso nicht so wichtig. Wichtig ist vor allem, wie Belex heute spielt. Das sowieso. Das sowieso. Ob Dennis vielleicht Belex stürpen kann. Mir hat Dennis' Titel nicht so gefallen und mir hat's gefallen, dass Mo gestern bei mir im Teambuilding-Stream da war. Da hab ich mir ein bisschen gedacht, okay, vielleicht hat er sein Kampf gut getaucht und er wollte beim Teambuilding dabei sein. Vielleicht hat er ja gewonnen. Die Sache ist, ich glaub, Mo ist eine Person, der ist sowohl bei einer Niederlager als auch bei einem Sieg im Stream dabei. Weißt du? Mo und Blocky, die waren beide einmal bei einem Teambuilding-Stream da. Blocky, letzte Woche als er gewonnen hat. Mo, diese Woche als er gewonnen hat. Ich seh das. Ich seh das. Ich denke, bei Mo ist eine Person, die muss nicht gewinnen, um dabei zu sein. Ja, aber... So, wir haben dann Mo's Teambuilding fertig geschaut. Ja. Und dann hat Mo auch wieder reingehauen und dann war er wieder weg. Okay. Interessiert natürlich auch nur das Teambuilding von ihm, ist ja auch klar. Ja. Ich feier das Team. Ja, das feier ich auch. So. Leute. Damit haben wir die 200 Likes hoffentlich vielleicht voll. Ja, Lyron. Will klar. Perfekt. So, wir gehen... Du warst aber auch dabei obwohl du verloren hast. Okay. Welche Seite schauen wir? Wir schauen Mo gegen Blocky. Wir gucken mal. Ich will bei Mo schauen. Okay. Dann schauen wir beim guten Mo. Weil der nächste Kampf ist doch Mo gegen Blocky, ne? Bin ich nicht... Ja. Ich bin da richtig. Timo sagt 3-0-Bau. Fraser sagt 3-0-Blocky. Und Maxi sagt warum auch immer 45 zu 0-Bau. Was? Ich glaube er hat sich verzisst. Also ich mag diesen Tipp. Egal was passiert. Ich hoffe, dieser Tipp tritt ein. So. Ähm. So. Oh, ein kurzer Kampf aber auch wieder. 25 Minuten. Holisch. Eieiei. Wo sind wir denn hier? Ja, aber ich sag... Es steht in den Sternen. Aber die Sache ist die. Es steht in den Sternen. Könntest du auf Sternet Medagross gezielt sein. Kann alles sein. Kann auch Wunschtraum sein. Ja. Aber... Ja. Weil die Sache ist nämlich die. Medagross ist ganz schlecht hier. Ist ganz, ganz schlecht. Aber da... Lass uns mal die Dings hier. Was ich spannend finde... Ja. Ähm. Können wir rein skippen? Ne, was ich spannend finde ist tatsächlich... Mo hat bisher sehr, sehr lange... Also viele lange Kämpfe gehabt. Also generell... Sein Team ist halt auf lange Kämpfe ausgelegt. Blocky hat einen sehr, sehr offensiven Kader. Prinzipiell ist das Matchup, denke ich... Ohne groß schon drauf zu schauen... Das ist eigentlich immer was nice für Blocky. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt. Weil du hast beide Team-Buildings gesehen. Ja. Oh nein, 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 nein. Okay. Ich hab auch nichts gesehen. Ich hab auch nichts gesehen. Ich hab direkt rund weggezogen. Ach, scheiße. Alter. Ich hab gesehen, dass es eine Eins war. Ich hab nicht geschaut, ob es weiß ich oder nicht. Ich hab einfach nur auf die Timeline geschaut. Und zurückgedingst. Alter, jetzt hab ich den gleichen dummen Fehler gemacht wie du letzte Woche. Also... Du hast schon dreimal gemacht... Es ist das zweite Mal. Das zweite Mal. Das zweite Mal. Das zweite Mal. Einmal LPP, einmal GPL und jetzt ist es das dritte Mal. Ja, aber in der GPL. Es ging um die GPL. Das sind nur von Blocky. Können wir immer noch später schauen. So. Ich würd sagen, wir gucken einfach mal rein. Timo, erzähl mir was zu den Teams. Also... Oh nein, Leon hat's gesehen. Ähm... Blocky hat Rocky-Helme-Stream-Arene. Ja. Full-Special-Attack, glaub ich. Ich glaub, der hat kein Spiel-Amass mit. Ich sag, wieso habt ihr auch immer ein Layout? Wenn ihr kein Layout hättet, dann würde sowas gar nicht passieren. Das ist die Sache. Ah, ich hab kein Layout geachtet. Noll. Das ist nämlich die Sache, weil Layout ist immer so eine Geschichte. Aber ich hab extra deswegen runtergeschaut zur Timeline. Okay, okay, okay. Ja, hab ich auch. Erzähl weiter. Äh, Incineroar... Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was der hat. Chad, was hat er nochmal? Incineroar? Der war nicht erst hier, oder? Äh... Der war, glaub ich, irgendein Crazy-Set tatsächlich. Ah, der war so... Nein, der war AV. Oh, AV ist... Nice. Ey, wie fahr ich gegen das Team von... Ja. Aber... Wow. Der hat überlegt, ähm... Next Strike zu spielen. Das ist, glaub ich, dieser Sound-Move, ne? Also das ist der Move, der Sound-Attacken blockiert von... Genau. Hyper-Voice. Genau, genau. Und den hat er überlegt zu zocken, hat er aber dann verworfen und hat dafür die... Wie heißt die andere Attacke, die auch englisch... Dark Lariat. Dark Lariat gespielt. Und Next Strike wär so hart gewesen, weil das ist ein Wish-Call-Mind-Schallwelle-Mystic-Fire, äh... Das wär nice, aber die Frage ist, Dark Lariat, was macht der nochmal? Fünf Schaden weniger und Dark Lariat umgeht Fist-Death-Boost, was ich nicht so krass sehe. Ich glaub, ihm ging's wirklich nur um diese fünf Schaden. Aber für Sylveon wär das so nice. So unendlich. Ist halt Next Strike falsch als Idee immer. Ja. Aber hat er leider nicht mitgenommen. Dann haben wir... Pass auf. Wir haben LD Metagross. Ja. Mit... Sternhieb. Ja. Erdbeben. Ja. Und ich glaube, sein letzter Move war tatsächlich T-Punch. Okay. Und da fragt man sich... Willst du gegen Rot und Mon verlieren? Antwort. Ja. Mon hat so extra die Kyoya-Bere mit. Blockiert einfach keinen einzigen... Eis... Äh... Eiswurf. Oh ja, ich hab ja noch den Ding. Er hat einfach keinen Eiswurf in seinem Team. Also shit. Und Rot und Mon sieht deswegen richtig gut gegen... Gegen, äh... Metagross aus. Oder allgemein gegen das Team. Finde ich, sieht ja echt nicht schlecht aus. Sehe ich. Ähm... Dann haben wir Garchomp mit Flammenwurf, Erdbeben, Schuss und ich glaub den Tarnstein. Ja. Wir haben Boreos, der ist so ein bisschen defensiv. Der hat nur U-Turn und Psychic als Angriff. Mehr hat er scheinbar nicht gebraucht. Oder ich glaub er hat noch ein Knock-Off und noch ein Move. Also war ganz weird das Boreos. Ganz, ganz weird. Und ein... Four Attacks... Was wohl mit... Den Schutzholzern, damit der von Flammkörper-Heatron nicht gebürnt wird. Ich sag... Feiert man... Es ist Flammkörper-Heatron dabei. Natürlich ist es Flammkörper-Heatron. Ich sag, feiert man... Der kann ja auch EQ natürlich, so... Ja, ja, ja. Aber wenn der mal irgendwie drain... Der will halt einfach... Genau. Also... Ich... Ich find die Idee cool. Ich find die Idee cool. Nee, die ist nicht... Ist nicht verkehrt auf jeden Fall. Denn wir sehen nämlich auf BQ, äh... Sugarberry-Heatron. Ja. Wir sehen den Choice-Garf, ähm... Latias. Was ich sehr geil finde. Denn... Pass auf... Ja. Der ist so ausgelegt, dass er... Plus-eins-Schuss-Guard-Trump immer outspeedet. Ja. Und der ist so ausgelegt, dass er Agility-Edemant-Metagross outspeedet. Und Blocky hat Agility-Edemant-Metagross dabei. Stark. Und der hat Mystic-Fire auf Latias. Stark. So. Das ist strong. Dann haben wir Wish, Barbieri-Bellen, Call-Mind, Mystic-Fire und Schallwellen-Silvion. Was ich auch unendlich nice in dem Match-Up finde. Finde ich auch supergut. Ja. Wir haben Expert-Belt, ähm... Rabigator. Ich glaube sogar, der hatte... Genau, das ist Schuppenschuss-Hochmut-Rabigator. Oh, okay. Der ist cool. Ich wusste legit nicht mal, dass der Schuppenschuss kann. Maxi und ich gestern, wir haben das im Team-Ebinger gesehen. Was, der kann Schuppenschuss? Der ist richtig wild. Auch gegen das Team. Und auch der könnte auch sehr wild werden. Wenn Buzz-Wall weg ist, dann sieht er wild aus. Safe, 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 safe. Dann haben wir Ki, Roya-Bern, ähm... Rotomau. Ich weiß nicht mehr genau, was der hatte. Aber der ist halt so ein bisschen ein V-Switch, äh, Ding. Ki, Roya-Bere für... Was genau? Eispunch-Meteros. Und... Eispunch-Meteros und... Eispunch-Meteros, okay, okay. Jaja. Und zu guter Letzt haben wir Fokuser-Scheirodactyl, was immer sein Lead werden soll, weil... Oder wir halt einfach irgendwas anschauen. Rocks und... Ne, 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 ne. Der hat 4-Attacks. Und die Sache ist die... Oh. Ich bin ehrlich zu dir, Preston. Ich glaube, ich hätte Bandit hier mehr gefühlt. Weil... Er hat Erdbeben, Steinkarte... Ja. Eißzahn... Und Duel Wingbeat. Das sind die 4 Best Moves. Mhm. Und er spielt es mit Sash in einem potenziellen Buzz-Wall mit Rocky Helmets und Garchup mit Rauhaut. Ja, also... Und da, ich weiß, es ist sein Lead. Und deswegen sehe ich, dass er den Fokus-Code haben will. Aber Buzz-Wall und Garchup sind da auf jeden Fall fast immer seine Switch-Ins. Ja. Und dann ist der Sash halt eigentlich egal. Aber es hat auch gestern noch jemand im Chat geschrieben. Ja, aber der kann den halt mit Fienara wieder mit Wish vielleicht hochrein. Dann hat er seinen Fokus-Code wieder in den Takt. Aber weiß ich nicht, ob ich den so fühle. Ich glaube, ich hätte Bandit eher die Boots oder Band gespielt. Auch wenn BDX das nicht gefallen würde, ich hätte Live Orb gespielt, glaube ich. Ich glaube, Band wäre es auch nicht, weil ich hätte mich nicht gerne gelockt gegen das Team. True. Aber ich sage, mit Live Orb hätte ich den sehr, sehr hart gesehen. Das wäre strong gewesen. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Kampf rein. Ja, Sir. Warte, wir können noch ein bisschen vorspulen, bis die... Generell, alle Monds für Moves. Ich kann sehen super gut aus, ja. So, warte. Der Ton, warte. Sagst du was? Moves, sagst du was? Okay, sagst du was? Ich hoffe, der Ton passt. Ach so. Nicht skippen. Was denn? Und ich bin äußerst gespannt, wie dieses... Weiß ich gerade nicht. Ich habe nicht geschaut. Ich glaube schon. Wir sehen hier den guten Blocki, denn der möchte kämpfen. Mit der 69, finde ich ganz nebenbei schön, wäre meine zweite Wahl nach der 42 gewesen. So muss ich sagen, aber 42 ist einfach der... Ein bisschen lauter. Aufpassen. Aufpassen. Bitte nicht. Aufpassen. Wir haben am Ende. Noel, das ist Primarina und das ist für uns immer ein geiler Lead. Eigentlich. Ja. Da haben wir nicht viel zu verlieren. Die nicht mit einem anderen Typ, wie er es geplant hat, aber... Zum Glück, weil der hat nämlich Rocky Helmet. Und er töntet ihn halt auch einfach. Na, bei uns ist das stimmt. Das ist eigentlich recht. Was in Ordnung ist. Ähm... Das heißt, wir können jetzt... schon auch nicht in... Was denn? Wird es oben rechts nicht angezeigt, wenn Blockys Zeit runterläuft, oder hat der schon gedrückt? Ne, doch wird angezeigt, aber es wird immer erst aktualisiert nach der nächsten Runde. Ah, erst aktualisiert nach der nächsten Runde. Weil sonst wüsstest du ja, wann er eingegeben hat. Ja, okay, okay, okay. Ich denke, dass Wurzut hier unser Play ist. Ich dachte schon, Herr Blockys zurückdrückt. Oh, ich denke... Erstmal... Nee, tatsächlich, dieser Name kommt nicht aus Black Clover, sondern aus einer anderen Geschichte. Er geht raus, das war zu erwarten. Geht er jetzt auf Gartschirm, ist die Frage. Ne. Kevin Atze, das ist, äh... Das Wortwechsel ist strong. Absolut. Heißt, wir können danach was reinholen, was mir doof macht. Ah, Aerodactyl. Was ist das? Abigator... Abigator mag ich nicht so lange, wenn Mosquito da ist. Ja, ja. Sound Edge einfach mit Aerodactyl drücken. Mal kurz nachschauen. Was ist ein Switch in? Generell, Aerodactyl sieht so strong aus. Was ist ein Switch in hier? Äh, Defensive Pivot oder so in die Richtung. Wo ein Switch, das war weniger als 20%. Mesteros kriegt NeQ und Gartschu kriegt Ice Fang. Und Mosquito, Doppelflüge. Richtig. Aerodactyl gehen. Und alles andere droppt. Ähm... Wir haben keinen Timmelat gefressen. Das heißt, sie scaren den eigentlich immer raus. Und es kann auch keine Schokoberry oder Chiroya-Beere sein, weil er Anspannung hat. Hallo Leitmeer. Und können dann drogen... Äh, ja. ...sehe ich gerade. Wir sind auch schneller als... Also ja, es ist halt das Beste, was er tun kann hier. Ich sag, dieser Aerodactyl würde ich jetzt in Gen 8 auch echt gerne mal wieder zocken. Sehe ich. Ich hab den ja auch einmal gespielt in Season 5 oder so. Das war schon ganz cool. Ja, ich höre ihn auch schon mal. Aber es war halt so offensiver Supporter. Aber jetzt mit Eden oder offensiv oder so ein Doring-Beat ist eigentlich so unser bester Play. Ähm... Außer wie gesagt, Metacross kann reinkommen. Ratschirm kann reinkommen. Drücken wir Erdbeben. Und dann wäre Scary, ja. Steinkante immer. Das stimmt. Aber mit Bedroher kann er rumspielen. Daran tanzt er IO-Laktyl. Aber er hat halt nur drei Angriffe und dann fehlt ihm irgendwas. Das ist das Problem an dem. Ja, ja, ja. Richtig. Er braucht nicht hier muss. Steinkante ist sehr, sehr offensichtlich. Ich denke, dass wir hier einmal Erdbeben... Ne, er Steinkante. Bild. Ich meine, er wäre nicht missen. Drücken Erdbeben. Oh, es klingelt. Sekunde. Okay. Äh... Sekunde, Chat. Dann... Würde ich sagen, unterhalten uns einfach in der Zeit. Genau, Leute. Was geht bei euch so? Erzählt doch mal. Was gibt's so? Wie viel habe ich schon verpasst? Das ist jetzt der dritte Kampf, wenn wir schauen. Wir haben die ersten beiden geschaut. Wir sind am Anfang des dritten Kampfes. Mo gegen Blockstar. Die Sache ist, jetzt wo ich die GPA-Kämpfe wieder schaue, bin ich wieder aufgeregt. Weil ich habe morgen meinen GPA-Kampf gegen den guten Ele. Na, Press, wie ist das Leben? Ach, wie ist das Leben so? Ach, ich sag... Wie gesagt, heute war noch mal so ein Tag... Ein bisschen... Ein bisschen... Stress war es jetzt auch nicht. Es war einfach... Äh... Uni. Uni. Aber... Ich sag, morgen wird nice. Die nächste wird generell nice. Also... Ich bin ein guter Dinge. Ich bin ein guter Dinge. Daniel, voll an Frostköder. Starker Name. Morgen fängt meine praktische Prüfung an. Ja, viel Erfolg. Shadow. Machste. Easy. Hallo, eine mündliche Prüfung. Ich hoffe, dass es gut lief, Maja. Ich habe es vorhin auch schon gelesen. Ich glaube, Bio war es, ne? Ich kann... Ich lese halt generell so... Ich kann nicht auf alles in meinem Chat eingehen. Ich lese die Sachen so nebenher. So, ich schaue immer rüber in den Chat. Aber... Ich kann natürlich nicht ihr Nachricht vorlesen. Weil... Timos Chat ist natürlich auch am Start. Und ich will ja nicht die ganze Zeit dann... Also meinen Stream draus machen. Weil Timo natürlich auch seinen Stream am Laufen. Was studierst du eigentlich? Video, Filmschnitt, alles rum und dran. Ähm... Digitale Post-Production. Ich mache mal auch Timos Chat auf... Wie läuft es in der Uni? Ja, ganz solide Video. Ganz solide. Ich habe gerade rausgefunden, dass man mit dem Twitch-Chat auch bezogen Spracherkennung interagieren kann. Und das ist ja anders. Okay, inwiefern genau... Gestern Mathe habe ich. Ich hoffe, es lief gut. Generell. Bei allen, ne? Also, ne? Einfach, dass ihr auch zufrieden seid. Am Ende des Tages... Ähm... Zum Beispiel Mathe-Abi ist ja ein gutes Beispiel. Da denken sich viele einfach... Hauptsache durchkommen. Hauptsache ich... Ich habe es hinter mich gebracht. Und wenn ihr damit zufrieden seid, so, ne? Dann... Und euch denkt, Alter, ich habe nie wieder was mit Mathe zu tun. Ihr seid damit durch. Dann könnt ihr da erstmal aufwarten. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Hm... Wir existieren auch. Hey, ja, fraule Mensch. Ich sage... Dass ich überhaupt hier reinschaue. Ich kann ja auch einfach sagen... Nee, es ist jetzt mein Stream. Ich schaue nur in mein Chat hier. Ja, okay, auch raus. Mach gerade so One-Pot-Gemüsereis mit grober Bratwurst. Dann, äh, guten Hunger. Magst die Augen auf die Straße? Hm... Fährt magst die etwa gerade, oder wie? Oder wie ist mein Ding jetzt ausgegangen? Hier. Ähm... Naja, ich drücke kurz einen Knopf und dann kann ich reden. Dann schreibt er mir das automatisch in den Chat. Von allem kann ich das... Von allem kann ich das... Stark. Ich glaube, es funktioniert nicht ganz. Aber... Das ist cool. Ich wusste nicht, dass Twitch das kann. Ich wusste... Ich habe erst letztens erfahren, dass das WhatsApp kann. Und Presse ist auch arrogant. Oha, Honor! Aua! Frech auch noch. Okay, ich merke... Bei mir mein Prime-Star nicht mehr landet. Fauder Mensch! Aua! Wieso hier so frech die ganze Zeit? Weißt du? Ist okay, dann... Weißt du? Ich schaue... Es ist immer, wenn ich in Timos Chat schaue... Hier wird nur... Auge herumgeworfen, ne? Schlimm ist das. Echt arrogant. Ignoriert. Was habe ich ignoriert? Ach, nichts. Oh nein. Das hätte ich... Ja, schwierig. Ich schätze... Sonst bräuchte er keine Sparkeine, oder? Das ist tatsächlich ein Argument. Dann kommt wieder Road2Pro. Weiß nicht. Vielleicht irgendwann mal in Stream-Form wieder. Aber ich bin grad nicht so im VGC-Grind drin. Danke für den Follow, TomTom. Äh... Und moin! Nicolo, was geht ab? Ich freue mich schon, wenn ihr euch BDX-Wiz-Dennis anguckt. Da bin ich auch gespannt auf den Kampf. Wie gesagt, ich habe auch leider keinen Team-Buildings gesehen. Deswegen bin ich natürlich ein bisschen raus. Du hast ja... Ich habe gar nicht angefangen. Es ist immer so. Ich schaue nur einmal in den Stream rein. Okay, Timo redet die ganze Zeit... Timo ist wieder da! Moment! Du bist gemutet, Timo! Oh, ich dachte, ich werde nicht mehr gemutet. Sorry. Nein, natürlich. Du hast... Nee, 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 nee. Ich habe die ganze Zeit geredet, ich werde muted. Timo, sehr witziger Mann, stand da. Ich glaube, du hast da Sachen gesagt. Hä, was? Nicht so nett war. Ich habe mit dir geredet. Ich habe mit dir geredet. Ich habe mit dir geredet und habe nicht gemerkt, dass ich nicht mehr muted war. Ich glaube, das stimmt nicht. Hä? Ich kann später in die VOD schauen. Ich kann später in die VOD schauen. Ja, kannst gerne reinschauen. Kannst gerne reinschauen. Okay. So, weiter geht's. Ja. Okay. Er geht raus. Okay. Das heißt, wir machen direkt Drogen an der Stelle. Kommt mir da raus rein? Oh. Steinkarte wär's ja gewesen. Steinkarte wär's ja gewesen. Steinkarte wär's ja gewesen. Steinkarte wär's ja gewesen. Na gut. Wir drücken das sichere A-Team. Stone Edge, geht das vielleicht nicht auch? Das war schön Schaden. Er muss halt natürlich treffen zweimal. Das ist die Marina. Ja, aber du gehst immer davon aus, dass du so spreadest. Ja, das stimmt. Also, Stone Edge ist der Player. Stone Edge war auf jeden Fall sein Player. Na, jetzt ist Stone Edge nicht der Player. Ja, wobei er, äh... Das wird es ja schon noch. Wir können einfach einmal Stone Edge'n. Ja, machen. Und er hat keinen Bullet Punch. Wir haben einen Sash. Wenn jetzt Gold ist okay. Jetzt Max Damage! Wir hätten die Stone Edge. Das ist sehr, sehr nice. Sehr, sehr wichtig, dass wir so... Alter, der Schaden. Die Rollwände ist am Schlüssel. Die leben wir aber gut, weil wir... Nicht komplett... Actually, ist das fein. Da ist Primarina ultra low. Das ist sehr, sehr nice. Wie Preston denkt, das ist immer direkt gemein. Aber er ist halt wirklich so. Ja, natürlich, denke ich. War ein richtig gefährliches Mon. In der Stelle. Ich bin nicht immer nur gemein, Brett. Die Vergangenheit hat's gezeigt. Der hat jetzt schön gut Druck gemacht. Er ist nicht immer gemein. Das ist Aerodactyl im Lead. Alter. Macht einfach Druck gegen alles. Ähm... Couscous Felix. Genau. Wir müssen trotzdem aufpassen. Fulgo existiert immer noch. Äh... Wenn jetzt... Maus sollte nicht davon ausgehen, dass er trifft. Echt so. Nur Metagross würde uns rausscaren an der Stelle. Stimmt. Maus darf davon nicht ausgehen. Gib uns so ein lieber Mensch. Mit Metagross würden wir dann... Steinhardt kommt rein. Das ist Metagross. Äh... Ich sag... Winning's Policy auch. Aber das ist ultra... Der hat keine Winning's Policy, glaube ich. Der könnte jetzt... Oh, okay. Also mein Safe-Switch hier... Ich glaube. Wäre Heatrin den Bullet Punch. Aber der kann natürlich jetzt auch EQ drücken. Und dann haben wir Probleme. Und ich würde den, glaube ich, eher anschippen wollen. Ja. 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 Aber ich seh auch, dass er den behalten will, falls der Bullet Punch hat potenziell. Wird der was anderes... Vielen Dank. Ich hoffe, by the way, ist richtig ausgesprochen. Ja, du warst immer rot zum Morgen, ne? Iseek. 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 Vielen Dank für deinen Sub. Willkommen bei den Momenlasen. Danke für den Support. Danke. Gerade erst reingefallen und jetzt auch noch mit dem Sub. Danke für den Support. Danke, danke, danke. Bis. Ich fühle diesen Present. Was fühlst du? Was er drückt. Er kann einen Stahlmuff drücken. Der ist so strong. Aber er hat keinen Ice Punch, ne? Aber das weiß er natürlich auch nicht. Es geht beides. Er kann das EQ drücken. Er hat keinen Ice Punch, ne? Ja, ja, richtig. Aber er hat halt allgemein nichts gegen den so. Ja, aber ich meine, er weiß ja nicht, dass er... Was kommt jetzt davon schon? Oh, er dubbelt. Aber ich glaube, er hat nicht mit Ding gerechnet. So ein Prometheus kommt rein. Oh, den Willow. Das ist klar, Tom. Das ist okay. Aber da würde ich jetzt eigentlich sagen, ich drücke einmal... Ja. Äh, Actually Täter, ich hab deine Nachricht gar nicht gesehen. Ja. Und ich hab meinen Namen... Also, ich hab bisher noch nicht gesagt. Der Name ja auch. Danke, volle Fun Fun. Ja, ich denke, dass er hier im T-Train gerechnet hat. Hat ja Anti-Eisbeere. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Also, Missplay ist es so oder so nicht. Ich meine, du weißt halt nicht, dass er keinen Ice Punch hat. Im Sinne von, der macht halt nichts dagegen. Das mein ich. Das tritt natürlich, äh, keinen Schaden, logischerweise. Und hallo, Mo. Ähm. Also hab ich ein bisschen vielleicht blöd formuliert. Jetzt könnte der Feuer-Move kommen. Und der würde einen gewissen Druck machen. Vielleicht hab ich zu schwindet. Ja. Ja. Ich hab auch kurz drüber nachgedacht, von wegen... Drückt Mo hier wirklich Vollswitch, weil er Instant Raw prediktet. Aber stell dir vor, das wäre ein speziell offensives Guard-Shop, was nicht unwahrscheinlich ist mit Fireblast. Der hätte ihn ja einfach umgeboxt. Also, ich bin eh... Gut, aber wenn du von einem speziell offensiven Set aus gehst... Ja, dann gehst du auch eh nicht für ihr Licht. Das ist schon... Dann ist halt die Frage, ob du halt denkst, okay, du gehst in Fenara und hast so gesehen an die Optionen... Ja, aber er könnte auch immer noch... Weißt du, es gibt ja dieses beliebte Mix-Set mit Leibhoff und die Q... Dieses beliebte Mix-Set, wie du das gerade so verkauft hast. Dieses beliebte Mix-Set. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, Timo. Ich weiß, Timo. Und so mit Draco, Rocks, EQ und Fireblast. So. Ja. Und wenn er halt das Set spielen würde, dann würde er trotzdem mit... Ihr Licht echt viel dagegen machen. Sehe ich. Sehe ich. Carlos, vielen Dank für deinen Reset, danke für deine 30 Monate. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Kurz geht raus, danke für den Support. Press Love in den Chat. Dankeschön, Mann. Das ist aber... Der wird halt jetzt Q-Turn drücken, wenn es in den Rekings-Law-Momentum. Jetzt ist die Frage, was schmeißen wir da rein, an der Stelle? Ja. Ich sag, willst du halt die Schuko-Beere jetzt schon verlieren? Er könnte auch knocken. Knocken ist halt auch nicht schlecht. Aber wir haben noch keinen Feuerfänger dabei, ne? Können die U-Turnen? Maybe Aerodactyl? Ja. Genau, deswegen denke ich auch grad. Wenn er mit U-Turnen rechnet, dann wäre Aerodactyl wild. Aber wenn er auf Knock-Off geht, Aerodactyl ist halt nur noch wild. Ja. Ja. Ein speziell offensives Set ist halt irgendwo nicht so gefährlich für mich wie physisch. Aber ich glaube, U-Turn kommt eher, weil er Rabigato im Gegner-Team sieht. Ist ne gute Frage. Ja, aber da auch Rabigato ein Item wegzuhauen, find ich halt auch nicht schlecht. Ja, sehe ich schon mal, wenn der Rockenhand ist. Ja. Ja. Das freut mich. Ich hoffe, wenn man auf Ice-League ist richtig ausgesprochen. Wenn die U-Turn kommt, ist das gut. Danke für die lieben Worte, Mann. Oder kommt, äh, Earth-Way kommt safe nicht. Das kann ich mir vorstellen. Ne. Kehrtwein. Kehrtwein. Okay, das ist fein. Da kommt Rhyme, Primarina. Knock-Way und Free, ja. Also ich hätte mich auch nicht getraut, äh, getraut, in Aerodactyl zu geben. Oh, Junge! Ein Sub! Und yo, Skormals, vielen Dank, dass du Mau ein Sub geschenkt hast. Press Love in den Chat. XDD, Timo, du warst mal wieder so funny damit. Beziehungsweise, ich bin auf wie viel Prozent? Auf 190 KP. Da war es Frauen. Danke, danke für den Support, Mann. Danke, Skormals. Band wäre ein Roll. Äh, ohne Band ist das hier kein Roll. Äh, wir könnten Rocksetten zum Beispiel. Guten Tag. Hallo, Blockstar. Was würdet ihr jetzt tun? Nehmen wir auf den Schuppenschuss hier, Lavasturm zu drücken wäre so wild. Aber ich glaube nicht, dass der Schuppenschuss kommt. Andererseits, wobei, hm, könnte schon kommen. Könnte schon kommen. Das EQ nehmen wir halt auf jeden Fall. Wir könnten Rocksetten... Ich wüsste sowohl an Blockiestelle als auch an Maustelle grad nicht, was ich machen würde. Ist echt schwierig gerade, ja. Ich glaube, ich bin so dreist und drücke jetzt auf die Tarnsteine. Oh, aber Rocks würde ich nicht machen. Ich glaube, ich würde eher Lavasturm drücken. Rocks wäre hier so interessant. Dann drückt er selber die Tarnsteine. Geht auch auf Rocks, okay. Dann kann er jetzt aber save Lavasturm drücken. Weil dann ist er nämlich nicht beendet. Ähm, wir gehen auf die Tarnsteine. Wie du mir, so ich dir. Wenn er jetzt mit den Rocks halt rechtet, könnt ihr halt Rotom reinkommen. Das heißt, aktuell kommt hier nur noch 15 Minuten. Irgendwas sweep. Irgendwas sweep, Timo. Aber dann ist er sehr wahrscheinlich nicht beendet. Wahrscheinlich. Wir könnten jetzt Earth-powern. Wir könnten jetzt Toxen. Ich bin mir doch unsicher, was... Ähm... Wir könnten Magma-Stormen. Aber eigentlich will er hier nicht raus... Eigentlich will er uns hier rausnehmen eher. Also Bodenattacke ist nicht unwahrscheinlich. Nee, glaube ich auch nicht mal unbedingt, dass das viel ist. Aber oft haben wir einen Matchup auch zwischen den beiden. Ich sag, Scar, Flatias... Sie könnte auf einem gewissen Punkt echt gefährlich werden. Ähm... Ja. Ey, oder Tü auch noch. Ich könnte jetzt... Ey, oder Tü schirrt halt an einmal Rocks. Also nicht an einmal Rocks, aber an Rocks und noch ein bisschen... ...dingen. Ja, ja, aber... Aber Aero macht auf jeden Fall noch Action. Wie? Richtig. Er hat keine Film-Team. Ja, ja. Also, ey, oder Tü bekommt auf jeden Fall noch einen Kill. Oder äh, Chip. Einen guten Chip auf irgendwas. Wenn er nicht misst. Oh, jetzt Rotom reinholen. Das ist okay. Horst ihn darauf die Runde für die Switch zu gehen. Jetzt kommt er in die Q. Ne, Schuppenschuss. Kommt er noch nicht. Wie oft trifft er? Okay, das heißt, es ist an der Stelle immer mein Play. Danach auf Felinara zu gehen. Hat er SD? Ne, er hat Rocks. Rocks, Schuppenschuss. EQ. Was war der vierte Move? Flammburg. Ja, er kriegt meines der und geht hoch. Er ist live op. Das ist schon mal gut zu wissen. Äh... Also Rotom kommt auf jeden Fall nicht. Willow... Wenn er Willow misst, wäre das extrem ungünstig. Er kann halt jetzt noch mal relativ sicher auf Schuppenschuss gehen. Er geht einfach noch auf den Angriff, wenn er keine SD hat. Und live Schuppenschuss. Ja, dann kann er sich schon denken, dass es keine SD-Set ist. Ah, wie gesagt. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich in dieser Situation immer... Immer, 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 immer in Sylveon gehen werde. Weil Latias war noch nicht direkt so richtig in Fred, weil da auch noch Metagross steht. Aber Metagross und Filgro, je nachdem. Ähm... Das kann auch Sylvia kosten an der Stelle. Das ist das beliebte Set von dem Timo gesprochen hat. Aber eigentlich darf ich unerlauben, dass er sich weiter set hat. Bitte? Da ist das beliebte Set von dem Timo gesprochen hat. Hat Morat mit ihm. Welches? Das Knacker. Ich muss es machen. Achso, aber ich feiere ja das andere Set mehr. Ja, ich weiß. Aber solange nur das eins ist, kann Latias den auf jeden Fall bringen. Also halt ein bisschen mixt ist es halt schon, aber nicht das. Und holt spezialoffensives Investment. Wenn er jetzt EQ geht, ist er stark. Geht er Flammenwurf. Soll ich aber nehmen? Ja, ja, ja. Nicht schuppen, schluss nochmal. Okay, geht weiter. Life Up Damage. Der kann hier immer Scheibe... Geht weiter Life Up Damage. Aber an der Stelle nimmt er mich nicht raus. Ich könnte jetzt natürlich einmal Magieflamme drücken. Das Britten. Oh, okay. Weil ich glaube, dass sowas wie Metagross hier reinkommen könnte. Sylveon gegen... Ich glaube, das wäre mir zu groß dran. Hyper Voice würde ihn raus... Ich hätte auch ein bisschen Angst, dass er zweimal... Ich hätte ein bisschen Angst, dass er zweimal auf EQ halt so geht. Ja, richtig. Äh... 146 KP habe ich noch. Das sind 63... Also ich finde Fireman's aufgeht. Starke Prediction. Ich hätte glaube ich zu viel Angst in der Situation. Ich auch. Ich würde mich nicht trauen. Gehe hier die Hyper Voice? Schwierig jetzt. Ich meine halt nicht auf Schuppenschutz. Ich könnte jetzt auch auf die Magieflamme drücken. Boah. Ich habe hier sehr viel Zeit verloren. Wenn er hier rausgeht. Wenn er hier rausgeht. Wenn er hier rausgeht. Wenn er hier rausgeht. Wir verlieren halt jetzt gegebene Verhältnisse. Ah, von allen Dingen fehlenden Ahren. Ja, aber er kehrt ihn ja nicht. Er kehrt ihn ja nicht. Ich drücke Schallwelle. Ich drücke Schallwelle. Er kann sich drauf einlassen. Er geht raus. Okay. Ich hätte Magieflamme drücken sollen. Das wäre der bessere Play gewesen. Nö. Okay, er schmeißt an der Stelle Prima Arena ab. Ist alles klar. Prima Arena weg. Das ist sehr, sehr gut. Call Mind wäre es gewesen. Ist auch... Ja, sehe ich. Aber... Das heißt... Da kommt halt wieder die Q. Da kommt halt wieder die Q. Und dann hast du wieder die gleiche Situation. Ja, natürlich. Wish wäre... Wird gewesen, aber... Zwei mal die Q. Nur wenn er ein Pro-Tick hätte. Nur wenn er ein Pro-Tick hätte. Jetzt kann er ein Meta-Groß-Diogetisch geben. Hat er nicht Moonlight oder so? Nee, der hat nur Wish als Heilung, oder? Ich glaube nur Wish. Kann er machen, ja. Der ist ja kein Nachthara. Steinhardt kommt rein. Ja, das Ding ist echt steinhardt. Das kann man nicht anders sagen. Geht der hier für Magieflamme, ist die Frage. Das gibt trotzdem... Er kann mich aktuell nicht rausnehmen. Schwierig. Ich könnte ihm eine Magieflamme hinter die Binde kippen. Aber ich bin dann auf jeden Fall... Angst vor Weakness Policy. Das bin ich aber sowieso nur immer sehr bedingt. Ich überlege, ob ich ihm einfach eine Magieflamme ins Gesicht... Er hat keine Angst vor Weakness Policy scheinbar. Aber wenn er jetzt irgendwie Schwächenschutz ist... Er ist doch Angst vor Weakness Policy. Okay. Wir haben nichts gesehen von dem Ding, ne? Wollen wir gerade sagen. Da müssen wir immer noch Angst haben. Könnten auch auf Rotom gehen. Ich hätte auf jeden Fall Angst. Ich hätte auf jeden Fall Angst. Ich auch. Aber ich sehe, dass er den irgendwie anschippen will. Ja, aber Agility Weakness Policy... Aber Scarf... Aber wenn er Joddy ist, das ist das Problem. Er drückt Agilität... Hat er jetzt Agilität schon? Ich meine, er hat Scarf Latias. Scarf Latias sonst will ihn immer. Aber er weiß ja nicht, dass es Edmund ist. Könnte immer noch Joddy sein. Das ist schon Risky, der Play. Wenn er jetzt Weakness Policy hat er. Das macht auf jeden Fall Gutsch. Hat er eigentlich. Hat er eigentlich. Kein Schwächenschutz. Okay, wir drücken nochmal Magieflamme. Wir haben einen kleinen Schwächenschutz. Den kelt er ja jetzt nicht. Richtig. Hat er jetzt Weakness Policy. Das war richtig. Und der Jolly. Uiuiuiui. Das wäre vielleicht Ober gewesen. Ja, ist risky. Ja, nicht nur vielleicht. Ich glaube, das wäre... Ich glaube, das wäre ziemlich sicher Ober gewesen. Er lebt ihn, denke ich. Ja. Er lebt ihn nicht. Ein KP! Oh mein Gott! Unter dem Stern, denn jetzt verstehe ich's! Ei, 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 ei. Knapp! Knapp trifft's gut! Knapp! Sehr, sehr gut! Dem Freestyle abzugeben ist auch schwierig. Ja! Aber das Heatrin... Da kält ihn doch. Ich weiß nicht, ob das eine Roll war. Das könnte halt eine sein. Wie viel waren wir denn gerade noch? 146 waren wir hier, ne? Ach. Du verlierst eigentlich instant. Weil wenn er Jolly... Jolly Agility Weakness Policy ist... Verlierst du. Das ist für Latias auch mega angenehm gerade. Aber so verlierst du halt nicht immer noch. Wenn er alle Heat trippt, dann hat er gewonnen. Safe. Wenn EQ Heatrill nicht killt, ne? Wieso hat er das für Schaden gemacht? Aber plus zwei EQ killt. Ja, da hat's schon Query, ne? Ja, aber... Plus zwei. Ja, ja, ja. Medagross. Ist ja noch... Naja, es wird safe killt. Nach Rocks. Safe. Also das würde mich anwundern. Kann man ja auch mal on-stream kalken, aber... Es kommt rein. Es ist Buzzhole. Und jetzt die Frage, sind wir schneller? Buzzhole. Ich drück einer Stelle einfach einmal Hyper Voice. Ja, safe. Wir sind vielleicht schneller. Ja. Wenn wir schneller sind, geile. Ist er nicht. Okay. Niemals. Also jetzt hat er jetzt genauso geklappt. Er ist schneller, okay. Ich hab mich das wahrscheinlich nicht getraut. Moment, ich halte ganz einen KP. Es ist insane. Nee, der ist wohl nicht. Die Rocks liegen aber weiterhin draußen. Ach ne, doch nicht. Nee, die Rocks waren noch da. Nee, die Rocks waren noch da. Ja, tschüss. Würde ich jetzt... Ich glaub, ich würde jetzt da Eroder... Das gibt's einen Boost? Da kommt noch so ein Wing-Bit-Guard-Shop rein, ne? Ein Angriffs-Boost auf jeden Fall. Ja, aber... Kann das Scarft sein? Das kann durchaus Scarft sein. Hm. Schwierig. Ich mein, du kannst in Latias... Ah. Wobei... Kid-Drake... Nee, Draco kält wahrscheinlich nicht, ne? Das hab ich verpasst, wenn wir uns da zwei Kämpfer schauen. Das ist der dritte. Aber er kommt halt in CineRaw AV, in CineRaw Ema rein, ne? Wir könnten halt auf Latias gehen und können im Sidekicken. Aber das ist ein Full-Score-Off. E-Q, selbst wenn Heatran Full-Fist-Dev gewesen wäre... Okay, Full-Fist-Dev hätte er leben können, wenn er Row... Aber er ist nicht Full-Fist-Dev. Ist er nicht. Full-HP hätte er immer gekehlt. Von Joddy, plus zwei. Ähm... Und Full-Fist-Dev... Also Basso... Das ist ja noch nicht mal nur Row gewesen. Hätte er meinen Basso... Guck mal nach Rocks. Nach Rocks. Ja, Row. Da kommt der Latias mit Draco mit immer EO gehen. Seh ich. Seh ich, dass man immer in CineRaw hier gehen kann. Äh, in CineRaw. In EO. Dann wissen wir vielleicht auch, ob der Scarft ist. Kein Ding, Sinada. Wir nehmen auf jeden Fall noch einmal Rocks. Auch Scormis hat's schon geschrieben. Jetzt Ice-Time-Cress. Aber der hat dann nicht Rookie-Helme, wenn er so spielt, glaub ich... Nee, ich würd Doppel-Flügel hier drücken. Ich find, du musst ja nicht prediken, wie... Wir könnten jetzt natürlich... Das anderes als Doppel-Flügel. ...das anderes als Doppel-Flügel. Danach kommt Latias und sein. Und Clayton-Kill. Mit Draco. Wobei Neto-L nicht wegen... In CineRaw-AV. Ich drück Doppel-Flügel. Ist mir jetzt egal. Ich drück Doppel-Flügel. Beide können trotzdem killen nach Rocks. Er hat sehr viele Optionen. Er hat sehr viele Optionen an der Stelle. Und auch der Doppel-Flügel auf Guard-Chomp ist okay. Das macht... Ja, nee, also... Ich hab Doppel-Flügel hier. Safe zu spielen ist richtig. Er hat in Primarilla verloren. Das heißt, er hat keinen Draco-Spitchen mehr. Keinen richtig. Nee, er wollte sich das... Also er hat sich das dann her angeschaut. Das heißt, solange die liegen, kriegt er auch da nicht direkt was raus. Ist er scarft? Das ist jetzt eine sehr wichtige Frage. Wenn er schnell ist, ist er definitiv scarft. Hm. Nee, das stimmt so nicht. Er wollte... Es ist nicht so, dass er gesagt hat, hey, wir schauen uns das Ende nicht an. Ich weiß nicht, ob er noch einmal, also einmal auch heute lebt. Ich glaub nämlich nicht. Ah, eigentlich nicht. Er sollte beim ersten sterben. Boris, ja, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr... Okay. Ist das Bolehem? Nein, Bolehem hatte Primarilla. Bolehem? Okay. Äh. Das ist ultra gut. Nein, das ist nicht. Wie wichtig ist Bojos in diesem Kampf noch gewesen? Ist die Frage. Weiß nicht, halt. Jetzt wird er sogar die Leftovers. Okay. Überreste, Bojos. Der ist Leftovers. Jetzt kann er sogar immer steigen. Ähm. Er kann Doppelflüge durch... Eigentlich mit Eiszahn drücken. Ja, von der Chance her. Ja, Eiszahn ist stimmt. Ist besser. Hast recht. Passt. Eiszahn wollte das Safe rausnehmen. Falls Garcham jetzt reinkommt. Er hat nicht wirklich was... Er kann natürlich in den Fuego gehen. Auf der Fuego ist langsamer. Genau. War's wohl genauso. Ich drück Eiszahn. Ja. Du bist Small. Du bist es einfach. Der Eiszahn war's. Er war's. Er war's. Er war's einfach. Geil. Das Ding ist weg. Ich verstehe Bojos Sack noch nicht. Ja, das sieht immer besser aus. Aber wie wichtig war Bojos in dem Kampf ist die Frage. Ja, Bojos hatte echt nicht so ein geiles Moveset. Er hatte keine Kampfattacke, oder? Er hatte keine Kampfattacke, oder? Er hatte keine Kampfattacke oder so. Ich dachte, er hatte nur U-Turn und... Ich sag, Überreste Bojos ist schon interessant. Ja. Wo? Kevin Atze kommt rein. Das kriegt erstmal Rock-Stamage an der Stelle. Hä? Der stimmt doch nicht. Aber... Ähm... Fuego heißt auf... Ja, aber man muss ihm Bedrohauf schon mitgeben. Ich versteh's. Bei Eisfang... Ich meine... Witter-Jump verlieren. An einem Eisfang. Boah, das ist schwierig. E-O-Dactyl nimmt gerade... Also, ist grad gut, dass er nicht Live-Op ist. E-O-Dactyl ist geilo. 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 Ja. Wobei Live-Op hätte vorhin noch nicht den Chip genommen. Nein. Weil... Weil... Damit in Q uns neue stehen können. Aber das ist in Ordnung, ja. Im Arena. Also, wir können Stonehenge drücken. Es ist natürlich der Risiko, das wir missen. Aber auch damit stellen wir keinen Kontakt her. Und das ist unser... Danach kann Ding einkommen. Er trifft tatsächlich. Alter. Mo, bist du Mo? Mo, wer ist das? Hat irgendjemand anderes den Knopf gedrückt? Mo, was war das? E-O-Dactyl sieht gut gegen mich aus. Mo, was war das? E-O-Dactyl sieht gut gegen mich aus. Aber hat irgendjemand wer E-O-Dactyl? Egal was es ist, wir drücken jetzt den effektiven Move. Wir drücken E-O-Dactyl gegen... Gegen Garchomp. Trau ich einfach. 95% sind da keine, 90% und 80% sind auch keine 90%. Da geht auch nochmal Rocks Damage. Wie ein weiser Mann sagst du. Er ist Setup. Das heißt, wir könnten jetzt Eiszahnen drücken. Ist er jetzt Schuppenschuss? In jedem Falle. Er legt den Eiszahn. Ich denke schon. Nach minus 1. Wir legten den Eiszahn. Das ist sehr, sehr gut. Er lebt das. Das war zu erwarten. Das stimmt. Der kann ja nicht mal Schuppenschussen. Oh! Oh, er lebt es mit einem KP. Ja, okay. Das ist sogar gut. Das macht keinen Unterschied. Das kommt halt rein. Naja. Naja. Hat er Psychic gehabt? Weil er kann einfach mit Psychic hier gewinnen. Okay. Sollten wir jetzt einfach Latias skin und Psychic drücken? Ja, dann GG. Ja, auf jeden Fall. Latias. Einfach nur GG. Ne, es ist halt echt GG. Damit bin ich nicht mehr Zweiter. Damit ist Mo Zweiter. Also Latias eigentlich immer unser Player hier. Mo ist auf dem zweiten? Was? Mo ist auf dem zweiten Platte. Was? Nach dem Start. Wir stehen genau gleich. Wir stehen genau gleich. Aber er hat eigentlich ein Kill mehr gemacht als nicht. Das ist krass. Du musst halt überlegen. 0-3 gegangen. Okay. Latias jetzt. Ne, 0-2 gegangen. Sorry. 0-2, ja, ja. Das ist echt strong. Und dann drei Siege hintereinander geholt. Und ich plötzlich auf dem zweiten. Krass. Ja, ich teile mir mit ihm den zweiten. Das ist okay. Da bin ich nicht so mad. Generell, es ist so krass wie Latias im Team von Mo bisher performt. Diese offensive Latias. Also meistens eher offensiver. Das ist krass. Ja, das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Ja, ja. Wer hat nicht gescarft, hat das Doppelfil gedrückt. Wegen Schrappenschuss. Das kann es sein. Wenn BDX gewinnt ist er einsam an der Spitze. Das ist wirklich einsam an der Spitze. Das kann durchaus sein. Das darf eigentlich nicht passieren. Und den Scarf hätte es den Unterschied gemacht. Hat mich aus dem Konzept gebracht. To be honest, ich lasse mich da echt aus der Bahn werfen. Ja, ich glaube, wir können gleich drüber reden. Immer noch Crookedile. Was, denke ich, mit Dioras genug Schaden machen sollte an dem Punkt. Also denke ich, dass wir hier einfach weiter Psychoknie drücken können. Wenn er eine Psychoknie drückt, dann hat er die Antipsychoknie. Ist das halt so. Hat sie nicht. Sehr gut. Das heißt, das sollten wir nicht gewonnen haben. Und morgen gewinnen wir den Kampf. Krass. Oh mein Gott, wie gut. Denn damit rutschen wir wahrscheinlich auf Platz 3 auf. Wenn nicht sogar Platz 2. Sollte das Team richtig rein. Richtig. Sag jetzt einfach mal. Sag ihm auch. Sag ihm auch. Sag ihm auch. Hey, ich habe dir den zweiten Platz. Verpiss dich wieder. Ich bleib alleine. Ähm. Er hat sich ja korrigiert. So, Leute. Macht mal hier. Komm, wie viele Likes machen wir voll? Wir sind bei 113 Likes. Ich sag, wir sind noch einige anwesend. Oder wir können noch ein paar mehr Likes. Wir können ja auf jeden Fall ein bisschen reinladen. Oh, und weißt du, was das heißt? Was denn? Ich spiele nächste Woche gegen Mau. Wir schreiten uns um Platz 2 nächste Woche. Wir sind beide zusammen weiter. Und ich spiele gegen Mau. Das ist echt wichtig. Das ist echt wichtig. Das ist sehr, sehr wild. Ich bin heiß auf den Kampf. Ich bin wirklich heiß auf den Kampf. Leute. Was habt ihr erst? Zwei Likes drauf bekommen, seitdem ich es reingepostet habe. Jetzt kommt. Mach auf jeden Fall mal die 150. Mindestens voll. Mindestens. Eigentlich auch mehr. Ich bin richtig heiß auf den Kampf. Und du musst dir vorstellen. Pass auf. Ja. Ich bin gerade dritter. Ihr habt die gleiche Differenz, by the way. Ich weiß. Hab ich ja gesagt. Aber er hat 1K mehr als ich. 1K mehr, okay. Das hab ich ja gesagt. Ähm. Ne, 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 ne. Also theoretisch, wir teilen uns den zweiten Platz halt wirklich. Aber er ist halt in der Tabelle über mir, weil die Tabelle halt sagt, yo, du hast einen kleinen Penis. So. Ähm. Genau. Ich muss, äh. Ja, okay, Timo. Jetzt. Du bist nicht 12. Erzähl weiter. Ich muss nächste Woche gegen Mo. Dann gewinne ich ja. Dann bin ich Zweiter. Wieder. Und dann muss ich gegen Belex. Der ist Erster. Und dann hau ich den auch noch weg. Wäre wild. Wäre wild. Mo kann sich jetzt freuen. Aber ich kenne 6 Menschen, die da hinwollen. Sehe ich. Fühle ich. Fühle ich nicht direkt. Aber ich fühle es. Ähm. Ja, sehr wild. Also genau. Blocky hat nochmal geschrieben. Ich lasse mich da so leicht aus der Bahn werfen. Ich glaube das größte Problem, was man bei Blocky merkt. Blocky setzt super viel Zeit ins Team-Building rein. Ähm. Was ich sehr feier. Also generell so die Teams, die der gute Blockster baut. Wobei ich tatsächlich sagen muss, diese Woche und letzte Woche hat der echt Standard-Teams sind dafür, dass er die ganze Zeit sagen Standard ist Kacke. Ja, ist nicht so crazy gewesen, wie jetzt die Kämpfe davor. Das stimmt. Das sehe ich auf jeden Fall. Und Blocky tut sich selber ein bisschen einschränken, weil er hat gesagt, er hasst Choice-IDs. Weißt du, Belex strengt sich wenigstens nur ein mit Life-Orbs. Aber Blocky hasst Choice-IDs. Aber er spielt ja sogar Life-Orbs to High doch. Ja, ja. Aber Blocky hasst Choice-IDs. Manchmal musst du das spielen, was du am meisten hast. Ähm. Mhm. Aber ich glaube, das größte Problem ist sozusagen auch manchmal im Kampf, dass sich Blocky durch manche Sachen vielleicht aus der Bahn werfen lässt. Und dann nicht mal dein Gameplan so festhalten kann. Weil er halt zu sehr denkt, okay, hey, wieso dies, das, jenes. Also dieses das, macht man so vielleicht dabei. Okay, okay. Oder wieso kommt der Play so oder sonst was in der Art. Aber zum Beispiel hat man es letzte Woche bei Maxi gesehen. Hat am Ende des Tages geklappt. Ne? Haben wir ja schon gut drüber geredet. Aber ich muss ehrlich sagen, Mo hier eine extrem starke Performance. Also wirklich. Auch nach, wie gesagt, diesem 0-2-Einstieg. Ey, du bist schon im... Ey, warte. Okay, du bist schon im Ding jetzt. Ne, das ist das Intro von Blocky. Ja, ja, ja. Deswegen. Aber ich meine, das schauen wir uns gleich an. Keine Sorge, Leute. Komm, 150 Likes sind wir gleich da. Auf jeden Fall, das ist wirklich das, wo ich sagen muss, ey... Ops, hier habe ich den Titel kopiert. Stark. Ey, Mo hat sich echt stark gefangen. Ich werde mich, wie gesagt, kein so großer Fan von Moes Team. Weil, also ich mag einige Pics sehr. Aber ich mag dieses Oras Bennett nicht mehr so sehr. Äh, der Oras Bennett Zweib. Vor allem bei Wula Ose eben dieser Breaker war. Wula Ose war nicht dabei. Und schon kommt der Sieg. Nein, so funktioniert das nicht. Letzte Woche war Wula Ose auch dabei. Und war der Matchwinner mit dem Scarf. Ähm, ne, aber fett ist GG. Trainingslager bei BDX. Trägt Früchte, so ist es. Mo hat wirklich hier eine super starke Performance dargeboten. Ich wüsste noch nicht mal, wo Blocky jetzt einen krassen Fehler gemacht hätte. Ich meine, man kann natürlich hier und da vielleicht immer irgendwie was sehen. Aber ich muss einfach sagen, es war einfach schwierig. Also wenn ich mir beide Teams anschaue, jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, Eieiei, Mo hatte ja irgendwie dann doch Matchup. Obwohl ich vorher eigentlich dachte, dass Blocky Matchup hatte. Ich dachte wirklich, Blocky, wenn ich mir das Team anschaue, eigentlich hat Blocky immer Matchup. Dachte ich erst mal. Aber dann sehe ich hier dieses Eurotactyl und plötzlich merke ich so, hey, Present, du hast ja keine Ahnung von Pokémon. Mo hat hier immer Matchup, weil Eurotactyl halt so wild aussieht. Ein knuspriger Mail schreibt doch gerade, aber schön zu sehen, dass Mo um den Aufstieg jetzt kämpft. Und ich habe gesagt, nachdem Mo seinen ersten Win geholt hat, habe ich gesagt, dass Mo am Ende um den Aufstieg kämpft wird. Ich habe gesagt, er wird am Ende auf einen der ersten vier Plätze landen. Das habe ich selbst gesagt und ich bleibe auch dabei. Im nächsten Woche verliert er gegen mich, aber dann ist er ja immer noch nicht da unten. So ist es. Wo die anderen Loser sind. Leute, vielen Dank, dass du Blocky uns abgeschenkt hast. Danke für den Support. Lass mal Fett es bloß auf dem Chatter. Danke, danke, danke. So, dann schauen wir das Opening. Blocky hat geschrieben, Mo hat das super gespielt und vorbereitet. Da finde ich doch gerne. Habe mich zu 99% Teammitglied verloren. Das sehe ich komplett. Aber ich hoffe, dass Blocky sich hier nicht irgendwie davon unterkriegen lässt. Weil am Ende des Tages, Blocky ist immer noch mit 3-2 reingestartet. Ich denke, das haben nicht viele erwartet. Ich glaube, Blocky selbst hat nicht erwartet, dass er in dieser Liga mit 3-2 rein startet. Und das ist immer noch eine super gute Ausgangssituation, um dort oben mitzuspielen. Und generell, wir werden ja gleich noch in die Tabelle schauen, wenn wir sie aktualisieren. Die Tabelle wird nach diesem Spieltag sehr wild aussehen. Das Mittelfeld ist sehr, sehr interessant und sehr nah beieinander plötzlich. Deswegen, ja, wilder Kampf. Danke für diesen schönen Kampf an euch beide. Und wir gucken einfach mal rein. Absolut. In das Intro von Blockstar. Alright. Warte, ich mach's bisschen lauter. Na, guten Abend. Aber bitte nicht zum Ende. Okay. Guten Tag, Günni. Ja, was geht ab? Jo, Spieltag 5. Der Günni hat bisschen Haare bekommen. Bisschen mehr, oder? Corona geht rein bei Günni. Ja, Moe. Wer war das noch gleich? Vielleicht kennst du ihn unter Blacklink? Ist das was aus dem Darknet? Und ich hab immer gedacht, du bist der Experte in der Szene. Moment mal. Hm? Mobst du mich grad? Nein? Und hast du noch irgendwas wichtiges zu sagen? Hm, Moes Moderation ist so monotone, da wirkt ein Monolog von ihm wie Kohlenstoffmonoxid. Starker Satz. Moderate Antwort. Hast du noch irgendwas brauchbares oder nur irgendwelche dummen Wörter, die mit Moe anfangen? Nee, also Tipps hab ich keine. Aber es ist auch nicht notwendig. Aha. Und warum nicht? Moe ist halt einfach wie ein alter Teppich. Halt. Stopp. Erst dir einfach unterlegen. Oh, Mann. Feierst du das mal? Okay. Das ist der gute Cringe. Das ist der gute Cringe. Das ist der gute Cringe. Bloggy, es tut weh, aber kreativ bist du ja schon. Props für den Satz. Der Satz war echt strong. Der Satz war echt sehr strong. Ähm. Weil einem 130 plus Speedman Witt aussieht, schlägt sich das immer sehr stark aufs Matchup aus. Ach du Scheiße. Was denn? Belex hat wieder den Rahmen verkackt. Alter Belex, was hast du da für einen schwarzen Rand schon wieder? Wo sind wir hier denn? Wir sind nicht in der Mean Pokemon League. Wir sind in der German Pokemon League. Wobei, ich sag NPR schon über GPR, man kennt's. Ähm. Ja, warte. Wo ist es? Genau. Der Blockster-Link. Leute, gönnt auf jeden Fall nochmal ein Like beim guten Blockster rein. Gönnt, gönnt, gönnt. Be-be-be-be-be-B-Lex. So. Lass dir, wie gesagt, nochmal ein Like da. Für das nice Intro. Generell für den nice Kampf. Lass ihm ein paar liebe Worte da. Genauso wie beim lieben Moe. Das kann ja in der Rückrunde noch kommen. So. Dann würd ich sagen, Anu und roter Moe und Eck hat gefehlt. Oh ja, das stimmt. Das stimmt eigentlich. Oh nein. Okay. Also. Hast du grad geskippt? Oh, ich hatte grad Angst, dass du geskippt hast. Nein, 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 nein. Alles gut. Ich hab nur... Ich hab nur in die beiden Teams. Ich hab sogar vorne gespult. Ich hab sogar vorne gespult. Ich hab sogar gewonnen und verloren. Ich dachte nur, was passiert hier? Ja. Ach du Scheiße. Oh, Mann, Alter. Was machst du hier wieder für einen Kollaps hier? Okay, jetzt hier aufpassen. Warte, wenn ich jetzt doppelklicke, alles easy. Okay. So. Tino, erzähl mir was über die Teams, weil du hast wieder Infos. Ich erzähl mir was über die Teams. Ich erzähl mir was über die Teams. Ich erzähl mir was über die Teams. Infos. Und BDX hat mir wieder was ganz Schmackofatzes gebaut. Ja. Erzähl. Wir sehen erstmal bei Dennis. Ja. Sind wir Q-Rum. Und BDX hat super viel Angst vor Specs Q-Rum. Insane viel Angst. Aber Specs Q-Rum nicht dabei. Deswegen sehen wir auch Q-Royer-Bär ein speziell defensives Lasho-King. Mhm. Wir haben hier eine D-Dance-Q-Rum mit Dunkelklaue. Haha. So. Ja. Dann haben wir Milotic. Weißen Sponge. Den kann man alles reinwerfen. Mhm. Okay. Timo 3-0 BDX. Prezi 4-0 BDX. Okay. Warte. Wie viel hatten wir letzte Woche? Also auf Mow. 2-0 hat beide auf Mow. Ähm. Ne. Du hast 2-0 auf Blocky. Du Loser. Ja. Echt ein Loser. Okay. Ich hab mir nicht geglaubt. Ähm. Elotic. Äh. Ja genau. Ähm. Nidoking ist Rocks on Free Attacks. Der ist ein bisschen. Ja. Also er ist Full HP und hat so ein bisschen speziell Defensive. Mhm. Bandit Zerora hat er gesagt, wenn er versucht ein bisschen früher mal reinzuholen als letzte Woche. Das wär wild. Das wär wild. Aber da sehen wir Boynhelm Donarion wie immer wieder. SD Free Attacks Serapendra. Ja. Müsste es glaube ich gewesen sein. Müsste es glaube ich gewesen sein. Der sieht wild aus. Auf jeden Fall. Ähm. Und Kramor mit... Was hatte Kramor nochmal? Fistelf Kramor einfach nur ganz normal. Okay. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ähm. Doppel wäre Bull Cup oder Iron Defense wahrscheinlich das bessere Set. Haben wir im Team Building gesehen. Habe ich gestern nochmal ein bisschen... Super Quatsch im Team Building. Aber äh. Da hat er sich... Hat er auch so ein bisschen seine Gedanken. Ähm. Weil... Safety Goggles. Ähm. Iron Defense ist insane gegen Hootsasser. Sehe ich. Aber hat er nicht... Äh. Hat er nicht mit... Mitgebracht. Ähm. Genau. Dann haben wir Beulenhelm. Ähm. Komplett Fist Death den Zangza. So wie wir ihn kennen, ne. So wie wir ihn lieben. Sticky Whip. Der Zangza. Genau. Käfergebrumm und so weiter, ne. Äh. Wie gesagt. The Death Lusho King. Dann ein defensives PP. Ich weiß gar nicht mehr. Das war so mixed defensiv. War kein besonderes Set. Dann wieder Reckless High Jump Kick. Bandit. Wie Schuh. Und das ist der Grund, warum... Ähm. Warum... Felix auf jeden Fall die Sticky Whips rausbekommen will. Weil... Ohne Witz. War es sein Switchin. Aua. Er hat legit keinen Switchin. Ein Bandit Reckless High Jump Kick. Der existiert nicht. Und wenn die Sticky Whips draußen sind, dann hat der Bock. Dann hat der einfach Bock. Also ich meinst, der Pender lebt halt einen Hit. Und dann kommt ein Temposchub. Und dann ist er wieder schneller. Lebt der wirklich einen Hit? Ich denke schon. Ich denke schon. Das ist immer noch vierfach resisted. Also... Also das... Das wäre noch mal resisted. Der ist ja Käfergift. Also würde ich jetzt... Das ist der Käferkampf? Echt? Ja. Gut. Tivo? Bro, weiß ich gar nicht, Alter. Käferkampf. Juckt doch niemand nicht. Ich weiß, dass Käfer nicht so effektiv gegen Kampf ist, oder nicht? Ja, das stimmt. Das ist wechselseitig. Ist es so? Ja. Na gut. Ähm... Jetzt bin ich kurz am Zweifeln wegen dir, weil du mich so... Aber ich bin auch gar nicht am Zweifeln. Ne, also ich bin mir sicher. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich weiß es. Mega Pinzi hat auch eine vierfache Käferresistance. Auf jeden Fall. Dann haben wir SD Weavile. Der hat Bock. Ja. Der ist für das Matchup gegen Milotic ganz gut, weil der drückt SD. Dann kommt Skull. Entweder burnt er ihn. Ja. Oder nicht. Und dann kann er ihn killen. Und der hat Langfinger. Und dann kann er sich potenziell noch die Überreste klauen von Milotic. Das ist wild. Das feier ich. Ähm... Und dann haben wir noch Quarko-Bären. Äh... Huzusa wegen Feuerfeger-Bandit. Zara. Wie oft kam Michou dieses Season mit? Irgendwie habe ich den Gefühl... Das ist das erste Mal. Das ist wild. Weil eigentlich hat er ihn immer so krass gefeiert. Und ich dachte eigentlich, dass er ihn viel öfter mitnehmen würde. Und jetzt haben wir ihn das erste Mal gesehen. Und ich habe echt gespannt. Jetzt. Hahaha. Okay. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen rein. Ich sage, Treibarschfall auf den Tisch ist schon ein starker Satz. Ich sehe nicht ganz mit NidoKing Liden. Weil... Einfach Stibuna eine sehr, sehr hohe Gefahr sein könnte. Pressen? Ja? Wo warst du plötzlich hin? Hä, was? Ich war nie weg. Hä? Was denn? Hä? Was? Pressen kurz Universum verlassen. Hä, wieso? Hä, wieso? Ich sage Tre... Bei mir... Ich war die ganze Zeit da. Ich weiß nicht, ob ich kurz bei Ende oder weg war. Also bei mir war alles normal. Haha. Okay. Was wolltest du sagen? Ich sage Treibarschfall. Ich habe gesagt, ich sage Treibarschfall... Äh... Okay. Ich sage Treibarschfall auf den Tisch ist einer der wildesten Sätze überhaupt oder so. Habe ich irgendwie gesagt. Oh ja. Fühl ich. Okay. Let's go. Hört bitte auch. Nicht hört bitte auch. Ja. Ach. Hört bitte auch Flo. Ja doch. Ja. Hört bitte auch Flo. Ja ja. Hört bitte auch Flo. Ja ja. Hört bitte auch Flo. Habe ich schon verstanden. Deswegen habe ich ja gesagt irgendwie Q-Rum-Sweep oder so. Weil Flo-Bird den so high hat. Auf Flo-Bird halt hören. Was ist das? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hasse dich Dennis. Ich hasse dich. Bei Gott. Die Musik bisschen zu laut. Pass mit mir. Das ist halt der Titel. Da steht Hört bitte. Hört bitte auch Flo. Hey warte. Lass uns bitte auf ein normaler Speed schauen. Oder? Warum? Es ist ein normales Speed. Ne ist es nicht. Nein es ist ein normales Speed. Weil irgendwie. Ich finde halt mit der Musik und so ein bisschen anscheinend. Weil die Musik bisschen laut ist. Und ich höre ihn irgendwie. Na gut. Die sagst du meine Freundin ist da present und ich will nicht die gar nicht. Okay. 1,2,5. Hier ging rein. Alles gut. Alles gut. Ich wusste ja. Ich hatte gerade nicht mehr im Kopf. Ja. Alles gut. Alles gut. Junge. Ein Sub. Oh nein. Ich habe Photoshop geöffnet. Scormis. Vielen Dank für den. Ungünstiger Lied. Soll ich krasen? Ne alles gut. Alles gut. Alles gut. Warte. So. Zack. Das ist unschön. Scormis. Vielen Dank, dass du Flo-Bird ein Sub geschenkt hast. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Ja. Stinky Rap. Und ich weiß nicht ob er so gerne defolgen möchte. Genau. Scheiß Rocks, man. Snibuna Pressure doch ein bisschen mehr. Ja. War meine Schuld. Ich muss eigentlich immer in den, äh, Snibuna, ähm, Snibuna Leap gehen, denke ich. Die Rocks sind halt schmackig. Ja. Ja. Die schmecken ganz gut. Spiele. Es ist alles ein bisschen ungeil. Ja. Es ist alles ein bisschen ungeil. Aber. Es gibt manchmal nur noch eine random Programme. Man sollte dem Mann echt keine Maus, äh, Maus in die Hand geben. Es ist wirklich so. Ich, ich bin echt so schlimm mit, mit. Das ist echt ein Schussel. Ähm. Nein. Mit Elektronik. Na ja. Also das. Da ist eigentlich ein bisschen mehr schusselig. Naja. Naja. Ich weiß, was du meinst. Naja. Nicht auf dich bezogen. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich mach... Ab. Das hat nichts mit Elektronik zu tun. Das hat einfach mit mir zu tun. Naja. Du missklickst häufig. Jupp. Ich missklick auch im Leben manchmal. Ach scheiße. Pizza bestellt. Ich wollte doch asiatisch. Ich hab mich gewischt. Ich hab' ja gewischt. Ich hab' ja gewischt. Ich hab' ja gewischt. Ähm. Change of Mindy. Slow Twins müssen nur dringend ins Ess. Nächstes Mal seh' ich. Seh' ich. Ich glaub das sehen viele. Hä? Was denn? Dass Lasho King und Lamos ins Ess müssen. Vor allem wenn Agro Salah ein Ess ist. Hallo Dave. Was geht ab? Safe, 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 safe. Unschuld. Ich krieg schon wieder Regenerator PSD, wenn ich das Team sehe. Guter Alter. Belebe. Kraftkorr. Felsinki ist Serapenta? Ist es Serapenta? Okay. Ja, Dunahmen müsste eigentlich mehr Speed haben. Der wär so... Also wenn der viel Speed hätte, wär so strong, glaub ich. Mit dem Spezialengest. Er kann nicht hier erst dienen, ne? Ich muss drinbleiben und den... Aber will der so früh erst dienen? Ich weiß nicht. Was will der sonst mit dem machen? Anscheinend. Ja, ich fand's interessant, dass er überhaupt in den Ding gegangen ist, aber... Kommt Dunnerblitz? Keine Para? Boah. Guter Damage? Ja, ja, Rocky Hammett. Keilt aber nicht ganz. Ne, aber Rockslide. Lockslide ist halt noch. Kann ich irgendwas besonders verzichten? Naja, er muss... Also Belex muss uns ein Monat abwerfen. Naja. Und dann kann Weaver rein, kann er alles schaffen. Aber ich glaube, hätte Serapenta besser zum Fresher noch mal rein schicken können. Ich glaube... Wahrscheinlich hat gegen Pixi, actually... Gegen Pixi kommt er eigentlich immer ganz gutes Setter. Pibi. Äh, Pibi, mein ich ja. Ich muss... Also ich glaube, das war zu früh. Das war zu früh. Kein Belex ne Strike, weil er zweimal regenerate hat. Aber ne, ne, das haben wir gestern schon erklärt. Ähm, Dennis hat den Vertrag nicht unterschrieben. Der hat da leider an dem Tag gefehlt. Schade. Aber ich weiß... Ich bin... Ich bin gespannt... Ich weiß ja nicht, was der Gedanke hat er in der Situation mit Serapenta. Er kann keinen Sub haben. Vielleicht hat er ihn nicht so wichtig mehr empfunden. Wollte einfach nur ein Kehr jetzt sich holen. Weil Donarion brauche ich noch für dieses Kram auf. Donarion kann nicht... Tennis will tönen. Mon kann aber mitweid weghauen. Vieränder. Gut. Gehr hat kein Rockset, das ist gut zu wissen. Pfff. Das war ein Crit, ich wollte grad sagen, Alter. Das kann nicht sein. Ja. Das hat so viel damage gemacht. Er sollte hier an der Stelle... Den ist die Idee, Belex früh Mons abwerfen zu lassen. Ist aber nicht unschlau. Ja. Das sehe ich. Weil wenn der defensive Korf früh weg ist... Wild. Aber wie wichtig ist Pipi? Ab dem Punkt. Leider keine Rocks für mich auf der Seite. Wobei er gegen offensives... Kannst du grad 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 Blutsauger? Äh, ne, kann's nicht. Ah, okay. Das wäre eher wild gewesen. Also nicht, dass ich wüsste. Viel Ender... Kreuzschild kann er, glaube ich, noch. Aber ich glaube nicht Blutsauger. Blutsauger wäre echt wild. Hätte er vielleicht... Ich weiß nicht, ob er in den Range gekommen wäre. Vielleicht wäre er da aber. Ja, doch. Mit dem Crit schon. So, jetzt kriegt der da auch nochmal... Er könnte sich Serapendra jetzt auch aufsparen. Das kann er gerne machen. Und er bekommt halt überall... Also bisher finde ich es gar nicht so schlecht. Also Dennis hat... Ist in einer guten Ausgangssituation. Ja. Sehe ich. Dieses... Wichu ist aber auch gefährlich. Weil Stigwrap liegt. Heißt vielleicht jetzt hier defoggen, aber andererseits will er die Rocks... Ja, er will schon defoggen. Pipi hat keinen Regenerator. Wichtig. Wir können jetzt hier auch defoggen. Ja. Jetzt würde ich die von... Aha, würde ich die von... Oder U-Turn. Wie nervig ist Sticky Web. Boah. Das ist hart. Wenn jetzt so Brave Bird kommt, Alter. Oder Buddy Press. Ich kann mir eine Kehrtwende wieder sehr, sehr gut vorstellen. Oder ein Buddy Press. So. Auflocken. Auflocken, ja okay. Okay, die Rocks sind erstmal wieder weg. Ein Hit lebt... Lebt ja ein Hit? Könnte aber missen. Könnte missen. Turmkick. Und jetzt werde ich Turmkick einsetzen. Was will er wegschmeißen? Zerschließt sich mir nicht... Warum er... Also warum er jetzt... Äh... Hier... Doch, ich versteh schon wie dieser Defog... Weil er... Weil das... Weil Stickwrap... Nervig. Ja. Auch für Zero Aura. Da hat kein Switch in rein. Ja. Pipi zu verlieren... Und Sticky Web liegt nicht... Ist sehr schlecht für mich. Mhm. Seh ich. Oha, der ist tot. Und es trifft. Ach du Scheiße. Und der ist weg. Ich dachte auch kurz das Mist. Das ist echt ein Böllerstart. Aber der Kampf ist sogar relativ lang noch. Das ist wild. Ja. Aber ich seh... Ich seh Pokémon, Milotic... Ja. Milotic und Regenerator Mons. Wieder. Oder erstmal in Aura gehen. Gegen Milotic... Ich muss gegen Milotic... Ich muss gegen Milotic irgendwie... Switch Initiative bekommen... Und Sticky Web einsetzen. Das ist mein Play. Ja. Du machst alle Regenerator Mons... Müssen so... Nee. Nidoking, maybe... Reinholen und... Rock drücken. Lebt der noch ein High Jump? Aber Specs... Krieg ich gehandelt. Wahrscheinlich, ne? Die meisten sind auch nicht... Oha... Oha in Südomega gehört nicht ins höchste Tier. Das ist ganz gut. Ja. Die Schuhe auch nicht. Die Schuhe nicht. Orr auch nicht. Oha nicht. Wieso Schlupeg? Schlupeg kann das nicht. Oha... Oha gehört nicht ins... Ins höchste Draftable Tier. Korazon direkt weg, Mann. Korazon, ja. Richtig schlimmes Pokémon. Kann man gar nichts gegen machen. Außer Abschlag. Verhöhner. Doxin. Thumping on MS würde ich fühlen. Oha ja. Wenn jetzt einrollen kommt... Schwierig. Einrollen wäre echt so wild. Tango ist auch gar nicht mehr so gut. Tango ist auch gar nicht mehr so gut. Tango war auch mal besser. Gala Korazon. Das ist gute. Das ist normale Korazon. Ja. Das ist normale Korazon. Ja. Das ist normale. Das Gala Korazon kann gar kein Ding ins. Bin grad auch lust. Der hat ja Moro so am Tag... Pass auf. Joch, Chef, war normal. Ist gar nicht groß. Ja, ich war grad irgendwie so... Und Gorgas soll mit Belebkram auch entspannt. Naja. Würden wir mitnehmen. Das ist normal natürlich. So, wir sollten auf den Kampf schauen. Ich bin voll dabei. Ja, Minutik kam rein, ne? Mhm. Rollwände. Und er hat jetzt über einrollen Minutik gesprochen. Felix. Wellwild gewesen. Mit Icebeam. Und wenn er jetzt in Aura geht, gehe ich in Wutsasser. Jetzt... halt Zara Aura... Band. So. Firepunch... Feuerfeger. Wenn der Q-Feger geht. Die Sache ist... Langemehr gegen Zara Aura prediktet sein Wutsasser. Aber er überlebt es. Und dann geht er wieder in Laschet King raus. Aha, das ist schwierig. Das ist schwierig. Band ist schwierig. Ich glaube, Q kommt hier sogar oder... Ah, ne. Okay. Ich habe übrigens gesagt, by the way... Ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja. Die Switch Band Zara Aura hätte ich hier so geil gefunden in dem Match. Natürlich, äh, LiBeldra ist halt da und... Aber LiBeldra hat Dennis selber gesagt, dass er den nicht sieht. Aber Plas... Was... Was ist denn ein Moveset? Plasmafäuste, Feuerfeger, Abschlag wahrscheinlich und... Ich glaube ja. Ich weiß nicht, ob er noch closed kommentiert hat oder so. Ich weiß nicht genau... Die Frage ist halt, was der fehlte Angriff ist und ob er halt irgendeinen droppen konnte. Für Voltwechsel. Das ist halt die Frage. Aber stell dir vor, der hätte hier Voltwechsel. Auf die Defensive von Belex. Das wäre so nice. Äh, D-Dance von... Sehe ich. Hat er ja schon gespielt. Sehe ich. Ja. Ich weiß nicht wie häufig, aber er hat es auf jeden Fall gegen Maxi gespielt. Das ist halt die Frage, ob es gepasst hat. Gut, dass er rein... Er kann hier Voltwechsel einsetzen. Lass mal voll. Pass mal voll ist okay. Straight up. Jetzt geht er raus zu Nido King. Er wird immer raus zu Nido King hier gehen. Das ist Bandit. Das ist Bandit. Auf jeden Fall, weil... Abschlag Bandit würde mir... Dennis selber gesagt hat, Nido King soll seine Sleep Potter werden. Was ist denn Switching hier rein? Ja. Serapendor Sack, maybe. Deswegen werde ich schon Orze einsetzen. Jetzt kriegt er dann... Dann kriegt er die Rocks. Dann kriegt er doch mal die Rocks geschenkt. Ja. Jetzt kriegt er die Rocks. Nein, ist Nido King. Ich sag... Wieso eigentlich nicht Sleep... Also... Spore? Natürlich nicht. Naja, dann hättest du... Guck mal, dann wäre der Serapendra als Sleep Potter. Das wäre auch nervig. So ein komplett useless Mon-Biner schon, was dann halt Sleep Potter ist. Ja, aber... Er verliert halt nichts mit Spore. So, dann ist halt Serapendra als Sleep Potter. Serapendra kann auch gefährlich sein. Ich glaube, er hat sich zu krass darauf versteift, dass Serapendra jetzt reinkommt. Und dann wird... Ja. Ich mach's jetzt... Ich mach's jetzt riskant, okay? Oh Gott. Denn danach kann er immer noch Serapendra killen. Das ist ja die Sache. Hey, ist doch egal, wenn Serapendra reinkommt. Danach drückt er immer noch Schmarotzer. So. Ich werde jetzt... Oh, der wechselt da draus. Hat er den als Sleep Potter, ist okay. ...Schwerthands einsetzen. Oh Gott. So. Ja, seh ich. Das ist risky, aber Dennis wird wahrscheinlich niemals hier drin bleiben. Glaube ich auch nicht. Wäre aber wild, wenn er einfach drin bleibt und irgendwas drückt. Und hier mal einen Knack auf Limefro hätte ich gefühlt. Oh ja. Das würde ich auch fühlen. Ja, aber es ist die UEFA. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ja, aber es ist die UEFA. Dann kann halt danach Serapra einfach reinkommen. Das alles hat nicht zu geil tatsächlich. Wobei er aber auch Plus 4 gehen kann gegen Milutic. Aber Plus 4 ja Eishap geht glaube ich auch nicht. Ja, geht auch noch nicht, glaube ich. Milutic muss immer sein Switchen sein. Mainz, die du gegen angreifst. Ei, 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 ei. Da muss Wischu das noch irgendwie retten. Wenn Milutic drin bleibt. Heftig. Das wäre echt heftig. Dann ist das wirklich sehr gut. Und dann war es vielleicht auch einfach zu aggressiv von mir gespielt. Ähm. Er geht raus. Milutic kommt rein, ja. Okay. Verstehe ich halt, dass er halt niemals hier Dingens... Also immer... Milutic geht. Also immer... Milutic geht. So... Plus 4 Eishap. Ob das ein Item hat oder nicht, deswegen muss ich... Geht er auf Plus 4? Ne. Plus 4 Eishap hätte nicht gekillt. Ähm. 39 KP habe ich bekommen von den Rocks. Nein, einfach Abschlag ist hier der Player. Es bringt nichts. Es bringt halt legit nichts, auf Plus 4 zu gehen. Ja, Leppis. Leppis, job. Hey. Dunkelnehm. Das wäre jetzt... Wäre jetzt auf Plus 4 gegangen, wäre das richtig schwierig gewesen. Ein Lock-Off sollte eigentlich jetzt killen. Könnte Lock-Off sollte trotzdem glaube ich killen, oder? Der ist es gar nicht. Ja, ja. Zwei. Sicher? Ohne 1? Immer noch auf einmal Plus 2? Ich denke immer noch. Wenn ich mir jetzt ungefähr die KP anschaue, würde ich jetzt einfach spontan sagen. Kann sein, das ist vielleicht in der Roll. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist immer noch der Damage-Bereich. Höchstens auf Serapenra. Ja, Clota hat er noch drauf. Okay, auf Serapenra. Höchstens auf... Irgendwie Tele... Er will Serapenra... Billy Bell 3, ja klar. Na, BX ist echt ein nicer Spieler, das stimmt. Der macht es einfach sehr, sehr gut. Oder er behält es sich jetzt auch. Also sein... Und Abschlag. Okay. Okay. Schon mal nice, den wegzubekommen. Jetzt kommt Zerarar rein. Jetzt kommt Zerarar rein. Jetzt kommt Zerarar rein. Aber das ist halt immer auch Ockerberry-Jehuzzer. Er kann auch natürlich... Drückt halt zweimal Feuerfeger. Ja, dann kommt halt Lusher King rein. Weil er weiß, dass er Bane ist. Ja, aber dann hat er seinen Ockerberry gebraucht. Das wäre wichtig. Deswegen sage ich... Und Turm kann am Ende auch immer noch aufräumen, ne? Also Pokémon... Ja. Ähm... Stumpf. Er kann... Frag ich mich halt, ob es vorhin vielleicht schon eine Option gewesen wäre, auf Feuerfeger zu gehen. Also jetzt muss der Feuerfeger gehen. Naja. Das sowieso. Nein. Geht zuerst raus. Double auch eine Option, ja. Er bleibt drin. Kommt Feuerfeger. Und Feuerfeger kommt. Das ist die Ockerberry. Das heißt, Max Damage wäre hier mit dem Feuerfeger 47%. Äh, 47 AP. Okay. Ockerberry kommt. Und jetzt geht er aus in Lusher King. Ja. Und ich gehe selbstredend in meinen Nomakappa. Boah, wenn jetzt... Und wenn jetzt der Wechsel kommt. Hier der Wechsel. Ich könnte den Serapendra wechseln. Bdex spielt hier immer, geht immer auf Lusher King. Bdex ist dieser Spieler, der immer hier auf Lusher King wechselt. Ja. Immer. Immer, immer, immer. Ich hätte den Play direkt ziehen müssen. Plasmafeuste kommt hier nicht. Ich hätte, glaub ich, sofort in Lusher King gehen müssen. Plasmafeuste nicht. Ja, ich verstehe. Ja, verstehe. Ich glaube, er wird's auch machen. Und... Wenn er jetzt hier in Serapendra geht. Und Serapendra jetzt nochmal da am Abend ist nicht geil. Ist wirklich nicht geil. Komm. Dennis, trau dich. Er denkt drüber nach. Dennis, gönn. Und dann kann ich mich auch von meinen letzten Träumen von Sticky Rap verabschieden. Ne, er geht für den Feuerfläger. Es geht zuerst raus. Sad. Sad, sad, sad. Macht's eigentlich immer noch okay'n Schaden. Der hat nicht die beste physische Verteidigung. Der ist bedämpft der Aura, wobei es geht. Ist echt nicht so viel. Serapendra einfach mit nem schlechten Angriff hier unterwegs. Hm. Hm, ja. Er kann auf Serapendra gehen. Trifft's gut. Aber... Hm. Der war auf Serapendra kann ja in Riva gehen und Eishat wieder drücken. Ähm. Teleport kommt durch. Wir heilen uns natürlich wieder an 30%. Das ist sehr gut. Und... Ja, wie sieht's scary aus. Ja, aber da ist immer noch Q-Rum, weißt du. Ich hab immer noch... Mach mir immer noch Gedanken über dieses Q-Rum. Bin ich bei... Also ich... Ich sag, hier ist noch nichts verloren. Dann ist es nicht so, dass ich... Dennis, Q-Rum ist immer noch... Oh, Leute. Und den Play... Das wollte ich grad sagen. Den Play feier ich, wenn er das macht. Ich hab gerade drüber nachgedacht. Was ist, wenn er den macht? Oha! Und das feier ich hart. Ähm... Das feier ich hart. Weil jetzt geht er in den rein. Und dann wechselt Dennis raus. Das ist viel, viel besser, als ihm die... Den... Teleport-Momentum zu geben. So gut. Krass. Kommt rein. Strong. Von Dennis. Dennis ist heute gut dabei. Er lebt natürlich alles. Ja, ich weiß nicht, ob's Choice ist. Darüber hab ich auch schon nachgedacht. Aber die Frage ist, ob er ohne Choice die Damage gehabt hätte. Protzer vielleicht? Protzer Lefties? I don't know. Aber jetzt kommen die Pilzsporen. Weil wieso sollte er jetzt wieder auf den Feuerfänger? Entweder Feuerfänger oder Nidoking kommt hier rein. Feuerfänger keilt halt auch nicht mal. Ist es, glaub ich? Ich glaub nicht. Das ist halt die Sache. Nee, also save nicht. Du hast ja den... Ockerberry-Schaden grad eben gesehen. Aber wenn Nidoking dann schläft oder Serapendra, dann wär das auch nice. Weil dann kann Qum nicht mehr eingestiefelt werden. Ja, ja. Aber er wechselt auch raus. Er wechselt raus und er geht in... Nidoking. Pass. Pass. Okay. Der wollte den immer als Siebvorder. Mhm. Und er schläft jetzt safe eine Runde. So, was macht Felix hier? Serapendra. Jetzt. Dann gibt er noch eine Runde. Heißt, er geht jetzt in Sibuna? Ähm. Geht er in Sibuna? Nee, er geht. Idealfall wäre natürlich, wenn er jetzt... Er holt sich den Stickwrap. Aber wenn er aufwacht in der zweiten Runde, dann könnte er Flammbuch gehen. Dann wäre Qurum jetzt hier der Play. Das wäre ganz knackig. Raus wechseln, dann seh ich halt. Und dann... Qurum wäre jetzt gut für Dennis. Ich sollte Megahorn leben. Megahorn kann dazu noch daneben gehen. Und Klebenetz kommt raus. Er wird, denk ich nicht, jetzt in Qurum gehen. Aber Qurum wärs. Dennis geht raus. Professor ist doch Qurum, oder? Nee, nee, nee. Sarah. Aber ist auch okay. Ja. Weil... Macht er nicht voll viel gegen den? Die Rocks liegen noch. Killt es nicht? Ja, er killt ihn auf jeden Fall so oder so. Ja, ja, er killt. Ich weiß nicht, ob Nock killt. Aber Nock killt wahrscheinlich nicht. Nee, nicht mehr. Ich gehe hier auf Leben jetzt. Komm, Feuerfeger. Feuerfeger hat daneben gehen. Wenn er... Das wäre ein Traum. Dann wäre... Das wäre ein Traum. Aber Feuerfeger hat auch eine erhöhte Crit-Chance. Feuerfeger Mist wäre es. Klebenetz kommt raus. Oh, Junge! Ein Sub! Und Plasma-Fäuste würde ich an... GTD! Vielen Dank für deinen Prime-Sub! Danke für den Support! Oh! Das geht nicht! Junge, du bist so geil! Aber du Scheiße! Unlücklich! Gleichen Roll, ich weiß es nicht! Der ist sehr schlecht! Das ist echt... GG! Also nicht GG, aber gut! Gut für ihn! Äh, GTD! Stopp da! Danke für deinen Prime-Sub! Willkommen in den Blasen! Danke für den Support! Jetzt muss ja eigentlich Qurum kommen, aber er geht weiter für Nock-Off, aber Nock-Off ist es jetzt gar nicht! So, zack! Press Love in den Chat! Press Love in den Chat! Nock-Off ist es gar nicht nochmal, weil es so klar, dass ein Stomp reinkommt! Wirklich, ich küsse dir deine Seele! Du geile Geilheit! Ja, sooo klar! Ist übertrieben, aber... Nee, nee, er ist noch banded auf Nock-Off! Ja, also... Ja, also... Ja, also... Er dachte sich einfach, ja, wieso wechselt der ihn raus? Der stimmt sowieso, aber es ist immer... Ich weiß es, wie kann man so geil sein wie der Zangenzahl, Junge! Seinen Sticky-Web legt er jetzt safe! Aber vielleicht... Hat... Ne, ich find... Ne, ich find nicht sein, dass es ein Miss-Base! Dann ist Jens-Kurum rein zu holen! Ja... Wie sieht's aus? Damage-Kalk besser gesagt... BX hat immer so viel Glück! Ne, wir kennen ja die Rollen nicht, die wird uns grade vorgerechnet! Wie heißt er? Nian-Shou... Und zwar... Oder auch nicht! Na, Moment! Du bist auf Level 50... Klaus-Kreppetal! Ich hab nicht... Lass dir was sagen, ey, ich seh... Was machst du, was ist los? Das ist auch nicht mal funny, Team! Das mach doch nicht mal funny! Okay... Das ist Kieran! Jetzt kommt ein D-Dance! Auf Lasho-King! Ja, aber der Klairsmog! Wir können eine Poison drauf bekommen... Ja, aber er geht ja jetzt nicht auf Klairsmog! Er geht als erstes immer auf Lasho-King! True! Weil... Weil... Okay, interesting! Weil er ein Eisbühne überlebt! Aber wenn er jetzt hier auf D-Dance geht, hab ich da gar keinen Bock drauf! Wirklich gar keinen Bock drauf! Wild! B-Dex ist stark! Also es ist echt sehr, sehr guter... Mit Ground-Play! Genau! Feier ich sehr! Feier ich sehr! Wir wissen noch nicht, woher der Titel kommt! Nach Fußgick! Und dann ein Eis-Splitter! Ja! Und dann... By the way! Body Press auf Türen! Body Press killt ihn hier! Ja, aber... Ist halt SM auf Plus Minus Null! Dann kommt Janschau rein! Und... Claimed! Ja, aber wenn er jetzt hier auf D-Dance Body Press... Killt Knock auf Eis-Shut! Ist die Frage? Hat er gerade gesagt zumindest! Okay! Ich glaube auch, dass es Low-Kings gewesen wäre! Ja, wenn er halt die Chopper-Barry hat... Ich verstehe den Gedanken dahinter auch! Ich weiß gar nicht, welches Item er auf D-Dance hatte! E-Belt? Keine Ahnung! Aber Killt Knock Eis-Shut! Das werden wir gleich sehen! Vielleicht nicht! Und dann... Ich fahre mich immer noch... Was es mit dem Titel auf sich hat! Was da kommt... Oh, Eishat killt nicht! Ne! Ah! Oh Gott, da hat er Glück gehabt! Das wäre mein Choke gewesen! Ja! Ja! Das wäre echt sein Choke gewesen! Das wäre echt sein Choke gewesen! Krass! Nix der D-Dance und das ist ja gewonnen! Er kann auch... Er kann nicht missen! Ich bin auf Nahkampf! Eieieiei! Eieiei! Nochmal, die D wäre GG gewesen! Da hat Bdex echt fast gechokt! Terrapinda existiert ja noch! King's Rock! Das wäre ja kein King's Rock! Boah, krass! Er hätte einfach gechokt! Krass! Aber ich verstehe halt, wieso er dort angreift! Also ich denke, ja gut, er geht auf Low Kick! Eishat! Ich muss ihn killen! Boah! Hart! In Retrospektive ist man immer schlauer! Da! Der Grund kommt noch! Der Grund! Ach! Er geht Berlin! Berlin ist so wunderbar! Ich weiß nicht mal, was für ein Lied das war! Es gab immer diese Werbung! Oh ja, wo nehme ich den auch, Seth, raus! Ähm! Aua! Gute Besserung! Echt gute Besserung! Du kannst ja nicht aus Covet durchdrücken! Ich würde gern meinen Sonarion! Lebt Zara Aura vielleicht! Mein Zang-Zar ist tatsächlich ein Vita-Volt! Sankta kann er jetzt für alles als der Faller benutzen. Wahrscheinlich direkt jetzt gegen Zeru Aura. Weniger Lob, mehr für Steff-Counter Nido King spielen. Weiß man nicht. Ich feier live auf Nido King. Mehr brauchst du nicht. Egal was jetzt reinkommt. Ja. Ja, ich glaube auch, dass der droppt. Ich geh in Ackern. Der sollte droppen, trotz viel verblüßt. Oder? Er ist schneller. Er ist schneller? Hä? Er hat einen Speed-Creep! Er hat... Moment! Ich hab die Boots übersehen. Er hat die Boots übersehen! Oh nein, LOL! Ach du Scheiße, weil ich die ganze Zeit gekalkt hab. Er dachte, er wär minus 1 gewesen. Okay. Aber verliert... Er hat ja noch nicht dadurch verloren. Oder? Verloren hat er noch nicht. Ach du Scheiße, das war ja mein größtes Job meiner Existenz. Aber... Moment mal ganz kurz. Oh nein, das verliere ich jetzt. Okay, nein. Nein, 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 nein. Nein. Weil er gekalkt hat, deshalb der Titel. Ah, das ist wegen... Das ist strong! Ich war so... Was hat mit den Boots zu tun... Was... Was ist Boots... Hey... Ach du Kocke! Wird ich nur, weil track nie in Kämpfe. Strong! Ich muss ruhig bleiben. Scheiße, ey! Er hat den Body-Press. Viel Ender, ja. Trifft leider. Trifft, sehr gut. Nicht so viel Damage. Wurter kommt. Wer kommt jetzt? Churim oder Zera Auron? Naja, das blut immer noch bei der Stern ist. Das fünfte Mal, dass ich das heute sehe. Also, er chokt erstmal. Es wird nicht bestraft. Und dann chokt er nochmal. Und jetzt wird's bestraft. Noch hat Belex nicht verloren. Naja, dass der Weaver verloren hat, war... Auch... ne spiel Sache. Naja, er hat auch nicht verloren. So, was drückt der hier? Ich sag, ab und zu kalgen ist der Play. Nicht immer kalgen. Gewinnt der? Hat der Roost? Hat der Roost? Ne, ne? Ah, ah. Aber... Er sack jetzt... Er sack jetzt... Er sack jetzt Vicar Bolt. Wenn der jetzt D-Dance auf dem Sack wäre es wild. Das wäre sehr wild. Boah, das würde ich... Es wäre so... Ich glaube nicht, dass Dennis das macht. Das wäre aber krass. Geht er auf Drachentanz? Und? Komm, Dennis. Komm schon, Dennis. Eisbär. Eisbär, okay. Ich verstehe. Also, er muss auch nicht den Play eingehen. Aber ich glaube, er verliert jetzt. Danach... Okay. Ja, ich glaube immer noch, dass er... Oder nicht? Die Dunkelklaue... Bei Dunkelklaue nicht killt. Ja, Dunkelklaue killt ja safe nicht. Er muss eigentlich in Zeraora hier gehen. Aber er hat gerade gesagt, Psycho-Chinese killt nicht. Killt nicht? Was? Psycho-Chinese killt nicht? Imagine, jetzt kein Benzer oder Aura. Generell irgendwie Protzer oder Aura wäre auch wild. Echt. Muss immer ich nur nachdenken. Gegen das Team. Habe ich auch gesagt, glaube ich. Ja, ja. Habe ich auch gesagt. Doch, sollte killen. Boah, das ist gerade hart. Das ist gerade hart. Ultraspannend. Dunkelklaue crit. Killed. Denke ich. Psycho-Chinese, ja. Dunkelklaue hält die Crit-Chance. Dunkelklaue crittet sie. Sie crittet! Sie crittet, oder? Sie crittet! Oh mein Gott! Alter! Scheiße! 56, 56, nein. 3% Chance für den Psycho-Kill. Also, hätte nicht... Also, es hat auch eine Role gewesen. So wichtig, oh Gott! Triff zweimal? Triffst du nur zweimal? Er trifft nur zweimal. Er ist noch drin. Er ist nicht... Der Feuerfeger kann auch missen. Der Feuerfeger kann auch missen. Oh mein Gott! Was passiert hier? Das ist meine einzige Hoffnung, den zu gewinnen. Okay. Dass der Feuerfeger missen kann. 85%. Ich sag, ich hoffe einfach, dass Dennis trifft. Wir wollen eine spannende Liga 2. BDX kann auch mal verlieren. Feuerfeger kommt. Feuerfeger trifft! Ah, let's go! Wichtig! Und ich bin schuld. Thie befreut sich so sehr, natürlich. Was ich verstehen kann. Wichtig! Ich muss nur auf den Bildschirm schauen und ich gewinne das hier. Mann. Krass. Krass. Ben ist der Geile. Richtig. Ey, strong aber von Dennis. Auch strong von Dennis. Ja, Kink. Generell ein starkes Game. Starkes Game. Ja, keine Art gegen BDX. BDX hat heute ein bisschen gechokt natürlich am Ende. Auch generell. Das ist ja zum Beispiel schon vorher dort... Ist das ein Choke? Geht Dennis da je in irgendeiner Situation auf die? Dennis gegen Weeval? Schwierig. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Das ist vielleicht kein krasser Choke. Aber er hätte ein Choke werden können. Aber dann natürlich der Choke, dass er nicht gesehen hat. Das haben wir ja auch sehr... Wir haben nicht gekalkt und haben es nicht gesehen. Wir haben nicht darauf geachtet. So. Und dann... Ja, echt nicht. Ich habe es voll nicht realisiert. Du kennst sogar das Team so. Ich habe eigentlich gar nichts realisiert, was da gerade war. Boah, ich glaube, jeder aus Liga 2 außer BDX gönnt es. Weil jeder aus Liga 2 will, dass BDX auch mal verliert. Und damit sehen wir die erste Niederlage vom Erstplatzierten. Das ist wichtig. Das ist so wichtig. Und das ist sehr wichtig. Das heißt, wir gehen gleich in die Tabelle. Aber erstmal gönnen wir noch mal ein paar Likes. Wir haben erstmal die 200 voll gemacht. Macht trotzdem nochmal so 220 voll, würde ich sagen. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, gehen wir in die Tabelle und aktualisieren die live on stream. Weil die sieht nach diesem Kampf super wild aus. Das ist... Ey, ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Weil wir schauen jetzt in Tabelle Liga 2. Wir sehen halt wirklich diesen krassen... Krassen Unterschied hier. 4-0 und 1-3. Und dann wird sich hier ein bisschen was gleich geändert haben. Nach diesem Kampf hier. Aber... Schauen wir mal rein. König Belex wurde gestürzt. So ist es. 200 Likes haben wir aktuell. 207. Kommt, macht nochmal die 220 voll. Gönnt nochmal den süßen Belex. Fettes GG an Dennis. Super stark. Und natürlich auch GG an B... Habe ich zweimal an Bdex gesagt? Fettes GG an Bdex? Fettes GG an Dennis. Ich weiß Gott sei Dank nicht mehr. Und GG natürlich auch an Bdex. Natürlich kann er sich hier was vorwerfen. Er hätte hier gewinnen können. Eigentlich immer. Hat es am Ende des Tages... Oh Preston, du hast echt reingeschissen heute. Das ist okay. Ich habe glaube ich 2 richtig getippt. Du hast nur 3 richtig getippt. Und die waren alle aber auch kein perfektes Ergebnis. Ja, aber Liga 1... Liga 1... Ja, allgemein haben wir heute... Also wir hatten letzte Spieltage... Heute sind 4 Leute Platz 1 mit 14 Punkten. Die letzten Spieltage hatten ein paar Leute locker über 20 Punkte gemacht. Also Kicklip war heute ganz... Du wirst es gleich sehen. Crazy. Du wirst es gleich sehen. Wir gehen aber erstmal ganz kurz auf die Dingens... Ja komm, also... Ja, hau rein. Gönnt nochmal hier die Likes. Und wir gehen aber jetzt mal langsam rein in den Spielplan. Spieltag 5. Barry gegen Pock. Barry gewinnt das Ganze 3-0. Ich gucke nochmal nach. Ich bin zweit zu sein. Ich habe Kicklip auf 2-0. 2-0? Ja. Okay. Fanden wir sicher? Ich dachte wir hatten 2-0 getippt und dann... Nö, nö. 2-0. Ah ja, 3-0 stimmt. Das war nur mein Team. Okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil wir haben 2-0 getippt. Das war nicht genau das, worauf ich gerade... So. Maxi hat gewonnen. Ich glaube auch 3-0, oder? 3-0. Ja. Ich war auch 3-0 verloren. Genau. Dann haben wir Blockster gegen Mo. Der ist ebenfalls... Genau. Wir machen... Hier, ich mache schon meine... Meine Camper an das hin. Und der allerletzte Kampf ist Dennis gegen Belex und 1-0 gewinnt das Belex. Hey, du hast nicht 4-0 für Mo gemacht, oder? Doch, habe ich. Da fehlt ein Sieg bei Mo. Ah, doch jetzt. Und 1-0. Und damit gehen wir in die Tabelle rein. Schauen mal. Wir sehen Belex immer noch auf Platz 1. Wir haben nur noch eine 1-4-Person jetzt, ne? Wir haben nur noch eine 1-4-Person. Ordentlich durchmischt. Dennis hat sich ein Sieg gegönnt. Barry hat sich ein Sieg gegönnt nach ein paar Niederlagen. Und Maxi hier auch wieder am Start. Auch generell. Barry war wichtig. Er hat 3-Niederlagen in Folge geholt, dass er da diesen Abwehrschule entkommen ist. Pock. Was denn? Ich sehe gerade auf dem Gegenteil dieses 45-0 von Maxi. Oh, ja. Das ist auch noch stark. Das wird auch nächste Woche spannend. Pock gegen Dennis. Wenn z.B. Pock gewinnt, stehen dann wieder 2-2-5. 2-4, ja. Und das wäre natürlich auch WL-6. Für mich finde ich auch im zweiten gar nicht so unerwartet. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er nach diesem Einschieg nach 0-2 plötzlich auf dem zweiten Platz noch später 5 steht. So schnell nicht auf später 5. Das finde ich schon unerwartet. Generell. Also, mein Kampf gegen Moor wird jetzt super wichtig. Ja, das wird ein entscheidender Kampf, weil es halt Platz 2 gegen Platz 3 ist. Ist natürlich aber auch wichtig für Belex. Belex kämpft nächste Woche gegen Blocki. Was auch ein wichtiger Kampf ist, weil es Platz 1 gegen Platz 4 ist. Das heißt, wir haben Zweikämpfe in der oberen Tabellenhälfte und Zweikämpfe in der unteren Tabellenhälfte. Und Zweikämpfe in der unteren Tabellenhälfte. Bedeutet, dass sich da wieder einiges so trennt. Erster gegen Vierter. Siebter gegen Sechster. Und Zweiter gegen Dritter. Weil in diesem Kampf seid ihr alle ein bisschen näher zusammengerückt. An diesem Spieltag. Und nächste Woche werdet ihr wieder alle ein bisschen auseinanderrücken. Je nachdem, wie die Ergebnisse kommen. Weil da wäre so ein Win so wichtig gewesen, weil Belex von 100 Tag. Ja. Wobei ihr könnt auch wieder näher zusammenrücken. Wenn zum Beispiel Blocki gewinnt, dann seid ihr richtig nah beieinander wieder alle. Ja. Wenn Blocki 4-2 geht und Belex 4-2. Ja, ja, ja. Wer wählt. Wer wählt. Safe. Ja. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf die nächste Woche. Das war ein super schöner und heilsamer Spieltag. Sehr stark, ja. Mit einigen Redenkämpfen. Ich fand alle sehr gut. Ich glaube, außer vielleicht deinen eigenen. Also ich fand es trotzdem ein spannendes Match. Ja, ja. Richtig, richtig. Da bin ich auf jeden Fall bei. Das war aus Zuschauersicht war das, glaube ich, ein richtig nister Kampf. Natürlich bin ich fertig, weil ich verloren habe, aber... Man muss dann einfach sagen, es gibt jetzt keinen Spieltag. Ich fand die Redenkämpfe, das ist echt krass. Es gibt keinen Spieltag, wo ich so sagen würde, boah, es gab nichts, was mich unterhalten hat. Sondern es gibt natürlich immer Kämpfe, die einen nicht so krass unterhalten. Aber ich habe selten hier gerade Kämpfe, wo ich sagen würde, aber wenn ich sagen würde, Alter, es war echt... Das war einfach nichts. Das hat mich jetzt nicht unterhalten. Kick the Present. Fünf Plätze gedroppt eigentlich. Ja, ist okay. Ich sag Kick Tim, nicht so richtig. Ähm. Oh, was. Ich will halt alles zusammenrücken, nächste Woche wieder auseinander, ja. Potenziell. Potenziell kannst du auch wieder zusammenrücken. Also zumindest der obere Teil. Der untere Teil teilweise nicht. Äh, bin mega gespannt auf unseren Kampf, Timo. Ja, der Mo gegen den Timo. Das wird wild. Mo gegen mich wird wild, ja. Und Maxi kann das Feld jetzt von hinten aufräumen. Maxi kämpft jetzt nächste Woche gegen Barry. Und Maxi kämpft gegen Mo und ist wieder irgendwas. So ein Loser. Ne, nur Felix hat am neunten gesehen. Der ist mit jetzt zusammen runtergerutscht auf den neunten Platz. So ein Loser. Ja. Ja, Kick Tim braucht auch niemand. Einmal Timo weg, ballern nice. Das ist halt echt wild, was Kämpfer angeht. Auf jeden Fall. Deswegen. Fette Shoutout. Hier an die, an die nice Liga 2. Die uns hier mal wieder mit nice Kämpfen, äh, versorgt hat. Nächsten Sonntag, beziehungsweise diesen Sonntag geht's weiter mit Liga 1. Mit auch einigen wilden Kämpfen, Alter. Wir haben Downy, Downstar gegen Belly. Und wir müssen tippen. Wir haben Kusha gegen Bene. Floort gegen Regi, Ede gegen mich. Und wir müssen tippen. Da hast du tatsächlich recht. Das heißt, wir können das live und streamen machen. Also. Ja. Downy gegen... Warte kurz. Lass mich ganz kurz mal... Lass mal erstmal zusammen tippen. Ich mach meinen ersten schon mal und du kannst ja danach deinen ersten machen. Okay. Downy gegen Belly, sage ich... 3-0 Downy. Ja. 3-0 Downy. Okay, wo ist denn GPL Tippspiel? Äh, ich brauch kurz die Seide. Was hast du getippt beim ersten Kampf? 3-0 Downy. Gegen wen kämpft Downy nochmal? Gegen Belly. Belly. Okay, also viel Odds muss man eigentlich gehen. Ähm. 44-0 für Bene sehe ich tatsächlich. Sehe ich auch. So. Was hast du getippt? Also, wir gehen auf Tippabgabe. Ähm. Ja, ich gehe ja auch für Downstar. Ich sage... Ich sage 2-0. Ja, auf 2-0 überlegt. Ich gehe für ein Bediennis 2-0, würde ich sagen. Und... Ich gehe für ein 4-0 für Bene. Wisst ihr was? Ich bin wieder gegen die Odds. Ich gehe für Kuscha. 2-0. Ah, wobei... Jetzt kommt ein schwieriger Kampf. 1 oder 3-0? 1. 1. Ja. Jetzt kommt ein sehr, sehr schwerer Kampf. Regi gegen Flo. Gegen Flo. Flo, gebrochener Mann. Regi auf Hochtouren. Regi hat schon mit zwei Siegen. Der hat jetzt das Momentum auf seiner Seite. Der kann jetzt eine 3er Siegeserie aufbauen. Aber ich glaube, das ist der Kampf, in dem Flo sich fängt. Ich glaube, das ist der Kampf, in dem Flo sich fängt. Ich tippe 2-0 Regi. Ich tippe 2-0 Regi. 3-0 für Flobert. Okay. Ich gehe all in. Ich muss natürlich auf mich tippen. Hier gehe ich auf 2-0 für Ele. Feiert man, feiert man. Ich mache 20-0. Ich gehe auf 2-0. Ich bin wieder... Ich hätte letzte Woche 3-0 tippen müssen. Gebrochene Männer sind broken. Oh ja. Wann gehe ich auf 3-0 für mich? Ne, ich glaube, ich gehe auf 2-0 gegen Ele. Wenn ich mir das so anschaue. Ich muss auf den 2-0 gehen. Boah, das wird auch krass. Barry gegen Maxi. Die sind jetzt... Beide haben aus ihrem einen Sieg zwei Siege gemacht. Mhm. Und wer holt sich jetzt den dritten Sieg von den beiden? Ich gehe auf Maximilian von Vogel. Mit einem gediegenen 3-0. Wobei, ne. Ich gehe mit einem 2-0 für Maxi. Istotop gegen Chasings in the Races. Boah, die sind so Würfel, Junge. Pog wie Maxi weggehauen hat. Das kann ich nicht. Und dann Dennis aber auch jetzt Beelix weggehauen. Aber ganz ehrlich, ich schaue mir NidoKing an, wahrscheinlich gegen Pogs Team und denke mir so, ja, GG, oder? Weil jetzt so auf den ersten Blick, wenn ich Pogs Team richtig im Kopf habe, ich gehe hier immer auf einen 3-0, glaube ich. Für Dennis. Ich gehe für Dennis rein. Ich sage, ich würde es Pog auch gönnen. Keine Frage. Aber ich glaube, Dennis hat hier... Ja, um 4-0 für Dennis. Okay, krass. Krass. Beelix gegen Kastanienbombe. So, natürlich ist Beelix der Odds-Tipp mal wieder. Das wird ein 5-0 für Beelix. Nein, 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 nein. Oh, da richtig auf 5-0 für Beelix. Ich... Boah, ich sage, wenn Block hier anfängt, sich darüber zu beschweren, dass da zwei, drei Beliebekraft-Pogmon vor ihm stehen. Oh, ja. Das könnte aufs Mindset gehen. Der hat schon Auge auf meinen Beliebekraft-Pogmon 2 gemacht. Ja, ich gehe auf einen 3-0, Beelix. Ja, 5-0. Dann gehe ich 3-0 für mich. Boah, bin weggeklatscht. Hopps. Ich gehe auf einen 2-0. Wobei... Ich sage, mit deinem Team kannst du einen 3-0 sogar schaffen. Ja. Ne, ich tipp 2-0. Tipp 2-0. Ne, ich tipp 2-0. Alright. So. Dann würde ich sagen, das sind die Tipps. Es ist am Ende des Tages. Kann es komplett anders machen, wie man es auch gesehen hat. Es hat einfach niemand gegen Beelix getippt. Das ist so krass, ne? Ja, ich meine, Beelix hat... Die Odds sind halt auf der Seite, wenn du halt für Beelix tippst, ne? Ja, ja, klar. Und deswegen... Da haben wir es aktuell. Die Positionierung. Ich glaube an Pog. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich... Ich bin wirklich sehr gespannt, was hier so abgehen wird. An diesem Spieltag. Viertelspieltag gewonnen. Schon krass. Alright. Das ist schon... Crazy. Ich hoffe, das Stream hat euch gefallen. Ganz genau. Lass doch einen positiven Wert. Lass doch einen positiven Wert von da. Ich würde sagen, wir kuschen noch einen Raid. Wenn ihr es noch nicht getan habt... Wir kuschen noch einen Raid. Ja, ja, ja. Das sehe ich auf jeden Fall. Wir raiden noch kuschi buschi. Meinst du das? Meinst du das? Dann gönnen wir ihm doch nochmal den Raid. Generell, wie gesagt, danke für den Support heute mal wieder. Danke, dass wieder so viele eingeschaltet haben. Danke auch, dass ich... Ich hoffe... Ja, den Spaß. Kus geht auch an dich raus. Ich hoffe... Oh, ich habe den falschen Hydronic geradet. Perfekt. Heißt Hydronic TV, ne? Heißt Hydronic TV, oder? Ja, ja, ja. Wir sehen uns dann am Samstag wieder, Chad. Zu den Team-Building-Watch-Stream. Äh... Nachricht machen wir... Ich habe zwar gegen ihn getippt, aber... Box... Behne... Behne weg. Ne, wir brauchen noch was mit B. Boxbehne... Blau. Boxbehne blau. Das ist stark. Ja, Boxbehne blau. Danke für den Support. Morgen wurde bald. Hoffentlich vielleicht. Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Also, aber Streams wird es auf jeden Fall geben. Gute Nacht. Alright. Gute Nacht, Chad. Tschüss. Und tschüss. Ich denke schon, Leute. Bis dann. Tschüss.